Pfff... Haschisch! Haschisch, komm schnell! Haschisch, daß ein Flieger an der Tür! Haschisch! Ok, mach mal ne Lime, mach keine Wette, Crushed eh nicht! Crushed echt nicht! Da ist er... Oh du Güdies! Ne, heute crasht eh nicht. Man, ihr verliert nur über Punkte. Außerdem ist Oma nicht da. Müsste Alpino machen schnell. Dich in doble, Peanut. Da war. Ukelo, Mr. Disgusting. Hallo. Warum wurde Önke gebannt? Gib mir eine Minute. Okay, Alpino macht Wette. Ähm, boah, das ist viel zu viel zu... Too long to read this. Jonny lag auf dem Boden. War bewusstlos. Und irgendein Log hat, ähm, angezeigt, er wollte sich wiederbeleben. Irgendwie so. Keine Ahnung, irgendwie sowas. Und weil er schon beim Support musste, wegen Cheat Engine damals, als wir Dingsunken wollten. Ich hab's schon tun, ob man erklärt. Red Up Redemption, so, da wollten die sich ein bisschen Gold machen geben vorher. Bevor wir das Dings spielen und streamen. Damit die da irgendwelche Ponys haben oder so. Äh, hat er sich jetzt Bann bekommen. Könnte ja im Bannungsantrag schreien, aber der will keine Energie mehr reinstecken. Kann ich auch verstehen, weil die Jungs waren alle zwei Tage im Support. Wegen allem möglichen Scheiß. Rein in die Prediction-Pommers. So läuft jetzt ab, ne? Kann man denn da auf Ja drücken, Alter? So. Zack. Rein. Nix passiert. Und er perfekt kann stehen immer noch hier. Knebe, weil Überfall nur zwei Minuten ging. Ja. Egal. Ich hab keine Probleme. Das ist ein... Sollte die Autos gehören nicht zu uns. Die standen hier einfach gestern. Die haben das Haus einfach geclaimt. Achis. Die haben die Karten einfach hingestellt. Du hast doch keinen Konflikt, der P. Ja, besser ist er doch. Was ist der denn von mir? Peanut, du geile Sau! Na, Büchse, du laufende Bierpulle. Was geht? Ja, nix, weil die... Schrei mich nicht an, du Arsch! Mann, ich dachte, wir machen das voll krass. Ach so. Du hast mich angerufen. Ja, weil ich wissen wollte, wie es dir geht, was so in deinem Leben passiert. Ich dachte, wir wären gute Freunde, dafür haben wir echt wenig Kontakt. Du gibst mir keinen Rabatt in deiner Werkstatt. Doch, aber nicht 50%. Willst du auch ein Bon-Bon? Willst du ein Bon-Bon? Ja. Ich hab Bon-Bon. Krieg ich ein Bon-Bon? Mit König Pilzener Geschmack. Oh. Will ich haben. Mir geht's gut, Büchse, und dir? Mir geht's auch gut. Warte, Arschisch, sag mal Hallo. Hallo. Das ist Arschisch. Oh. Das ist ein cooles Tier. Kommst du heute auch zur Beach-Party? Was für eine Beach-Party? Am Strand ist heute eine dicke Fete. Wo? Ein Park aus 22, aber ich hab die Uhrzeit vergessen. Oh, das ist natürlich ungünstig. Ich kann dir aber Bescheid sagen, wenn ich nur mal weiß. Okay, dann ruhe mich an, dann komm ich vorbei. Dann machen wir fett, fett Party wir beide. Okay, aber du musst ein Mädchen antanzen. Ich hab schon eine Frau. Egal. Warum egal? Du kannst auch auf zwei Gleisen fahren. Nein. Doch. Das sag mal Twinkie. Hab ich in den Film-Magazin gelesen. Das sag doch mal dein Twinkie. Nee, sag das ja auch nicht. Siehst du? Was ist denn jetzt los? Ach, du hast gelacht. Ich dachte, dein Fahrrad hat Platten. Wichse, geht's dir gut? Du Wichser. Ich glaub, ich hab gestern deinen Sohn getroffen. Äh. Hast du einen Sohn? Nee. Der war so ein Roller rumgefahren. Ich hab kein Wort verstanden von dem, was der gesagt hat. Warum? Wieso sollte das mein Sohn sein? Der heißt Zahnriemen. Oh Gott. Ja, ich hab mal von ihm gehört. Der kam und du hast so gesagt. Ja, aber nee. Ich hab keinen Sohn. Und der hat gegen mein Auto getreten. Warum hast du ihn nicht getreten? Weil ich saß im Auto drin. Und bist du nicht ausgestiegen und hast ihn getreten? Bist du verrückt? Ich kloppe mich doch nicht mit dem Penner. Weißt du, was die für Kräfte haben? Soll ich mich nicht mit ihm kloppen? Ja, bitte? Ja, mach ich. Ich sag dir Bescheid, wenn ich den seh. Ja, dann rufst du mich an. Dann verteil ich dich. Danke. Weil du bist voll toll. Oh, darauf erst mal einfahren lassen. Hast du das gehört? Ja. Das war eigentlich leiser. Das war ein leiser. Ui, 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 ui. Dann will ich gar nicht wissen, wie deine Lauten so sind. Das hörst du manchmal. Das klingt nämlich so, als du den Helikopter abstürzt. Ach, das ist das, was ich so einmal pro Tag höre. Ja, das bin ich. So. Hallo, Andrew. Okay, Büchse. Ich ruf dich gleich an, wenn ich hier fahre, Bruder. Wann das ist. Alles klar, bis dahin bin ich. Ja, nein. Tut die. Netter Penner ist der Büchse. Hallo, Auto. Heute wird ruhig. Oh, das Haus war aber letztens auch noch frei. Boah, diese Mistkarren, ne? Jörg, die kleben einfach die Häuser, Alter. Ich komm da nicht drauf klar. Oh, was ist das denn hier? Ja, immer mit nem Level, Mann. Hallo, Kosta. Kosta, fast gar nix. Ich hab Bock, mit Controller zu fahren. Ganz, ganz billig, was? Weil wir warten, bis wir die Papiere bekommen, oder wenn ich schon den Schlüssel vom, vom Herrn Juri. Immer wenn ich Herr Juri sag, denke ich irgendwie an Hobbits, Alter. Und Herr Slava. Ja, königliche, harlige Buße. Beutelien. Au, Land. Mich würde mal interessieren, wem die Playboy-Villa gehört. Oh, hallo, Oma. Bist du nicht grün? Ich hoffe, dir geht's gut. Komm, ich fahre mal zu arbeiten. Ich hab nämlich kein Geld mehr. Komm, morgen im TV, der Hobbit. Ich kann ihn immer gucken, was ich will. Im Internet. Legal. Ui, mein Gott. Ich hab echt keine Kohle mehr, Mann. 10.000 Dollar noch. Das sind 10 Tankfüllungen. Hallo, Federdaten. Nein, mit 10.000 kann man hier nicht leben. Was zum Teufel ist das? Das ist so ein hässliches Auto, ne? Das ist bestimmt das Geburtsgeschenk gewesen. Ist das hässlich, Alter? Taxi-P schleift langsam, stimmt nicht. Ich lass nur immer Pinsel und Dings fallen. Oh, mein Gott. Hallo? Hallo? Wo sind sie? Hallo? Hallo, wer hat Hallo gesagt? Klimfine? Zieh dir mal was an. Darf ich mich hingucken? Warum? Du bist ein nackelig. Ich werd' mich gleich extra für dich umziehen. Ja, zieh dir den Schal an. Na klar. Bist du Leinstelle? Leinstelle? Nope. Why not? Weil Hansi die gerade hat. Bist du Hansi? Hans-Peter. Ach so. Und wie geht's? Gut und dir? Auch gut. Das ist schön. Magst du mich nicht mehr? Wieso? Weiß nicht. Nein, alles gut. Ich mag dich. Okay. Dann ist ja gut. Also Hase-Peter hat Stelle. Hm. Ich ruf den mal an. Ja, der soll mal hierher kommen. Der hat mir nämlich mein Taxi geklaut. Schiff. Warum? Ja, weil ich kurz mir da hinten eine Suppe machen war. Geht nicht dran. Ich muss Taxi raus und schon mal. Ja. Was ist mit deinem Arm passiert? Wieso? Der ist ja ganz schwarz. Naja, ganz schwarz nicht. Hast du den Auswurf gesteckt? Nee, ich bin mit dem Eddinger abgerutscht. Dann musste ich alles anmalen. So oft? Mhm. Du klingst traurig. Ich bin auch traurig. Oh nein, warum bist du denn traurig? Der Trink ist krank und nur für Inseln. Darf nicht einreisen. Oh nein. Ja. Das ist scheiße. Und hast du noch was gespürt von meinem Froschachisch? Äh. Ja. Danach war es sowieso ganz wild. Warum? Hast du dann mit Bishop geknutscht? Das geht dich gar nicht an. Ich mache immer Glücksspiel mit dem. Aber das darfst du dir Twinkie nicht sagen. Nee, ich weiß, ich weiß. Ich war eher dabei. Sonst bekomme ich Ärger. Nee, der Bishop ist jetzt mein Freund. Aha. Mhm. Der hat doch viel Kohle, ne? Darum geht es mir aber absolut nicht. Geht es dir nicht um Sicherheit? Mir geht es einfach nur darum, jemanden zu haben, der mich so nimmt, wie ich bin. Der Chef ruft mich an. Ja. Ja, also Peter. Moin. Schlumpf wie in ist dir, die sagt, du hast ihr Taxi geklaut. Oh, stimmt. Hey, ich bin ohne bei der Werkstatt. Hm. Ich bin jetzt auch im Dienst. Gibst du mir auch Kundschaft? Ja, geil. Ja, wir können zusammen Taxi fahren. Wie, mit drei Leuten? Ich habe noch einen Hund dabei. Wir sind zu viert. Ja, und wie sollen wir dann jemanden mitnehmen? Dann müssen wir den Bus holen. Aber dann verdiene ich doch nichts mehr. Ich habe nur noch 10.000 Dollar. Oh, das ist nicht viel. Nee. Oh, das ist nicht viel. Ja, ich komme dann mal hoch zur Taxi-Trandralle hoch. Okay. Bis gleich. Okay. Bis gleich. Okay. Okay. Okay, der Chef kommt. Okay. Ich hole eben mein Taxi. Ja. Ja. Da meldet sich jemand. Ja. Der hat Hunger. Die lacht nicht mehr. Klar, jeder weiß, dass man keine Stütze bekommt, wenn man arbeitet. Wo ist eigentlich mein Taxi mit den Felgen, Alter? Frag gleich den Chef. Das kostet ja. Aber man bekommt so ein Grundgehalt, glaube ich. Und sonst nur, wenn man fährt. Ich möchte keinen Mini-Dickmann. Danke, Schwester Kusch. Ich habe hier noch Celebrations von dir. Celebrations. Böser Chat. Warum? Hast du das Chat gemacht? Heute wird, glaube ich, ehrlich, wirklich ruhig. Geil, das Auto dir auch? Schlimm wie, ne? Ist das dein Auto? Peter Seins. Hast Peter Seins? Das ist aber nicht schön. Ich habe ja auch schon gesagt, dass das hässlich ist. Ich finde das total hässlich. Ich finde das immer schlimm, wenn der Motor da vorne ist. Und man den so sieht, irgendwie. Das ist hässlich. Der Motor ist aber immer voll, ne? Ne, ich meinte, ja. Und ich meinte eigentlich, wenn der Motor da hinten ist, ist es auch irgendwie komisch, so rum. Aber ich finde es hässlich, wenn man den offen sieht. Aber der Motor ist nicht hier. Der Motor ist da hinten. Bei dem Auto. Ach so, das sind diese... Hallo, Pinsel. ...Felderung. Was sagst du schon wieder? Ich brauche deine Hilfe. Von wem? Du. Von du? Ja. Käse von du? Nein, du musst mich abholen. Wo bist du denn? Ich weiß nicht. Ich bin in einer Lagerhalle. Ja, mit ich weiß nicht kann ich nichts anfangen. Ich höre Pulsheiseräen. Wenn du willst, dass ich dein Leben rette, musst du sagen, wo du bist. Äh, ich weiß es schon nicht. Ich bin hier wach geworden. Ich bin weggeklapp gestern, wie es scheint. Ich bin... Ich höre Puls. Hallo? Der Willi steht nackig vor mir. In welcher Lagerhalle bist du? Weißen, dies und hier sind Schienen. Ach, Container und Wasser. Schienen und Wasser. Wasser. Ich sehe eine Brücke. Ja. Ich bin unter der Brücke. Und ich habe Pulsheiseräen gehört. Boah. Dann bist du vielleicht in der Nähe von Taxi. Hier kann es sein. In so einem Wasserkanal in der Nähe. Da ist die Lagerhalle. Wie komme ich denn jetzt da? Hier ist Wasser. Ich bin am Kanal. Okay. Oh Gott. Deja vu. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wie schuldig, Mascher? Noch nicht. Deja vu. Oh. Wie schuldig. Da. Hä? Boah, ich bin der Beste. Oh, oui. Was zum... Du musst mich im Krankenhaus springen. Warum? Lass mal... Telefon. Telefon. Ja, Schiff. 615. Was? Das ist ein Grunde. 6, ich habe keine Stadtkarte da. Keine Schatzkarte? Und ich musste den Pinsel appeln. Der war wieder besoffen unten am Teich. Oh. Wo ist denn das? Das ist... Das ist... Ja, hier. 615. Das ist... Du kennst das Richmond Hotel? Pinsel, wo ist das Richmond Hotel? Der muss ins Krankenhaus, sagt er mir. Okay, dann fahre ich. Nein, ich brauche Geld. Was schon? Beim Golfplatz. Äh, ja. Okay. Okay, ich finde das schon. Also, warte, du siehst Weinwood, ne? Ja. Und dann gehst du ganz da links, wo da so Weinwood langsam endet, wo da noch so eine Kurve geht. Und da ist so eine Ecke. Ja, okay. Ja. Kannst du mir folgen? Nee, ich sitze im Auto. Nee, ob du mir folgen kannst, von dem, wie ich erkläre. Ja, Weinwood. Ja, und die ganz, ganz linke Seite, da ist, da endet so Weinwood. Und da geht so eine Schlange, Schlangenstraße weg. Schlangenstraße, ja. Das ist oben links, so eine Ecke von... Und Stuttgart, ne? Was für ein Stuttgart? Schlangenstraße. Ja, genau. Und wenn du aber die Schlangenstraße zum Weinwood folgst, dann ist da so eine Ecke. Bis gleich. Ein einzelnes Eckstück, was da so ist. Ja. Das ist 615. Okay. Okay. Sie wollen im Hotel über dem Golfplatz sein. Über dem Golfplatz. Ja, über dem Golfplatz. Warte mal. Wenn Golfplatz, dann kommt das Hotel, dann kommt die Straße und dann da ganz oben. Ja. Da so eine Ecke ist, da ist da so ausgeschnitten. Déjà vu. Oh, ich bin in den Place. Nee, ich flieb vorher. Also, Golfplatz. Ja, drüber. Drüber. Ja, drüber auch. Ja, ich glaube, ich weiß, dass wir haben ja letztes Mal auch eine Gold. Das ist ein Ecke-Tel. Nee, nicht das Hotel. Sondern? Ja, drüber in Walmuth. Ah. Überm Golfplatz. Man könnte sagen, das sieht aus wie eine Hundeschnauze. Aber ich bin da links. Ich kann nicht gucken. Na schon. Warte mal, das fällt mir jetzt auf. Das sieht aus wie ein Hundekopf. Oh Gott, ich verfolge schnell. Fällt mir gerade auf. Das ist ein Hund, der eine Spaghetti frisst. Wir haben letztens hier einen abgeholt. Da steht aber kein... Ich bin jetzt auf beim Golfplatz. Ja, du musst da drüber. Hast du die Karte auf? Alter. Okay, hab ich auf. Wenn du... So, wenn... Eine Weinwut sieht für mich gerade... Finde ich aus wie so ein Hundekopf. Ja. Der eine Spaghetti einsaugt. Ja, genau. Genau, die Nase. Die Nase von dem Hundekopf. Der hat das 6,15. Okay. Oben meine Spitze der Nase oder drunter noch? Ja, keine Ahnung. Das... So diese... Diese... Diese Stück, diese Ecke ist 6,15. Aua. Okay. Okay. Weißt du, wen ihr da abholst? Den Glatzkopf, den Mörder. Nee. Hol dem richtig viel Trinkgeld aus, den Leier. Nicht den Mörder. Ja, vielleicht zahlt er ja gut Trinkgeld. Der mördert mich. Oh mein Gott. Nein. Oh mein Gott. Ich hätte gerade fast zwei Unfälle geboot. Innerhalb von einer Sekunde. Ja, das wäre scheiße gewesen. Ja, schöne Toxie. Okay, ich such den. Oh, gelbe. Du musst am Telefon bleiben, falls du mich mörderst. So, auch noch. Okay. Also in der Schnauze sie nicht. Ja, gib Sekunde. Ich bin nicht so schnell. Komm runter, Mörder. Nicht springen. Du kannst doch nicht da runter springen. Ich hab noch keine Treppe. Hast du ihn gefunden? Ja, der hat noch keine Treppe. Der springt vom Dach. Ich geh auf den Pfeiler. Vielleicht mördert er sich selbst. Warte, ich komm damit auch. Oh mein Gott. Du darfst mich nicht mördern, ne? Ich mörder dich nicht, Pina. Und Trinkgeld ist Pflicht. Pina, das hatte ich noch nie vor. Ich rechne ihn am besten vor der Vorderb. Nein. Ich hab den Chef am Telefon. Wo möchtest du hin? Äh, Verwahrstelle. Verwahrstelle. Okay. Das sind fünf Kilometer. Du zahlst aber, ne? Der Chef sagt, ich soll dich vorrechnen ab. Was kostet. Was? Was kostet. Ich verstehe nicht. Was kostet. Ja, das was kostet. Was kostet. 2000 Dollar kostet. Der Chef sagt, das kostet 2000 Dollar. Ja, ich geh mal. Nee, der zahlt schon. Ich kenn den ja. Okay. Ich hab noch nie nichts bezahlt. Also du sagst, du wirst nicht ermordet. Ich weiß nicht, ob der mich ermordeliert. Wer den U-Bahn? Okay, Chef. Bis gleich. Okay. Komm mit Kavallerie und mach Hete den weg. Okay. Okay, bis gleich. Oh mein Gott. Ich hab zwar meine Geister genommen, ich würde ich bringen. Du bist ein Mörder und du bleibst ein Mörder. Das ist deine Meinung. Du hast uns gedroht, uns umzubringen. Nein. Du hast gesagt, du kommst mit all deinen Freunden. Mit welchen? Schneid dich besser an. Ich bin nur zackig unterwegs. Bin schon eingeschneit. Deja vu. Und da oben wohnst du? In Richmond? Mörder? Hallo? Dann behalte doch deine Geheimnisse für dich, Gandalf. Oh mein Gott. Mach mal Ausrufezeichen Server im Shit. Halt. Habe ich ihn jetzt verloren, Alter? Ich hasse diese Crashs, ne? Auf der Seite kann man sich bewerben. Hat eine Pinsel gestern schon wieder für eine Party gefeiert. Ja? Ja? Ja, ich habe den Mörder verloren, er wird bestimmt gleich anrufen. Oh mein. Sagst du mir Bescheid? Mach ich. Okay, danke. Okay. Gluck, 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 gluck. Find's easy raus, dann mach ich doch. Ich habe mir die Frage selber gestellt. Äh, Blackseem, danke schön für den Primim-Sipp, den Tukulu und Kingdall, danke schön für den House-Boulder. Ja, mittlerweile sind ein bisschen mehr Crashs, aber ich habe das Gefühl, dass nur Leute mit älterer Hardware mehr Crashs haben. Stimmt. Kann man heute schon frohe Ostern sagen? Oh, oh. Hallo, Chris, einst ihm? Morgens Ostern, oder? Hallo, Matti. Ich crash nur ab und an meinem Server-Connect und einmal ist mein Voice abgekackt. Ich habe auch echt wenig Probleme. Aber Pinsel zum Beispiel crasht sehr oft. Ach, Danjo, du hast nicht mal einen Computer, Mann. Du zuckst auf einem iPad oder so. Du alten Medic, du. Warum bist du eigentlich nicht auf dem Feld? Was machst du hier im Chat? Hallo, schuldige Mädchen. Komm mir. Komm bei mir. Ja. Dann nicht. Ja. Sehe ich ganz oft in der Stadt, Leute, die rennen und springen. Hallo, Tiatto. Hallo, Tiatto. Hallo, Tiatto. Hallo, Tiatto. F*** you, Pins. F*** you. It's the murder. Vielen Dank. Vielen Dank. Da bist du ja, Mölder. Ja, hier bin ich. Ab geht's, auf geht's. Daneben geht's. Warum daneben? Ja, keine Ahnung. Wie geht's deinem Freund? Dem geht's gut. Der ist in meiner Hosentasche. Nicht, äh, äh, in deiner Hosentasche. Ja, hinten. Ja. Hey, lass Hashishin Ruhe. Kriegt er genug Luft? Ja. Dann soll der ja sterben. Gut, ein Tümpel ist er ja sowieso. Ja. Du bist gemein. Nee. Doch. Nee. Doch bist du wohl. Warum? Weil du solche bösen Sachen wachst. Weil ich für böse Sachen. Ja, so ein Tümpel und so. Ich glaube, tschüss. Ich hätte auch keine Tümpel. Das klingt in deinen Stimmen sehr kratzig. Hast du keine Halsschmerzen? Nee. Klingt nicht gesund. Oh, mein Gott. Doch, nee. Wir sind da. Ja. Ja. Das sind fünf. Das sind 1925 Dollar. Ja. Mit Karte? Ja, natürlich. Oh, mein Gott. Nicht gut. Oh, mein Gott. Das ist nicht gleich eingekannt. Möchtest du Trinkgeld geben, oder? Nee, ich bin auf Diät. Kann man hier keinen... Moment. Vielleicht später. 1.925 Dollar. Danke. Bitteschön. Ich wünsche dir noch was. Ja. Tschüss. Geh auf. Ja, Willi. Ja, wo bist du hin? Ja, musst du dem Mörder hinfallen. Der hat nicht mal Trinkgeld gegeben. Der Arsch. Ja, Penn, da kommst du denn gleich auch auf die Strandparty? Wann ist denn die? Ja, die geht jetzt los. Ab 8. Parkus 22, ne? Äh, richtig. Genau. Da am Kret. Ja, ich guck mal, was für ein Pinsel ist. Der ist nämlich schon will im Krankenhaus. Äh, hast du den gehört? Der ist im Krankenhaus? Ja. Okay, dann, äh, naja, ich muss dir was erzählen. Ich bin gestern... Der ist irgendwo unter der Brücke aufgewacht. Ja, der ist gestern mitgenommen worden. Von dem? Ja, das ist so von so geschätzt. Von diesen Gangs dann, ne? Ja. Wo wir die Polizei gerufen haben. Oh, kein weiß ich nicht. Äh, ich komm mal zum Krankenhaus, ja? Okay, ich komm mal auch da hin. Okay, tschöö. Bis gleich. Die haben meinen vollen Pinseln empfügt. Dein neuer Nachbar macht Schlageparty. Mein alter Nachbar, wo ich vorher gewohnt hab, wo ich die eigene Wohnung hatte, hat letztens mit, äh, einer Axt bei den Nachbarn die Türen eingeschlagen. Ich glaub, du triffst es dann noch ganz gut mit deiner Musik. Solti. Da ist Biggie. Nö, der war wieder auf Drogen. Was geht, Peanut? Was geht ab, Biggie Lil' Kim? Hi, was geht? Mein Freund Pinsel wurde gestern entführt. Was? Ach du Scheiße. Von so Gangstern. Was ist das denn passiert? Weil die haben uns gestern bedroht im Bürgerlaut und dann haben wir die Polizei gerufen. Oh nein. Hallo. Ist Pinsel noch im Krankenhaus, Herr Schäffert? Wer ist Pinsel? Ronny Hobbs. Ronny Hobbs? Ja. Und Sie sind? Ich bin Peanut Smalls. Ich bin sein bestester Freund. Ja, ich darf Ihnen keine Auskunft darüber sagen, was mit ihm ist. Scheiße. Datenschutz. Können Sie mir sagen, ich bin sein Ehemann? Dann zeigen Sie mir Ihren Ausweis. Hab ich verloren. Ja, dann sag ich Ihnen noch nix. Verdammt. Der ist doch schlimm noch hier. Ich hoffe, dass die... Wie geht es Ihnen, Frosch? Der wohnt im... Der geht's gut. Der ist in meinen Hosen da schon noch. Und was sagt das blaue Auge? Der ist schon wieder abgeschwollen. Super. Ich hab dem Kuchen gegeben. Du solltest Ihnen doch keinen Kuchen geben! Ich hab dem aber mit Kuchen gefüttert. Eieiei. Der mag Apfelkuchen. Frösche Milch. Aber doch kein Kuchen! Doch. Warum nicht? Tiere! Kleine Insekten! Ja, ich hab auch Fliegen gekauft, aber die hab ich gegessen. Den Kuchen solltest du essen und die Fliegen... Chef rufst an. Ja, Chef. Er hat doch keine Ahnung von Wahrstellung. Er braucht wieder ein Toxi. Nö, ich hol den nicht mehr ab. Hat er nicht gezahlt? Doch, der hat gezahlt, aber kein Trinkgeld war total unfreundlich. Also braucht die gerade keine Medizin. Kriegst du halt die Fahrt stattdessen als reines Trinkgeld? Ich hab ne Frage. Welche? Du bist grad so ein Tierarzt. Außerdem ist der komisch. Der Pinsel wurde empfüllt, ne? Wie? Wann? Ja, gestern Abend. Ach. Hast du dir Chef das nicht erzählt, Willi? Was? Ja, mit dem Pinsel? Nö. Noch nicht. Ich weiß nicht. Ja, wir klären das grad. Ja, Chef. Ich fahr kurz. Okay. Ja, ich würde mich interessieren. Erzähl mir mal was. Ja, ich sag dir gleich Bescheid. Okay. Bis gleich. Jo. Kommt ihr kurz mit. Ich muss den Mörder wieder abholen. Der ist voll unfreundlich, der Arsch. Ja, okay. Dann kommen wir mit. Warte. Ich sag nur... Hi. So ein bisschen nackt. Weil wir gleich auf die Beachparty gehen. Gibt's da viele Beaches? Ich hab nur ne Badehose an. Sind da viele Beaches? Weiß ich nicht. Vielleicht. Ja. Tatsächlich hab ich das. Mir spürt gar nicht mehr angesprochen. Sondern im Audio-Interface. Ui. 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 Du siehst, Judas. Danke. Ihr auch. Danke. Schön, dass wir unsere Leiche haben. Beachparty. Danke, danke. Ja, das ist richtig geil geworden, halt. Richtig stolz. Ja, da zieht, äh... Ja. Da kann man sich einiges einfangen, ne? Ja. Da gehen ein paar Schüsse rein. Okay, Willi, erzähl mir alles, was passiert ist gestern. Ja, okay. Warte, bevor du erzählst. Wir waren ja beim Bürgerladen, ne? Äh... Ja. Und dann... kamen da so welche. Äh... Wie sahen die aus? Braune Autos. Äh... So braun-beig? Ja, ja. Ja, okay, dann waren die das. Pass auf, das war so... Ich bin mit dem Ronny gestern unterwegs gewesen noch. Und, ähm... Dann hab ich zum Ronny gesagt, ich muss mal grad was nachschauen. Und da war ich so müde hinten im Taxi. Bin da kurz eingenickt. Der sagte nur, ich fahr zu Parkhaus 5. Da hatte irgendeiner angerufen. Ja. Ja, und, äh... Als ich dann wieder aufwachte, also ich bin wirklich nur so... Ja, ein Minütchen, zwei war ich weggenickt. Äh... Ja, auf einmal stand vor uns ein Auto und hinter uns ein Auto und drumherum alles Typen maskiert mit Pistole. Ja. Ja, da mussten wir aus dem Auto, dann haben die mich gefesselt, den Ronny gefesselt, dann die Handys weggenommen. Und zu mir haben sie gesagt, ich soll weglaufen. Ja, und den Ronny haben sie eingepackt. Und, äh... Dann hab ich mir ganz schnell, weil die waren nicht sehr schlau, weil die haben mich in der Nähe vom Handyladen laufen lassen. Ja. Hab ich mir ein Handy geholt. Und dann hab ich zuerst überlegt, die Bullen zu rufen. Dann hab ich mir gedacht, ne, weiß ja nie. Dann bin ich mit meinem Buggy da ein bisschen rumgefahren. Und dann hab ich die Straße von denen gefunden. Und dann hab ich einen Freund angerufen und hab gefragt, wer das ist. Ja, und... Der hat dann gesagt, das sind die und die. Und dann bin ich dahin. Hab mich denen da gestellt und... Hab gesagt, ich such meinen Freund, den Ronny. Und dann haben die erst gemacht, als wüssten die von nix. Und dann, da kam der Kumpel, der... Der mich, äh... Den ich angerufen hatte. Und... Der hat wohl was zu sagen über die. Und dann ging er ganz schnell. Und dann haben die mir gezeigt, wo der Ronny ist. Der Brücke. Aber da war der nicht mehr. Ich denk mal, der ist dann nach Hause gelaufen. Aber das war sehr aufreibend. Hast du soweit verstanden, oder? Ja, ja. Wo willst du hin, Mörder? Für viel Pack. Auf jeden Fall haben die dem wohl nix getan. Angeblich hat der mir gesagt. Die haben dem nur ne Lektion erteilt. Deshalb musst du auch ins Krankenhaus. Ja, ich weiß ja nichts. Wir waren gestern im Bürgelladen. Ja. Und dann waren wir draußen. Dann kamen die auch... Auch mit... Ein paar mit Masken, ein paar ohne. Ja. Und dann hat der Pinsel mir erzählt, dass die... Den gefragt haben, ob der Pinsel seine Freundin angepackt hat oder so. Aha. Klar. Der Pinsel packt auch Frauen an. Und der Mörder war auch dabei und hat die Polizei gerufen. Ja. Die kamen auch ganz schnell. Das waren die. Pina, du wolltest nicht die Polizei rufen. Ich wollte die Polizei rufen. Nee, ich wollte nicht, weil sonst hätten die mich stinkt. Die haben die ganze Zeit mich beobachtet, ob ich was mache. Aha. Weil du wirst genau, ich pushe von rechts. Was zum Maul, ey. Was ist schon wieder los? Ich verstehe das alles nicht, Chef. Jetzt haben die Pinsel verkloppt. Okay, also doch. Aber ihm geht das gut, oder wann? Weiß nicht, ist noch im Krankenhaus. Der wollte mir keine Informationen geben. Der Ronny. So. Erstmal dem Chef gleich erzählen. Also bisher kann ich nur in den Städten. Bisher war's? Äh. Wir sind gerade am Würfelpark. Oh, hier ist damit die Hülle los. Ja. Okay, chill. Oder warte mal. Wo fahren wir jetzt hin, Pina? 1.375 Dollar, bitte. 2.500 Dollar, Mensch. Wir sind gerade im Taxi. Wir wollten auf die Beach-Party. 2.500? Ja. Achso, dann mach das doch noch. Dann kommen wir dich abholen. Tag. Dann zieh dich um, ruf uns an. Wir kommen dich abholen, ja? Bitte. Danke. Tschüss. Kein Problem. Gleich ist ne Beach-Party, Mörder. Wo denn? Wo ist die Billy? Ja, wo ist denn wohl ne Beach-Party, du Knallkopf? Am Strand. 5172. 5172. 5172. Ja. Aber zieh dir was Schickes an. So ne Badehose, ne kurze. Da sind noch Frauen. Ja. Da kannst du ein paar Frauen kennenlernen. Boah, Ü60? Ja, auch. Boah, fett. Ja. Auch. Auch die Dicken sind da, ja? Boah, geil. Soll ich dich, soll ich dich da hinfahren? Weil ich wollte dir zum Pinsel suchen. Äh, wieso suchen? Ich denke, der ist im Krankenhaus. Ja, warte, bis der da rauskommt. Also ja, wir haben auch den Wagen am Krankenhaus. Okay. Naja, auf jeden Fall, wie gesagt, war das gestern ziemlich aufregend. Oh, ich hab zu viel berechnet, ich hab GPS hierhin gemacht. Ist egal. Diesmal hat er Trinkgeld gegeben. Das war ein gezielter Angriff auf Taxi umzunehmen. Ja. Äh, geht das denn, äh, klar mit, was du mir gestern gesagt hast? Mit dem Einziehen? Ja. Ja klar. Okay. Warum willst du nicht mehr? Doch. Willst du auch geraten? Willst du auch, willst du auch ein Bonbon? Ja, gib mir ein Bonbon. Nee, aber ich habe nur noch eins. Ja, dann ess du das. Danke. Oder, oder... Komm weg. Scheiße, sonst hätte ich gesagt, lutsch ich die Hälfte und dann gebe ich dir die Hälfte. Eine Klappe. Du bist so ein ekliger. Döner mit Salat und Chivapchi-Chi. Oh, Döner mit Salat. Oh. Was ist? Oh, der Koffee. Koffee. Der riecht bestimmt den Haschisch. Meinst du? Der Chef ruft dann. Ah Chef. Taxi am für Die. Oh, neunis. Wie, was? Neunis, Pöldi. Neunis für Die, ja. Okay, fahre dahin. Okay, Dominik. Bis gleich. Sei bloß vorsichtig Sei bloß vorsichtig Du den nicht will Ja Ja Mann Let's go Haha Haha Deja vu Deja vu Hallo Grüße Hast du Taxi gerufen? Na klar Einmal zu Piddy Verwaschende bitte Okay Unten? Ja Okay Das sind drei Kilometer So schnell fahren? Ja mach Dann schneid dich bitte an Ich bin angeschnullt Am besten so Tokio Rift mäßig Ja Deja vu Fahre über den Highway Da geht's schneller Naja Stellst du mir eine Rechnung aus oder war? Rechnung Soll ich hier runterfahren? Das ist gut Ja mach mal Wer möchte mit dem Urlaub? Ich komme nachher aus dem Urlaub Nicht schon wieder Ich war gestern im Urlaub Aber nicht in Vegas Ich auch nicht Ich seh mich eher hier als im Urlaub Ist das so? Bist du auch einer der von rechts pusht? Ja je nachdem Aber wichtig erstmal querstellen Mal querstellen Boah sind fast da Zu Piddy Verwaschende Achso du Ich hab's doch gefragt Zu normale Achso Was willst du denn da? Ja mein Auto rausholen Da muss aber ein Polizeityp sein dann Ja Ich komm da hin Achso Jetzt weiß ich nicht wie Oh mein Gott Scheiße Egal Sag das nicht meinem Chef Was denn? Nix Was ist meinst? Und sonst was machst du den ganzen Tag? Was den ganzen Tag mach? Ich steh auf Dann pfeil ein bisschen rum Und dann Ja und leg mich wieder hin Dann wird gebrettert Ja ja Und gescheppert Deja vu Wann die 8 von 10? Wir sind da Perfekt Ich komm kurz an das Fenster 1400 Dollar Jo Bitteschön So Witteschön Dankeschön Hau rein Tschüss 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 Ich fang die Mistkarte Peanut ja Alles gut Und Jamie Newgate Dankeschön für die Wissen siebten Peanut Danklebe die Alten Ja ja Ne 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 Katze Runter Nein Komm Weg Geh weg Geh ab Geh ab Geh ab Mit dem Kack Eintrang Hier Alter Boah Katze Du nervst Geh weg Komm hier Du musst runter Geh weg Geh weg Geh weg Geh weg Boah Chef Mann Na Katze Will sie immer Schutz gete Ja Chef Güse Wann gerade Tanken Das Taxi war Nächste Kunde Wär Beim Wörfe Park Okay Das Taxi war leer, ne? Der hat nicht getankt. Wie? Ja. Wer hat nicht getankt? Kapp 02 war fast leer. Taxi 02. Ich soll dich von, 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 von Russland grüßen. Arthur. Ah, Arthur? Die Tür, ja. Grüße zurück. Grüße zurück. Ich meine, ich komme einfach nicht ins Klanghaus. Ich will wissen, was mit Pinsel los war, aber Willi hat mir gerade erzählt. Was hat Willi denn gesagt? Willi weiß das? Mhm. Okay. Ich war auch super. Oh, Willi, läuft mal an. Er hat den Kapp 02 zuletzt gehabt, verdammte Scheiße. 03, 03, 04. Sound, Sound, Kapp, Taxi. Gar keiner diesen Monat bis jetzt. Hallo, Lisa. Hallo. Dann, ja. Hallo. Hallo. Kapp, ich rufe gleich an. Okay. Ist gleich. Hallo, wo möchten Sie gerne hin? Einmal zur Verwahrstelle, bitte. Zu Pedile Normal. Normale, Normale. Okay. Kerl, das sind drei Kilometer. Okay. Wenn ich aufrunde. Wie viel? Wenn ich aufrunde, drei, wenn ich nicht, dann zwei. Mach drei Kilometer und dann machst du doppelte. Okay. Das sind 1400 Dollar. Soll ich schnell fahren? Aber wenig. Ja, dann gib Gas. Dann machen wir 5000, wenn du Gas gibst. Oh mein Gott, okay. Anschnallen. Okay. Deja vu. Uh. Ich halte mich fest. Ah, die Klappe schießt. Das ist mein Frosch. Ah, okay. Franzose? Nee. Hä? Ich bin Albana. Ah, okay. Nein, ich bin Peanut. Hallo. Hallo, ich bin Helmut. Hallo, Helmut. Festhalten. Ja. Also fahren kannst du? Danke. Habe ich einen Crash-Test dabei gelernt. Super. Alle wollen nur mal zu verwarstellen. Ja. Woran das wohl liegt? Ab wegen dem Abschlepper. Ja, da ist es ganz flott. Und wie war ihr Tag? Heute ist eine Beach-Party. Ist es wahr? Wo denn? Parkus 22, glaube ich, am Strand. Ja, aber ich schützt. Habe ich Pazza gering ist, Adina. Taxi kommt kein Auto fahr. Ich ruf gleich zurück. Das macht 1400 Dollar. Was für 5000? Fünf? Ja. Danke. Bitte. Taxi. So gut fahren und so schnell und alles. Ja. Dankeschön. Schönen Abend. Achso, ein bisschen abschneiden. Ja. Tschö, schönen Abend. Tschö. Tschö. Da kommt das Mula wieder rein. Erst was essen. Mittagspause. Ja. Ja, Twinkie sind's. Twinkie geht's. Die ist bei ihren Eltern, Ostern. Deshalb ist sie auf der Insel in Mepi. Paragok. Nein, Paragok. Eine Baba ist Magilo mit Söhne Lütfen, bitte ja. So, Schöpfel rufen. Grüße. Ja, passt auf. Wir waren gestern im Bürgerladen, die Pinsel nicht. Hm, dann kam... Nein, du wolltest überfallen, ich erinnere mich. Nein, nicht überfallen. Es kamen so komische Gangster, aber... ...nicht diese typischen Gangster aus dem... aus dem Ding, sondern das waren eher... Das waren so weiße. Die sahen aus wie... ...wie die Sänger so von... ...Codmore Life in Doopieses. Ja, solche Leute waren da. Und die haben den Pinsel so mitgenommen und dieser Mörder hat dann in die Polizei gerufen. Und die wollten vom Pinsel... ...ob der seine... ...die haben gefragt, ob der seine Frau angefasst hat oder eingeparkt oder so. Hä? Ja, und die haben den auch abends entführt und brutal zusammengeschlagen. Aber warum denn? Ja, weil wir die Polizei gerufen haben, als sie den Pinsel in den Mangel hatten. Ja, aber was erwarten die denn, wenn... Also, wenn ich Zivilist bin und ein Kollege von mir eingepackt wird und ich auch kein Call bekomme, dann rufe ich doch logischerweise die Polizei an, weil mein Kollege entführt wurde. Ja, aber das sind nicht Gangster. Was erwarten die denn? Also, darf ich die Polizei niemand anrufen aus Gangstersicht oder was? Wenn ein Gangster... Wenn ein Gangster die Polizei ruft, dann kann ich es ja noch verstehen, weil das so ein bisschen Kodex-Kacke ist da. Aber wenn ein Zivilist die Polizei ruft, dann ist es doch... Also, dann ist es ja mal schuldig. Ja, das Ding ist, die Polizei kam halt durch Sheriff und so und die sind dann abgehauen und die haben die verfolgt und die wurden dann später noch festgenommen. Festgenommen wurden sie auch noch? Ja, ja, ich bin ja mit dem Takt in der Bubble nicht hingefahren. Ich bin irgendwo hingefahren und dann habe ich gesehen, dass das FIB die festgenommen hat. In Daumen. Ja, gut, dann waren sie halt angefressen, dass das FIB die gekriegt hat. Ja, und dann haben die Pinsel dafür verkloppt. Oh, Mann. Ach, Mann. Wenn du irgendwas rauskriegst, wie die heißen oder so, dann sag mal bitte Bescheid. Das wäre super. Ach, ich glaube, das finde ich aus. Das wäre super. Ja, und dann gehen wir die verkloppen. Ja, das ist mein Ziel. Okay. Okay. Sag mal Bescheid, Pinat. Okay, ich komme nach Outlaw hin und sag mal auch nie guten Tag. Okay, bis gleich, Schiff. Okay, bis gleich. Tschüss, Pinat. Tschüss. Nein. Chef, bist du auf Klo? Hast du einen Fall? Warum hat die Bremse nicht funktioniert? Oh. Ich habe gebremst, aber es ging nicht. Wo? Aua. Ich brauche... Ich brauche... Scheiße, ich brauche noch auf Schlimmer. Gleich wieder. Tschüss. Tschüss. Hallo? Ja, Pinsel, wo bist du? Ähm... Ähm... Ich muss im Bett liegen. Ich bin hinten im Zimmer. Immer noch im Krankenhaus? Ja. Erzähl mir, was passiert ist. Waren das die Gangster von gestern? Ja. Also, ich weiß nicht, ob das die waren. Ich weiß... Ähm... Ähm... Boah... Willst du... Hierher komme ich als hell, so wie ich weiß. Ja, aber ich glaube, ich bin nicht dein Notfallkontakt. Ich darf da nicht rein. Dann müssen wir dich ein... Herr Arzt. Hallo? Erdnuss ist mein Notfallkontakt. Erdnuss Small. Erdnuss? Ja. Der darf hierher, oder? Ich komme dich jemanden holen. Okay, ich laufe gerade rein. Aber Hardy kommt mir gerade entgegen. Okay. Hallo, Hardy. Okay. Hallo? Ja. Hallo, Hardy. Erdnuss, ich muss dich auch noch als Notfallkontakt haben. Ja, ich bin ein Telefon, Hardy. Ja, ich komme sofort rein, Penel. Ich komme gleich in der Holung, sagt er. Bis gleich. Mhm. Brauchst du ein Taxi, Hardy? Nee, gerade nicht. Okay. Was ist... Was ist? Ja, doch. Was ist mit dem Hund? Warte mal, warte mal, warte mal, bevor du... Reingehst. Was denn? Ja, ey. Ich traf dich mal... Mann! Was? Ich traf dich mal eben als Notfallkontakt beim Ronny ein. Hat er gerade schon noch mit ihm telefoniert? Nee, nee, nee. Den bist du nicht. Ich arbeite im Krankenhaus, ja. Du bist... Heimarsgeld. Heimarsgeld. Hast du gesehen, wie ich vorhin Handstand gemacht habe? Ja. Zeig mal einmal deinen Ausweis. Nein, nein. Äh, äh. Warte. Nicht am Papperskratzen, das ist eklig. Nein, ich hab Haschisch gesagt, er soll meinen Ausweis geben. Guck mal. Okay. Das Haschisch. Deine Telefonnummer? Alter, der ist ja süß. Sag mir mal deine Telefonnummer. Fünf, fünf, fünf. Ja. Koffi, lass bitte reingehen. Bitte. Drei, drei, sieben, sieben. Ja. Dann lass reingehen. Eins, null, fünf. Hey, was geht? Jo, Koffi, ich lebe. Alles klar. Du Verbrecher. Gimbal. Warum Verbrecher? Hm? Darf ich jetzt hier rein? Ja, ja, alles gut. Ich bin jetzt nur da, ich hätte mich auch so durchgelassen, aber wenn jetzt irgendwer kommen, kannst du sagen, ich bin der Notfallkontakt. Ja. Wo ist denn der Pinsel? Bonny hat hier recht. Geht tatsächlich. Ja, deswegen, das ist alles gerade was kompliziert, ne? Wir machen die platte Arschlöcher. Ja. Wen? Hallo, Ranjit. Willst du mal wer? Wer ist denn Ranjit? Der sieht aus wie Ranjit. Das ist doch so ein Ranjit. Das ist Benzen. Hallo. Bist du tot? Ja. Machen die Platte Arschlöcher. Ähm. Aber, aber ich weiß nicht, was die wollten. Ja, die wollten sich davor rächen. Aber wofür? Weil wir die Polizei gerufen haben. Aber ich weiß nicht, von... Du verrückst mir heute nicht, Pinsel. Ich wurde genäht, hat der Doktor gesagt. Am Kopf... Was haben wir gemacht mit dir? Was für eine Verletzung hattest du? Die haben mich verboxt und am Hinterkopf wurde ich jetzt zugenäht. Oh. Er hatte eine leichte Hirnblutung und mehrere Hämatome am Oberkörper. Hirnblutung? Und Hämatome? Leichte Hirnblutung. Am Oberkörper. Also haben die dich verboxt. Und es wurde jetzt... Es wurde jetzt die... Also, er wurde operiert, die Schädeldecke wurde aufgebohrt, Blut abgesaugt, Blutgefäß verhöhlt. Ach du Scheiße, was? Deine Schädeldecke wurde aufgebohrt. Was für eine Schädeldecke? Und dann wieder verschlossen. Oh, mit Sekundenkleber. Jetzt musst du ne... Wir müssen dir ne Perücke kaufen. Du hast nämlich Glatze am Kopf oben. Ja. Siehst aus wie ein Idiot. Ich hab ne Glatze. Kannst du nicht sehen? Ja doch, kann ich sehen. Nein. Ich soll liegen. Wer waren die? Wer sind die? Ich weiß nicht. Das war ein Gangster. Welche Farbe? Braun. Ach. Braun so. Nee. Wir müssen rausfinden, wer die sind. Willi Pips heißen die. Wie? Pips? Pips. D-R-I-P-Z. Ach, Pips. Ja. Kennst du die? Pips. Kenn ich nicht. Ich weiß, wer die sind. Und ich kenne eventuell einen, der da ist. Aber ich hab auch schon versucht, den anzurufen. Aber das sind so weiße Typen, ne? Beige. Beige. Ja, beige. Beige. Ja, beige, genau. Langsam reicht das. Also, der Willi hat zumindest gesagt, dass die da waren. Ja, ja. Die haben genauso beige Farbe Autos gehabt, gestern schon. Die haben, äh, die haben, die haben, die haben gesagt, die haben zu mir gesagt, bringe weg von Autos und jetzt Lektionen anteilen. Welche Autos, Willi? Ich weiß es nicht. Wir machen doch gar nichts mit Autos. Ich musste versprechen, nie wieder an Autos zu gehen, hat er gesagt. Wie, du darfst nie wieder Autofahren. Aber ich darf nicht mehr Autos... Ich musste schwören, nie wieder an Autos zu gehen. Warte ab. Hast du denn an irgendein Auto von denen dran, Bonnie? War noch nie ein braunen Auto, glaube ich. Lüge nicht, du gehst an jedes Auto. Ich wollte gerade sagen, du bist ein Dieb. Du bist ein Dieb. Du bist eine Elfla, bist du ein Rabe. Du hast doch unter deinen Schlafursachstum Klaurock an. Du, Mann, Verbrecher, du. Was? Ja, du bist ein Verbrecher. Du bist ein Dieb. Wann? Du bist ein Dieb im Gesetz, du hast zwei Sterne an der Schulter tätowiert. Du bist Mitglied der Russian Mafia. Oh, Mann. Wir werden uns rächen. Müssen nur rausfinden, wo die wohnen. Willi war doch bei denen, der weiß das. Dann müssen wir Willi brauchen. Ja. Wann willst du entlassen? Weiß nicht. So liegen. Liegst du auf dem Wasserbett? Das macht es nicht besser. Ja, das musst du. Wir gehen Rangit holen. Wer? Wer ist das? Ich weiß. Aber der hat uns letztens auch schon nicht geholfen. Müssen wir einen Baum fragen? Nein, die helfen uns nicht. Doch. Mom, hilf mir immer. Aber nein, nein. Das ist der Sohn von Willi, der Chef. Ehrlich? Oh, ja. Willi hat Kontakte. Den Willi müssen wir fragen. Ja, der ist doch auch hier irgendwo. Die sieht nur dumm aus. Ja, der geht auf... Willi. Oh. Und der Rache wird kommen, Pinsen. Aber die haben mich beklaut. Mein Läsenschwert ist weg. Und du hast die auch beklaut wahrscheinlich. Aber die haben dich doch gestern schon gewaxt. Wegen der Frau eingeparkt. Ja, aber welche Frau? Was ich vorhin so mitgekriegt habe von Willi, geht es wohl irgendwie um drei Pistolen. Oder zwei oder drei Pistolen, die du von denen aus dem Auto irgendwo geklaut haben sollst. Ach, die waren da? Wenn ich das so richtig verstanden habe. Was? Irgendwas mit zwei oder drei Pistolen. Ich dachte, die Pistolen wären vom Kies. Die sind auch vom Kies. Ich habe keine Ahnung. Die haben wir doch... Okay, dann hat der Willi vielleicht wieder vertan. Die habe ich aus seinem lila Auto geholt. Wieso machen die jetzt denn Stress? Und wieso neben jeder ich war das? Weil du ein stadtbekannter Dieb bist. Ein Autoknecker. Ich wollte gerade sagen, weil du an jedes Auto drangehst und jeder das weiß. Nee, gar nicht. Und wenn jemand anderes was klaut, kommen die zu mir und boxen mich einfach um? Nee, ich glaube, die haben nicht geboxt, weil wir den Sheriff gerufen haben. Aber kann ich da nichts für. Willst du heute noch entlassen oder musst du hierbleiben? Ich weiß nicht, ich bin kein Doktor. Ich müsste nachfragen. Ich weiß nicht, anhand der Akte kann ich es nicht rauslesen. Nur, ich soll liegen. Du musst hinten die fragen. Die wissen das. Ich frage mal nach. Ja, Chef. Mach mal Leitstelle bitte. Da hat gerade wer angerufen. Der ruft zurück. Ich habe einen Unfall gehabt. Okay, ich übernehme. Wie bitte? Ich übernehme. Danke dir. Kein Problem. Okay, tschüss. Tschüss. Jetzt muss ich auch nur hier. Telefon, Dings, Umleitung machen. Hi. Willi, wir brauchen Hilfe. Du hast Kontakte. Warum? Was ist denn? Ja, die haben den Pinsel verhauen. Ja. Und sein Schädel wurde aufgeschnitten. Du hast doch gesagt, du warst bei dem Willi. Ja. Was haben die gesagt? Warum? Also du musst zwei Stunden hierbleiben. Zwei Stunden? Du musst zwei Stunden hierbleiben. Dann wird noch ein MRT gemacht. Was haben die denn für den Riegel gefressen? Zwei Stunden hierbleiben. Zwölf Stunden. Zwölf Stunden. Was? Ah, der wurde ja im Hirn operiert. Ja. Das ist tatsächlich eine relativ human. Wie eine Hirnoperation. Ja, wir pinseln. Schönen Samstag noch. Okay, ich gehe noch mal Bikinis gucken. Ich bleibe bei dir. Du bist mein Freund. Oh, nur zwei Stunden. Jetzt sind die anderen kommen hier rein mit 700 Kugeln im Körper. Ja, komm, wir haben mal Pflaster drauf. Da geht die Pflaster. Die haben auf jeden Fall heute einen richtigen Riegel gefressen. Und wir hauen dem Ronny Adrenalin rein, dann geht das schon wieder. Ja, ist klar. Dann tanzt der mal kurz rum und dann... Hättest du mir heute deine Glücks-Crux angezogen? Ja, wie denn? Willi, du hast gesagt, fahre nicht den letzten Kunden. Du hast recht. Ich habe noch... Stimmt, ich habe noch... Willi, weißt du, wo die wohnen? Ja, aber... Was willst du da jetzt machen? Weiß ich nicht. Wir müssen uns rechnen. Weißt du, mit wem du darüber sprechen kannst? Mit wem? Mit dem Tyrion. Ja, aber der hat uns letztens schon nicht geholfen. Ehrlich denn? Also, als ob die... Als ob die da hin... Als ob die da hinfährt. Wegen uns. Aber was willst du da machen, Groß, jetzt? Kannst du nichts machen? Von rechts buschen. Okay. Über... Willi, der hat gesagt, es geht um drei Pistolen. Ja, ich weiß ja nicht, was du denen geklaut haben sollst. Ich weiß nur... Gar durch. Aber die sind doch braun. Ich war immer an einem lila Auto. Lila. Okay. Ja, warum hast du das denen gesagt? Weil die haben nur gesagt, die hätten dir eine Lektion erteilen wollen. Ja. Ich habe nur gesagt, ich darf nicht mal an Autos gehen. Mach das doch auch vielleicht nicht. Zumindest nicht bei so Jügelüs. Was weiß ich, wo ich da war? Ja. Ich weiß nicht mehr, weil die sind. Selbst wenn die die Maske abziehen, ich habe keine Ahnung, wer die sein sollen. Weil einer hatte die Maske... Das sind doch bestimmte Kontakte, die wir bezahlen können, Willi. Äh, ich kenne da jemanden, ja. Du kennst jemanden? Ja, also, ja, warum? Was willst du denn? Willst du jemanden bezahlen und dann? Ja, dann sollen die da hingehen. Ja, und dann? Oder ich rufe den Dieter an. Dieter. Aber die Polizei macht doch auch nichts. Ne. Willst du Leute dafür bezahlen, dass die da hingehen und denen auf die Fresse hauen, oder was? Dann bin ich ja auch ein Krimineller. Ja. Lass uns erst mal gucken, dass der... Am besten, Pinsel, du hörst einfach auf zu stehlen. Ja. Erst mal wird der Ronny jetzt mal gesund. So, das ist Punkt eins. Punkt zwei, Ronny. Ich hab gestern wirklich, ich hab gedacht, dass ich da hopskeh, ne? Punkt zwei, du lässt die Finger von Jügelös. Von den Jügelös. Ja, das ist Punkt zwei. Definitiv lässt du die Finger von Jügelös. Ja. Und Revolte. So. Genau. Okay? Kannst du uns das versprechen, dem Peanut und mir? Kannst... Ich könnte es sagen, ja. Ja, weil du meinst es nicht so. Ja, pass auf. Doch, wenn du die zwei Punkte... Nee, ich kenn mich mit Autos denn aus. Ich geh da ran, wo offenes... Dann... Nein. Nein. Oder lass dich nicht erwischen, du Dummkopf. Ich wollt grad sagen, wenn du... Woher auch immer die wissen, dass du aus deren Koffer rum Sachen geklaut hast. Wenn Punkt eins und zwei... Vor allem war ich am Ende der Galaxie... Äh, geil. Hallo, Ronny. Du stimmst den Punkten eins und zwei zu. Ne? Du gehst an keine Jügelös mehr. Dafür lässt du dich dann bei anderen Autos nicht erwischen. Du guckst, ob weit und breit keine Sau da ist. Okay? Ja. Und dann guck, dass du die billigen Autos knackst am besten. Weil... Aber da ist doch nichts drin. Da ist eine Erdbeeren drin. Was soll ich damit? Ja, weiß ich nicht. Machst... Bondü. Okay. Noch elf Stunden und fünf, vierze Minuten. Sollen wir schon mal die Kartons packen? Kannst du dich einfach mitnehmen? Ich glaub nicht, dass die den bei sowas gehen lassen. Normalerweise kannst du... Nimm den einfach mit. Ne? Weißt du was? Ich müsste unterschreiben. Ich bin Notfallkontakt. Ich bin auch Notfallkontakt. Ja, ich hab ihn eintragen lassen. Ja, aber ganz ehrlich, Peanut macht das nicht. Warum? Wir kaufen ihm ein Dings, ein Toupet und dann sieht keiner, dass der verletzt ist. Okay. Aber was ist, wenn was passiert? Wenn er wirklich was Schlimmes am Kopf hat? Der hat schon immer was am Kopf. Stimmt auch wieder. Können froh sein, dass das Ding da oben aufgemacht wurde. Kann ja heiße Luft entweichen. Oh, da gehst du schlafen, Pinsel. Mach den entspannen im Bett heute. Meine Muscheln sind dabei. Egal. Ja, ich will mal intensiv drüber nachdenken. Was anderes bleibt dir hier und nicht übrig. Wollte gerade sagen, es ist ja auch eine Intensivstation. Und glaub ja nicht, dass die sich jetzt um dich kümmern. Du wirst ja einfach liegen. Ja, dann ist ja das. Aber so ist das Krankenhaus Nummer. Ja. Kennst du? Ja. Komm mal kurz. Meine geile Zeit, tu mir leid. Toll, ich wollte heute mit dir auf eine Beachparty. Wieso wollte ich mir das Gehirn auf? Ja, weil du Hirnblutungen hattest. Die mussten Pflaster auf dein Gehirn machen. Sonst hält die Blutung nicht auf. Ja. Ja. Und dann kühl, pack drauf und fertig. Ja. Du musst aber nur beim Gehirn operiert werden, hat der gerade gesagt. Nächstes Mal, wenn du die Schulter schießt, 17 Mal. Weil du kriegst eine Pflaster. Ja, und wenn du eine Kette anhast, kannst du die Schüsse sogar nur überleben. Ja. Das ist ein kleiner Durchschuss. Oh, noch einer, noch einer, noch einer. Aber das dauert doch nicht wirklich zwölf Stunden. Nö. Ansonsten besorg mir neue Klamotten. Okay. Jetzt ziehst du mich hier um. Ja, willst du abhauen? Dann schmuggelst du mich raus. Aber denk dann, wenn dann was passiert, müssen wir in ein Angriffskrankenhaus, ne? Ja, oben ist mein Hausherst Riccardo. Okay, ich geh die neuen Klamotten besorgen. Alles, Schuhe, Hose, Dings. Schuhe, Hose, T-Shirt und ne Kappi. Ja. Bist gleich. Danke. Warte mal. Komm, gleich wieder, ich hab ein Kunde. Ja. Also. Ja, schwierig. Zwölf Stunden auf einem Software-Server, Alter, das würde ich auch nicht machen. Vor allem nicht, wo bin ich, Alter. Vor allem nicht, wenn die Leute 50 Mal angeschossen werden und nach einer Stunde wieder gehen dürfen. Aber es kommt drauf an. Wenn die viele P mit dem machen, dann okay. Was darfst du denn, Helmut? Wer noch? Mein Frosch hat Kuchen gegessen. Sicher wieder. Hey, du'n Durchbringer. Hi. Hi. Wollt ihr Hashi sehen? Nee, gerade nicht. Dann nicht. Bofi? Hallo. Servus. 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 Okay. Okay, der ist Flanker, ja. Schnell. Nur, wir holen ihn jetzt einfach da raus auf seine Verantwortung. Boah, ein paar schicke Klamotten. Da hat er, befürchte ich halt auch. Geh mal im Discount-Store. Kleine Zeit jetzt für dich. Rosa. Trainings-Rosa. Nein. Du, 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 du. Und ne Kappi. Und Schuhe. Danke. Ich finde, sie wurde brutal zusammengeschlagen. Aber Willi sagt bestimmt, nein, macht das nicht. Der Ronny legt sich so eine Stunde hin, hat er gesagt. Was? Hallo? Der Ronny hat gesagt, er legt sich so eine Stunde hin. Gar nicht. Er redet da, hallo. Doch. Hallo. Hallo. Ist der Pindel schlafen? Ja, der hat gesagt, er legt sich eine Stunde hin. Okay, dann gehe ich mal zum Tierarzt. Joch. Na gut, Kati, ich will euch... 100% Finde, damit die abhauen. Ja? Du gehst nicht schlafen, ne? Nein, bist du da? Ich habe die Finde gerufen. Ich habe alles besorgt. Okay. Ich komme. Okay. Gleich. Ich will nicht schlafen. Warte. Wir müssen noch kurz warten. Ja? Da stehen ganz viele Arztetoten. Okay. Achso, warte, bevor du mir weißt. Ich muss... Ja. Du musst kurz warten. Ich muss... Es noch... Ich gebe dir die Sachen, ne? Ja, gleich hier schon wenig. Ja, dann rufe ich dich an. Und dann gehe ich nach vorne und gehe mit der Ärzte ablenken. Und wenn ich sage, ähm, Klabusterbeeren, dann weißt du, dass du kaum... Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Dann weißt du, dass du rauslaufen kannst. Die Tür ist vorne auf. Dann lauf zum Taxi, okay? Kannst du... Ich brauche ein neues Code-Wort. Okay, ähm... Oklahoma. Aber da geht da. Oklahoma. Oklahoma. Oh, aber der muss mir noch helfen. Ah, scheiße. Was denn? Der muss mich noch... Was denn? Der muss mich noch einmal abschicken. Warum? Damit ich sicher bin. Soll ich die holen und sagen, dir geht's nicht gut? Ja, der muss einmal rüberkommen. Oh, bist du doof, oder? Eigentlich schon. Wir gehen ins andere Krankenhaus. Okay, okay. Willst du den Sack haben mit den Klamotten? Ja, gleich. Ja. Kannst du mir beim Essen helfen? Ja, klar. Komm, Aschi, du auch. Hier. Der hat auch Hunger. Los. Was? Oh mein Gott. Lieg einfach neben dem Bett. Nicht so viel. Du musst auch was essen. Ja. Die Fetschki. Telefon. Ja, ich brauche mein Taxi. Wie? Das war es für dich. Ja, ich brauche mein Taxi. Ich habe mein Auto nicht hier. Ja, da will der mal einen kleinen Moment. Ja, das ist okay. Ich bin dann bei 51. Ich habe die Stadtkarte nicht. Ach so, äh, wir treffen uns bei Parkhaus 22. Parkhaus 22. 22? Ja, 22. Gut, das gleich. Das gleich. Okay. Alter, ich höre jemanden kommen. Ich höre jemanden. Okay. Alter. Die Luft ist schwein. Oh mein Gott. Was ist denn das für ein Bett? Oh. Okay. Da. Ähm. Ja, das reicht. Nein, das reicht nicht. Doch. Einen Moment. Nein, du bist so ein Dummkopf. Nimm das. Und das. Ja. Nein, warte, 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 warte. Nein, ich habe nur so viele Telefone. Eik. Ach so. Und das. Fuck. Und das. Nein, du kannst dich jetzt noch nicht umziehen, du Idiot. Du bist ein Idiot. Was? Du bist ein Idiot. Weiß. Schnell, schnell, schnell. Was soll ich tun? Mein Telefon schon wieder. Du sollst die Sachen nehmen. Die Hose, die Hose ist wichtig. Warte, dann kriegst du ein... Nimm. Du bist so ein dumm Kopf. Geduld. Hier, nimm das. Ja, tu einfach da alles hin. Nein, ich gebe dir das. Ich habe nachher bestimmt Hunger. Ja. Dann geh mir was Neues drauf. Wo ist das denn? Aber die Fetschki ist ja wichtig. Hey. Fetsch. Warte. Okay. Nimm die Hose. Hm? Oh mein Gott. Ich habe nur noch Schuhe. In meiner Tüte. Ich habe schon Schuhe. Aber du... Stimmt, okay. Mann! Lass mich in Ruhe. Du rufst dir mal an. Ich ruf dich jetzt an. Und wenn ich Oklahoma sag, dann rennst du wie raus, links und dann wieder links, okay? Und dann ist ein Taxi. Rennen? Ja, laufen, wie du kannst. Ich gehe ganz entspannende Felsen auf, oder? Okay. Und wann ziehe ich mich um? Warte. Warte, ich glaube, ich muss nicht erblicken. Zieh dich mal um. Schnell. Ja. Der Gang ist frei. Der Gang ist frei. Zieh dich um schnell. Komm raus. Ja. Boah, ich bin nervös. Okay. Komm jetzt. Komm. Nicht, oh mein Gott, du rumpelst. Ja, ich habe dir gesagt, die müssen nochmal gucken. Warte. Bleib hier in den Gang. Warte, warte. Komm, 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 komm. Komm, komm, komm. Komm. Komm, komm, komm. Die sind alle umgedreht. Komm, die sind alle umgedreht. Moni! Moni, musst du noch eine Rechnung bezahlen? Ach, das ist nicht Roni. Das ist Maximilian, das ist nicht Roni. Ah, ja. Schnell, schnell, schnell. Tag ein. Schnell weg hier. Schnell weg hier. Hat keiner gemerkt. Woher zur Hölle möchte er wissen, an die Stein war. Ja, ihr kennt ihn doch, Drohne. Gib sie auf ihn hin. Und jetzt wird er jemals sehen. Roni, Samjahn. Nee, Roni schläft. So, brauchst du Schmerzmittel? Hier ist eine Apotheke. Nee, ich brauch einen Check. Ja, scheiße. Oh mein Gott. Wir tragen schon Piene. Die kennt vielleicht jemand. Okay. Scheiße, ich muss mich aus dem Dienst melden. Wo? Wo hast du das? Na, beim Taxi. Sonst gucken die im Dokument und sehen, dass ich irgendwo auf der Insel rumrennen mit der Drohne. Ich hab dich befreit. Ach, du hast mich gerettet. Parkus, 22. Vielleicht kennt schon Flieh... Aber wenn du am Gehirn noch pariert werden musst, ne? Das kann man nicht auf der Straße machen. Nee. Nee. Dann fahren wir auch ins Krankenhaus. Haben die die gleichen Atten oben? Ich weiß nicht. Ich glaube, ja. Scheiße. Egal, wofür. Meinst du, wir kriegen... Oh mein Gott. Meinst du, wir können einen Arzt bestechen, der mich einmal abschickt, ohne sein? Einzutragen? Ja, aber was soll der dich abschicken, wenn du... Du musst... Wir müssen erst mal ne Perücke kaufen. Ja. Du brauchst ne Perücke. Oh Gott, Frau am Steuer. Mach den der da. Der hat auch die Ruhe weg. Die Schatten. Oh mein Gott. Schlimm. Zieh dir mal was an. Mann, ich komm von der Strandparty. Wo möchtest du hin? Zum Krankenhaus. Zu welchem? Ja gut, wir fahren nochmal nach oben. Ja, hier unseres. Oben oder unten? Ja, das hier in der Stadt. Billbox. Warum nicht oben? Um ist toller. Ich möchte zu Hans, der im Krankenhaus ist. Achso. Wer ist denn das? Hans-Peter. Achso, der hat nen Unfall, ne? Ja. Das hier ist nicht Pinsel. Das ist Maximilian. Hallo, Maximilian. Sag hallo, Maximilian. Hallo. Der ist ein bisschen Social Dark World. Das ist ein Weirdo. Okay. Der guckt an, die Mies. Naruto Shippudem und so. Wahrscheinlich auch solche Schmutter-Filmchen. Ja. Ha-Ha-Ha-Tai. Ha-Tai-Filme. Da machen die so... Da kennt sich ja bei einer aus. Oh! Pfft! Oh! 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 Ja. Komm, steig ein, schnell! Ist kostenlos. Oh, ich hab... Ich hab euch angerufen. Ihr seid nicht erreichbar gewesen. Komm, komm! Und unter der Hingel. Das ist Polizei-Verrorstelle. Okay. Oh, aber du bist zu. Oh. Jetzt. Das ist cool, danke. Kein Ding. Das ist von Fino und Maximilian Hallo Freut mich, Erik Jo Jo, Maximilian ist ein echter Gangster Oh oh Muss ich jetzt Angst haben? Nach der Rede nicht, viel keine Sorge Okay Alles nicht so schnell Oh Gott Oh Sag dem Chef alles Gute Ja, mache ich Soll ich ihm einen Kuss hier geben? Ja Na klar, mache ich doch Auf den Mund Tschüss Tschüss Ich hasse das, wenn die Türen nicht zumachen Unverschämt So Pizza einfach warst du, ne? Jo Ist kostenlos, kannst du aber nicht sagen Wollt kurz den Trinkgeld geben, wenn du willst Das kann ich gerne machen, ja Aber ba auf Kralle, Bruder Ich hab nichts dabei Ich kann dir einen Burger geben Nee, dann egal Na gut Da sind wir Jo 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 Bis dann Wir geben jetzt erstmal nur Dingskauf Oh Ich hab gewusst, die Sprache mehr brauche ich noch irgendwann Was? Ich hab gewusst, die Sprache mehr brauche ich noch irgendwann Was für eine Sprache brauchst du? Ja, die Sprache mehr Willst du hören? Warte Oh mein Gott Voll auf Jo Jo Jetzt hab ich halt mal aufgenommen Und hab das auf dem Handy Jo 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 Wir brauchen einen Friseur Mit guten Extensions Am Strand ist einer Oh mein Gott Und dann fahren wir hoch Ah, die wollen den Ausweich sehen, ne? Ja, aber ich hätte Ich hab einen Hausarzt Wen denn? Yes, ich glaub ich kann ihm vertrauen Er soll mir helfen Oder du Downtown Cap, Taxi Peanut am Schlüssel Hallo, ich brauche Taxi bei der Beach-Arty Ja Okay Mörder, bist du es? Ja Ich komm Komm zu dieser Garage da Ja, mach ich Zwei, drei Minuten Bis gleich Bis gleich Die haben wir mal gute Gute Haare Okay Komm Hab ich dir echt frische Klamotten besorgt? Ja, danke Wie hast du denn geguckt? Zwei Sekunden 20 Sekunden? Ja Ja Du brauchst was Auffälliges, Unauffälliges Ja Ein schönes Toupé Irgendwas Du sagst Malte, wir kommen sofort Du brauchst was Auffälliges, Unauffälliges Oh, das ist eine gute Frisur Oh Nee Nee Ja, Pinsel Ach Das? Nee Nee Das geht mit Pi Aber dann wissen die das doch Ja, ja Mach nicht die Oh, ja Die Hä Nee, den Pferdeschwanz Das? Ja Das sieht gut aus Jetzt bist du Ronny Mach noch andere Haarfarbe Nimm dir das in der anderen Haarfarbe Das Toupé Orange oder so Orange Rot ist auch gut Ja, Rot Die Farbe steht dir So? Ja Kauf die Okay Geben dir auch direkt Bastelkleber dazu Ja, passt so Danke Mach eine Tüte Eine Tüte Willst du rauchen? Ja Denkst du? Was denn? Also so jetzt? Ja Perfekt Komm Das geht von den Langstrumpf Wir müssen den Mörder abholen Sieht ja bestimmt hinten im Spielsaal aus wie ein Pinsel Oh Gott Oh Gott Ich erkenne dich aber keine Ah Du musst ihnen noch einen anderen Slang anmachen So Ja, wie soll ich das machen? Oh Chef, ruft an Ja, Chef Ja, ein Toxie für drei Personen am Krankenhaus Besser Das dauert aber einen kleinen Moment Wie lange ungefähr? Ich habe drei Leute in der Pipeline Ui Und ich bin der Einzige, der pfört Ui Okay, Adela joggt eben halbnackt zum Taxi und holt ihr Auto Okay Taxi Ich leuchte, final Was? Muss ich nicht kommen? Musst du nicht kommen Okay Adela holt ein Auto Okay, da wird Pina trotzdem Tschüss Tschüss Oh nö Ich weiß ja, was Ich verstehe Da kann man den Motor ausmachen Mann, ich bin voll unter Zeitdruck Unter Zeitdruck Ja, ich schaffe hier nichts mehr Ja, Frau Fischer, dann erzählen Sie doch mal, warum wir hier überhaupt stehen Ja, interessiert mich wenig, Geisterfahrer Nein, nicht Geisterfahrer Du bist auf der falschen Straßenseite gefahren Mein Frosch hat mich abgelenkt, tut mir leid Vielleicht solltest du kein Taxi mehr fahren Tag zusammen Tag, Herr Fischer Guten Tag Ja, dieser will meinen Führerschein klauen Was hast du denn gemacht? Ich bin aus dem Falsch abgebogen und dann bin ich im Gegenverkehr aus der Seine gefahren Weil ich bin Leitstelle und bin Einzige Nö, da machen viele die Ecke, weil da vom Parkplatz auf dem Weg zum Highway, da ist nur eine Einbahnstraße Ich hab mir noch nie was zu Schulden kommen lassen Im TC, sind Sie sicher? Ja Meine Bestes rein Ich geh doch zu Fuß Toll Kann man das nicht so klären, irgendwie, Herr Fischer? Ich weiß ja nicht, was genau er gemacht hat Außerdem hat Hashish mich abgelenkt Ja, das ist, äh, der, äh, äh, die Kollegin Die wird jetzt erstmal den Führerschein kontrollieren Ich check eben in der Nebenzeit schon mal ab, ob wir im TC-Verfahren schon was gegen sie haben Oder schon hatten Was ist ein TC? Perfect Code Ne, hab mir noch nie was gemacht Na, da guck ich selber mal nach, na, dann hören Sie mal der Kollegin zu Danke Ach, Peanuts Was soll ich machen? Ich hätte gerne Ihre Fahrzeugpapiere und Oh, den hab ich auch in Portemonnaie Fahrzeugpapiere hab ich keine, das ist ein Taxi Dann Ihr Ausweis bitte und Führerschein Die Papiere hätte ich sonst, aber Das ist mein Ausweis Na, stopp Ja, also Sie haben gerade Ihren Asch rumgewühlt und wollen wir das Nein, 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 nein Nein, 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 nein wenn aus malz bei tc verfahren schon gehabt in parken und gefährdung gar nicht gefährdung doch niemals das ist nicht wahr danke was soll ich denn mit deinem führerschein geblüten bitte weiter ich bin noch nie angehalten bieter nein wurde ich nicht das mit dem parken haben wir schon geklärt ja richtig gab es noch nie angehalten ob sie anhalten oder darauf angesprochen werden weil sie da schon stehen macht keinen unterschied tc stc verstoß gegen park und halteregelung auch am 28 2 sind sie auch schon mal aufgefallen lass mich mal zum herr fischer hier peter kann man das mit einem bußgeld machen der fischer ja wir nehmen den schon nicht mehr so ist das ich habe ja das ist mir klar aber ja peter wenn das teuer wird dann nimmt statt vom firma okay macht hat deswegen frage ich ja gerade womit können wir rechnen oder er das gebe ich dir wieder peter habe ich ja gerade frisch gehört ja das ist ein freund der haschisch da war der jungen dame den frosch meinen sie meinen vorschlägen wir haben ein präschen ja ja im auto das erkennt man an der sonnenbrille coole neuen uniform haben wir das kann ruckzuck für sie 20.000 dollar kosten ich hab keine 20.000 ehrlich jetzt so viel von der maximal strafe nicht von zwei verfahren zwei vergehen haben sie sich auf in der rosette rum zu poolen mein stuhl mein frosch wieder weg woher haben sie gerade sich den frosch in den arsch gesteckt haben sie den sumpf verarscht oder was und die 20.000 zahl ich nicht da feif ich drauf wenn wir jetzt noch weiter frechst dann über tun wir das noch weiter erhöhen ja und mir egal peanut bitte nö das ist doch fahrlässig hier peanut eine minute schweigefuchs nö habt ihr immer so unkompetente leute im taxi ne junge frau also das ist der ist nicht unkompetent da muss ich sagen er ist wirklich ein guter taxifahrer wirklich genau ja aufgrund schon zwei tc verfahren kriegen sie ihrem bußgeld von 7000 dollar wegen der gefährdung ich meine das ist eine halbe abfahrt die bremmer nach unten wie sonst was hart arbeitende leute anhalten und verhaften und bußgeld aber die ganzen gängig die kriegen bußgeld ja und was wenn ich das nicht zahlen kann ja dann werden sie verhaftet landen im knast ja wenn sie aber was nennst du 7000 dollar ja ich hab 10.000 dollar noch ach na klar sollen wir zur bank fahren ja sie haben den job die haben die möglichkeit sogar noch fotos einzureichen da war immer noch was haben sie immer noch nicht wahrgenommen wenn sie nicht arbeiten kann ich doch keine fotos machen das einzige was ich sehe ist wie sie durch die stadt gejagt werden von irgendwelchen ging es dann ne doch also tiefer runter geht es nicht mit der strafe jetzt also 7000 sind jetzt 7000 von der maximalen 20.000 ist schon ziemlich weit runter dafür dass der herr schon zwei tc verfahren hat und wenn wir vielleicht ihn weiß ich ja nicht auf den türkischen bazar ok nein ich dachte vielleicht wenn er da mal weiß ich nicht bei euch was macht dafür keine ahnung kaffeteria putzen oder eine stunde da aushilft rechte essen du sollst nichts essen da du sollst den polizisten weit unterstützen oder essen machen ich glaube nicht dass irgendwelche kompetenzen soweit reichen könnten was sind denn kompetenzen ihre fähigkeiten welches nach wischen sie den boden sind sie nach dem ersten flur aus der puste na und kühlschrank ist ja ich halte dich für ziemlich lustig ne ja doch darüber mach ich es wie siehst du ist also die resonanz ist gerade ganz gut von wem von mir von mir sag ich das so ja du alten kicker du die da pass auf du was ja pass auf du was ist das jetzt ne drohung ne da gibt's schnell mal ein fluchtticket ich war schon im urlaub was ich kann dir gerne einen wochen pass nach hawaii geben das ist nicht schlimm ja ich komme auf jede insel was 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 ich war schon beim hey newbie ja auf die insel kommen sie auch ja da war ich im urlaub haben ja auch bonus ne wie bonus ja Bonus Bonus sie kommen auf jeder insel sagen sie ja Parfüm Parfüm ich hab wirklich nur 10.000 Dollar ich kann ein Kollege für sie zahlen wieder schulden Pina zahlt das jetzt ich geb dir das gleich wieder okay dann stellen sie mal bitte Pina ein Ticket aus für 10.000 Dollar äh 7.000 ähm Fischer ich geh mal schon mal rüber ja Pina ich grüße gleich wieder die Bikini Girls warte okay schön zusammen danke Herr Fischer ja ja 7.000 oder was 7.000 ja okay ja ja ich bringe Part 3, Chapter 2, Title 4 4F Gefährdung des Straßenverkehrs gar keine Gefährdung doch wenn sie so fahren ist es eine Gefährdung ja mhm und das ist immer inkompetent ich würde jetzt aufpassen ich wusste ja nicht dass 7.000 mit F geschrieben wird was sag mal die Kollegin wollte gerade okay du bist so cool Jungen das klingt richtig was ist das denn ja kriege ich jetzt mein Ticket oder wollen sie wieder mein Auto klauen ja haben sie jetzt das Ticket ausgestellt? nee ja dann nochmal bitte ich stehe vorne übrigens ich weiß wo sie stehen ja war gerade mal hier oben ich wollte mir mal ein Appell zugucken ja im Strand lang unten ins Gegend mhm ja was das ist mit 7 und 3 Nullen ne ich weiß ja für dich ach so ja ich hab Spaghetti Arme aber aber die Beine die müssen muss ja andere andere joggen nicht Fahrrad ich wollte mir hier bei der Party vorbeischauen ich kann was passiert dir? ja bitte ist die in der Falte? nee ich kann die nicht bewegen Hilfe aber die schreien ganz schön hell ja das ist äh Atomkraft ähm wo ist ich muss kurz auf Klo ja geh mal kann ja 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 die 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 verpackt ja ja ich kann es re-starten dass man sowas geahndet wird. Oder man dafür bestraft wird. Wegen dem Sink, Alter. Ich weiß ganz genau, dass Twinkie vernünftig geparkt hat. Damals am Hotel. Und dann kriegen wir einfach ein Ticket dafür. Das ist das richtig Ding. Hat die die Rechnung jetzt bezahlt? Ich weiß nicht. Irgendwas ist gerade ganz schief gelaufen. Das ist von Fischer die Perle. Die war da auch schon viermal im PD. Ja, ich habe der eine Rechnung ausgestellt und die mir gleichzeitig. Deshalb ist er das Menü verpackt. Keine Ahnung, ob die die gezahlt hat. Ja, Gigabyte ist auch noch so ein Thema. Aber ist halt Softcover. Das ist scheiße. Ich will mich nicht darüber ärgern. Ich finde auch, dass die lieber solche Sachen wie beim Pinsel jetzt oder so. Oder guck mal, unsere Anzeige. Ist immer nur nix, bald rumgekommen. Darum kümmern sollten. Aber da haben sie wieder mit Gingings zu tun. Okay, ist auch für Mütze. Und? Okay, das ist einfach so ein Thema. Okay. So, okay. So, okay. So, okay. Okay, wir versuchen zu. Okay, wir machen. So, okay. So, okay. So, okay. So, okay. So, okay. Ja, also ich empfehle ich nur aktuell ein bisschen unauffälliger zu sein. Drei Verfahren, das heißt, das nächste Mal wird es noch teurer. Nicht rein, ich wurde noch nie angehalten. Ja, aber die wurden darauf angesprochen, weil sie falsch geparkt haben. Sie haben jetzt drei Einträge. Ich würde das gerne erklären mit dem Falschparken, aber egal. Ja, können wir gerne machen, wenn Sie sagen, Sie waren das nicht. Aber es wurde so eingetragen. Können Sie sich nicht mal erinnern? Wir waren doch schon mal da. An der Verwahrstelle waren wir schon mal, Dieter. Wo denn da? Ich weiß ganz genau, dass Twinkie vernünftig geparkt hat, aber wie soll man das erklären? Ah ja, okay, verstehe. Also ich kann mal ganz kurz eben nachgucken. Peanut, ne? Peanut. Da mussten wir doch auch nichts bezahlen, Dieter. Ja, weil wir da einen Deal hatten. Ja. Richtig. Ich würde Boutes machen, aber ich sehe nichts. Ja, aber wir haben genug Einsätze. Ja, dann muss ich Polizei Funk hören. Ja, nee. Ja. Mein Gott, halt die Schnauze, Junge. Die MCL, du Fotze! Ah ne, ich meine YMCA, das ist ne gute Band. Nein, die MCL war schon richtig, du Arschloch. Ähm. Und ich wurde doch noch nie verwandt, ich wurde noch nie angreifen, noch nie. Die OG-Personen, achso, die oben genannte Person, parkte ihr Fahrzeug, mal wiederholt, mal mitten auf der Fahrbahn, an der gleichen Stelle. Stimmt nicht. Mehrere Tage, mehrere Tage falsch geparkt. Äh, 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 waren Sie das hier mit dem Auto? Äh, nein. Okay. Vielleicht? Doch, also, ich wollte, ich wollte das, ich wollte das, ich wollte das, ich wollte das, ich wollte das tatsächlich nur feiern, weil, ähm, ich gerade den Anruf von Ihrem Instruktor bekommen habe. Ist ja auch okay, ich habe damit keine Probleme, aber andere würden keine Musik. Ja? Warum nicht? Musik ist toll. Weil das Angsthasen sind. Ja, egal, lassen wir nicht darüber reden, ne? Das sind die, die mit Gummikondomen ficken, die stehen nicht auf Risiko, dass die im Vorhörer schnell rausziehen. Wer, 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 wer zieht, ja. Risiko. Ja, okay, gut, dann weiß ich Bescheid, was auf mich zukommt. Und dann hör mal was von Prezel Rocks, die machen gute Mucke. Wer? Prezel Rocks. Gott. Lost. Oder Epidemic Sound. Das ist ja so, weil, die sind free, ne? Ja, genau, die sind NCS, no Copyright, oder was? Für mal ein bisschen Freebeats hier, Bruder. Geil, Alter, YouTube-Hintuch. Aha, falsch parken, abgeklärt mit Fischfisch. Abgeklärt mit Fischfisch. Ja. Aber diesmal nicht. Ja, diesmal habe ich einen Fehler gemacht. Haben Sie recht. Aber wie kam denn der Asera und so auf diese Parkfläche dahin? Ich habe nicht, keine Ahnung, wo der war. Dann in LSE Go 803. Das ist nicht mal unser Auto, das war nur geliehen. Und eigentlich stand das immer, wenn mehrere Tage falsch geparkt wurde, vor dem Hotel. Ja, genau, da wurde es abgeschleppt. Am Hotel, vor dem Hotel, am roten Kahnstein. Ja, war kein roter. Wir haben immer vor der Tür geparkt. Und da ist kein roter. Ja, da können Sie halten, nicht parken, ne? Was denn? Wenn da kein roter Bügelsteig ist? Also, wenn, also so mitten auf der Straße? Nee, das war auf dem Bügelsteig so. Und mitten, wie man halt parkt. Herr Peanut, ich habe die Beweisfotos hier auf meinem Handy. Ja. Herr Dieter, was soll ich Ihnen sagen? Das ist halt Ansichtssache, ne? Gucken Sie mal hier auf dem Handy. Oder haben Sie gerade mein Taxi repariert? Nee, ich war kurz weggelaufen, ne? Gucken Sie mal hier. Ja, ich sehe nur dreckige Fingernägel. Ja, tut mir leid. Der Letzte, der sein Ticket nicht bezahlen wollte. Ja, das stand halt niemals so da. Hm, okay. Aber egal. It is what it is. It is what it is. Ja, aber das müssen Sie auch verstehen, ne? Gerade stimmt. Aber das sind die Parten. Wir wissen doch, wie es hier läuft. Ist so. Macht nix. Ansichtssache. Wir fahren weiter. Okay. Ich merke echt, wie es hier läuft. Ganz andere Welt gerade. Glaube ich nicht. Doch. Nein. Hier ist jeder Fußballprofi, wie viel jeder kickt. Ja, und bei dem Transfermarkt sowieso. Ach, hört mich auf. Da darf ich da nicht über nachdenken. Ehrlich. Irgendwann werden die Zeiten besser. Na, ich glaube nicht. Doch doch. Das Hopf und Mainz verloren hier. Nein, 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 nein. Aber überall. Aber schöne Klamotten. Ja. Ist nicht die letzte Lieferung. Vielleicht finden Sie ja auch, was sind Ihre Zeltgröße. Ja, ich guck mal. Ich kann Ihnen da den Def-Shop empfehlen. Da können auch kette Leute einkaufen. Was ist denn? Den Def-Shop. Den Def-Shop. Da kippt wieder Zeitungsartikel auf, Dieter. Jetzt gucken Sie doch mal. Def-Shop. D-E-F. Wo finde ich den? Ja, im Internet. Im Internet? Ja, ja, ja. Du meinst auf dem Handy mit der App? Ja, ja, genau. Aber wenn ich da draufklicke, steht hier, können auch die Settings sein. Die sind ein richtiger Profi, ja? Die kicken richtig. Du kickst, Dieter, du. Nee, 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 nee. Na klar, du nimmst voller Wully. Gut. Ich muss jetzt, ich hab' ein Kunde. Geben Sie gute Fotos ab, dann haben Sie doch richtig viel Kohle. Ich schwöre, ich find' nix. Ich hab' ein Foto, wo Sie so stehen, so wie Muskelmann. Ja, und dann hatten wir gestern, hatten wir Geiselnahmenschießereien, dies, das. Ja, wie soll ich das mitkriegen? Ich bin ein einfacher Bürger. Ruf, ruf, keine Ahnung, informieren Sie sich. Ja, wo denn? Ja, frage, aber, man hört doch die Tatütata, wenn die irgendwo unterwegs sind. Ja, die hört man aber auch, wenn die nicht da draufkommt. Nee, das sind die Abschlepper. Ich muss, ich hab' seine stundigen Kunden im Auto. Nein, der ist zu Fuß zu weiter gegangen. Nee, hier sitzt doch einer. Ansichtssache. Oh mein Gott. Hier sitzt wirklich einer, da hinten vorne. Das ist der Maximilian. Hat'n Zopf? Ja. Jo. Oh Gott. Okay, alles klar, schönen Tag noch. Tschüss. Hast du eigentlich einer in der Waffe? Scheiße, Mann! Wie lange willst du mich neben der Polizei stehen lassen? Warum, du wirst doch nicht gesucht. Was soll ich machen, das sollte Dieter. Jo, aber wenn die wissen, Ronny ist hier unterwegs und dann... Boah, willst du jetzt meckern? Ja, ich bin fast eingebettet. Ja, dann steig doch raus und sag Jo. Ich hab Jo gesagt, keine Reaktion, nächstes Mal ruf ich dich an. Musst du lauter Jo sagen. Hast du deinen... Hast du deinen Arzt angerufen? Natürlich nicht. Ja, warum nicht? Das hättest du doch machen können, der zahlt. Ich wollte einfach nur weg und hab gedacht, wenn ich aussteig, dann krieg ich jetzt einen direkt auf der Mappe. Warum solltest du das bekommen? Weil er der Polizeichef war. Aber du darfst doch auf eigener Verantwortung aus dem Krankenhaus gehen. Warum hast du mich dann rausgeschmuggelt? Weil mir das jetzt gerade erst eingefallen ist. Oh. Ja, der Arzt ist nicht da. Dann fangen wir jetzt nach oben. Und was soll ich sagen, wegen Ausweis? Oh Mann, der kennt doch meine Stimmung. Ja, dann sag Jo. Okay, warte mal, ich hab ne Idee. Ja. Du sagst, der Mann ist sch... Dumm. Taub. Taub schnull. Ja, irgendwie sowas. Ja, aber dann will er, dass ich dir übersetzen mit Gangzeichen, dass du den Ausweis zeigen würdest. Dann zeig ich mit Gangzeichen zurück, von wegen hab ich nüt. Wir sagen, dass du ein Zeugenschutzprogramm bist. Ja, perfekt. Dann brauch ich aber ne Maske. Nein. Okay. Mann, wir gehen einfach und du zeigst deinen Ausweis. Und wenn die sagen, Jo. Du hast da und dann sagst du, Herr, stimmt nicht. Da haben die wohl einen Tippfehler gemacht im Namen. Ronny Hobbs. Was macht man aus Ronny? Tommy? Tommy. Tommy Klotz. Wir versuchen einfach unser Glück. Wenn nicht, schreien wir und hauen ab. Okay. Wir labern hier einfach voll. Okay? Jawohl. Und heute Abend muss ich mich wieder ins Krankenhaus schleichen, da hinlegen, auf Bett. Was war das denn? Was war das denn? Hat er seinen Hund aus dem Fenster gehalten? Weiß nicht, ich brauch so ne Hupe. Ach, wir sollen dich auch wieder ins Krankenhaus schmuggeln. Macht doch mehr Sinn. Dann wissen die, dass ich nie weg war, oder? Ich denke, ich schlafe. Ach so, und wenn du schläfst, bist du unsichtbar. Du bist so ein Knallkopf, der Junge hat das Maul. Wieso? Ich hab's für den gesagt, ich geh jetzt schlafen. Ja. Und wenn die Decke wo mit drüber ist, sehen die das nicht. Ich hab mit Kissen ausgestopft. Ah. Ah. Ja. Ich dachte, wir sind am Kopf. Also, gegen Verkehr, RIP. Wegen dir wurde ich angehalten. Warum? Ja, wegen Geisterfahrten. Wann denn meine Schuld? Ja, weil wir schnell mussten. 7000 Dollar musste ich zahlen, Mann, ich bin so pleite. Ja, und die Schuld ist mir auch 9,60. Ja. Und eigentlich 70 mit den 10 von davor. Ich fliege bald wieder zurück nach Arizona. Ich war halt einfach. Versinke ich hier bald noch mit Kriminalität? Wir tun einfach so, als wissen wir von nichts. Ach du Scheiße. Oh Gott. Ach du Scheiße. Noch besser, das heißt, hier ist viel zu tun. Ach Scheiße, leg mir im Arsch. Wir haben aber heute nur Pech, Alter. Jupp. Oh, ne Stimme. Soll ich dir vom Kehlkopf treten? Was? Soll ich dir vom Kehlkopf treten? Dann? Ja, dann hast du eine andere Stimme für ein paar Minuten. Ja? Ich kann dir auch so einen Karate-Schlag geben. Was denn? Das ist eh egal. Du musst deinen Ausweis so oder so zeigen. Ja, deswegen ist es so egal. Ich wollte gerade zuhauen. Ich war schon drauf vorbereiten. Aber ich glaube, dann wärst du am liegenden Lütscher. Nö, eine hätte ich schon getankt vielleicht. Ich hätte aber zwei hintereinander gegeben. Kombo. Ja gut, dann request kann. Request the medic. Oh Mann. Ach, vielleicht kennen die mich ja auch hier oben gar nicht. Ach. Das sind doch alles lange da. Was soll ich ihm sagen? Guck mal, mein Kopf. Ja, dein, 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 nee, dein Kopf ist ja, wir haben ja eine Perücke gekauft, das sehen die ja nicht. Okay, dann. Wo hast denn du Schmerzen noch? Er soll meinen Kübel ja auf die Brust legen. Nein, der hat doch vorhin irgendwas gesagt, der Arzt. Du hast irgendwelche Dings. Na ja, so. Er hat immer Thoma. Jo. Wo? Rutsch hat er gesagt. Ja, dann sag du, du wurdest auf die Brust geschlagen. Okay. Oh nee, das ist der. Er ist hier durch. Nee. Aber der kennt mich. Der hätte würde ich schicken. Hallo. Oh, sind sie am Telefonieren? Gut ist, danke. Nein, Peanut. Hallo. Hallo. Mein Kumpel, mein Kumpel wurde auf die Brust geschlagen. Okay, das schauen wir sich gleich an. Ich muss noch schnell noch anfunken. BCRTW2, du fährst bitte zur Brücke vom Lonely Gentleman, Postcode 6016. Eine verletzte Person. APD vor Ort. So, kleinen Moment noch. Aber Herr Chefarzt. Ich bin nicht der Chefarzt. Aber Sie sind der kompetenteste Doktor, den ich irgendwie gesehen habe. Dankeschön. Wir haben ein Problem. Ja. Der Lonely darf nicht nur mal verletzt werden, weil sonst verliert er seinen Taxijob. Achso. Weil die letzten Tage oft verletzt war. Ja. Und wenn das eingetragen wird, dann kann es sein, dass der Hase Peter Ärger macht und der hat seinen Job verliert. Achso. Weil der muss heute arbeiten wegen der Party am Strand. Wir brauchen viele Taxis. Und jetzt hat er Schmerzen bei der Brust. Ja, und jetzt hat er Schmerzen an der Brust. Und was? Einen Schlag drauf bekommen? Ja, so ein stinkender Rocker hat den gehauen. Okay. Auf die Brust. Wenn du jetzt ganz tief Luft holst, merkst du dann irgendwie ein Stechen innerlich? Ich dachte, was du willst, Baby, aber steck mich nicht in so ein Vakuum-Ding. Ah, das ist so schlimm. Ja. Ja, aber es ist alles nur zu deinem Besten gewesen quasi. Nee, das schauen wir uns an mit der Brust. Die haben da gerade nur einiges Behandlungen. Aber ich bin da zwar Leitstelle, aber ich gucke da kurz drüber, wenn du... Das wäre sehr nett. Das wäre sehr nett. Ja, warte, ich nehme dich nur schnell auf, noch auf die Karte, damit... Können wir das mit der Karte lassen? Das heißt, wir schreiben uns nichts auf die... Ja, wenn... Ja, sagen wir so, ich mache keinen Akteneintrag und der Chef sieht das nicht. Ja, aber die aus... Die anderen Taxifahrer am Krankenhaus... Die sehe ich auch nicht. Wie kann er war? Niemand. Nee, die Garage-Karte darf keiner verraten, wer da drauf ist, weil das ist ja Datenschutz. Aber die vom Krankenhaus... Was ist mit dem verlunden, weil die verpackten einen immer. Ja, die verpackten mich. Dann sind die denn joblos, wenn die das quasi, wenn da die den Namen, wenn die da irgendwie weiß weitergeben. Das ist Datenschutz, das darf keiner sagen. Aber die machen das trotzdem. Die machen das. Das ist ja so die Ängste hochgekommen. Ja, aber dann merkt ihr euch am besten die Dienstnummer. Ja, wir wissen ja nicht weiter. Ja, aber das darf nicht sein, also... Aber jetzt machen die einfach so. Können wir die nicht wissen, wie Papagos raufschmieren? Nein, ich muss auf die Triage-Karte wenigstens. Ich schreibe keine Akte, ich schreibe es nur auf die Triage-Karte. Und ich schreibe auch nur, Ronny hat Schmerzen auf der Brust und das war Status Grün, nichts Großartiges. Und dann gucken wir uns das an. Und es wird keinen Akteneintrag geben. Und wie gesagt, das ist ja sowieso bei der Brügelei so... Und wenn mich einer fragt, sage ich, nö, weiß ich von nichts. Und du sagst auch, weißt du von nichts. Schreib nicht dazu, dass du das weißt. Nee, einfach mitkommen nach hinten, ich gucke schnell drüber. Komm mit. Okay, bis gleich. Brandon, danke schön für Luisa am sechsten. Und Joschi, danke schön für Luisa am fünften. Fünf, danke an die beste WTO-Lang, die ich je hatte. Und danke auch an Kürbis. Danke. Und Daufauf Plane, danke schön für den Prime-Sub und herzlich willkommen. Und Tari, danke für Luisa am fünften. Grüße. Und Ben, danke schön für den Gift der Dando Vinci. Beides auf Kürbis geht nichts mehr, weil der Park gibt es nicht mehr. Und Peanut macht mir viel Spaß. Ja, wir haben eine Froschplage hier. Uniform sind Schokolade. Kammerjäger, glaube ich, mal herholen oder so. Wurde in der Richtung. Nee, das ist mein Frosch. Achso. Der ist in meiner Hosentasche. Und dein Hausfrosch? Ja, das ist mein Haus, ja. Der heißt Haschisch. Achso. Was, Kaschisch? Haschisch. Ein Inder oder was? Nee. Frosch. Indischer Frosch. Ägyptischer Sonnenbrillenfrosch. Gähne ich jetzt auch nicht die Art. Latif Haschisch. So heißt die Art. Hört sich an wie ein großer Sultan. Vielleicht, wenn man ihn kriegt, wird er zum Sultan. Wollt ihr den mal sehen? Weiß jetzt nicht, ob wir wollen, dass du deinen Frosch aus der Hose rausholst. Nein, nicht den Frosch. Meinen echten Frosch. Das hört sich verkehrt an. Ich zeige dir meinen echten Hasen. Kommst du mit? Ich zeige euch den. Musst du den rauskramen. Okay. Okay, der ist in meiner Hosentasche unten. Was denkt ihr eigentlich immer? Darf ich Ihnen einen Tipp geben? Man sollte nicht... Das ist mein Freund, Haschisch. Man sollte nicht immer alles nachwachen, was man in irgendwelchen Cartoon-Serien sieht. Warum? Ich tue den nur in meine Hosentasche. Neben beiden Portemonnaie. Das hat jetzt gerade ausgesehen, dass das... Wir kämen ja gerade woanders raus. Nee, guck mal, wie süß der ist. Könnt ihr die Sonnenbrille sehen? Ja? Der riecht noch ein bisschen komisch. Ich habe den mit Torte gefiltert. Ach ja? Apfelkuchen. Man hat bestimmt Blähungen davon bekommen. Ich glaube, Apfelkuchen ist nicht so gut für einen Frosch. Ich glaube. Der isst gerne Apfelkuchen. Tut ihn wieder im Käfig. Verstehe nicht, warum die Leute immer so reagieren. Ihr habt doch auch eine Hosentasche hinten. Naja, aber du hast dir eher zwischen den Taschen gelangt als... Gar nicht wahrer. Er könnte dir doch gar nicht überleben, das ist ein Laubfrisch. Ja, bitte. Coole neue Uniform haben wir da. Ah, das ist richtig, danke schön. Endlich sieht er aus wie richtige Sheriff. Ja, das ist richtig, das ist richtig. Hat er auch lange genug gedauert. Da ist nur noch ein Pferd. Ein Pferd? Ja. In Arizona sind die Sheriff immer mit dem Pferd. Der Wilde Westen ist schon lange vorbei. Bei mir nicht, wo ich herkomme. Ja. Da gibt es doch noch Banditen, die tragen auch Bandanas. Muss der in die Stadt gehen, da gibt es genug Banditen mit Bandanas. Deshalb bin ich auch nicht gerne in die Stadt. Ja, im Norden ist schon schöner. Das stimmt, hier ist viel ruhiger. Und familiärer. Das ist richtig. Merkt man auch zwischen PD und Esti. Die Unterschiede. Also jetzt nicht, dass jetzt Esti schlecht ist oder so, das meine ich nicht, sondern man merkt halt gewisse Unterschiede, wie hier gearbeitet werden kann und wie da gearbeitet werden muss oder so. Hier oben ist es bestimmt viel schöner. Ich würde es nicht als schöner bezeichnen, sondern anders. In der Stadt sehe ich immer nur die Polizeibeamten wegfahren. Vor den Gangstern. Gut. Manchmal muss man auch mal wegfahren. Und hier oben traut sich gar keiner erst hin. Oder hier oben sind einfach keine. Oder so. Durch diese Mopedfahrer. Die sehe ich manchmal. Wenn es nur Mopedfahrer sind. Und sonst soweit alles ruhig bei Ihnen, ja? Ja. Nein, 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 nein. Ich wurde nur gerade angehalten vom Dieter. Hallo, nabend. Hallo. So. Das ist ein interessanter Haar. Wurdet ihr schon behandelt? Nein. Gut. Dann bräuchst du einmal den Ausweis. Na gut. Das ist ganz schön stimmig. Hier sollte mal jemand Tänz dazu machen. Ja, ja. Ich glaube, die Tür steht noch. Oh, hallo. Haben wir auch schon bemerkt. Deswegen haben wir extra... Ich glaube, es ist Donner draußen. Haben wir extra den Gummihut aufgezogen. Dass der nicht so schnell wegfliegt, ne? So gut wie neu. Oh, super. Es ist Donner draußen. Hört ihr es? Es ist Donner? Ja, ich glaube, draußen ist Gewitter. Aha. Ich habe die Tür zugemacht, damit es ja rein stimmt. Oh, ne. Ich muss es nochmal drauf tun. Ja, ja. Dann war es so schlimmer als Blitz von dem Gewitter. Oder, oder... So, bei euch ist es auch Tee-Ger-Nahe. Oder der hat die Lunge am Batschen, der Herr. Also das hört sich eher schon so an, wie wenn wir die Lunge einmal abhören sollten. Eher mal einmal Sauerstoff zählt. So, bleib zu. Ne. Oder Nasenhaare schneiden vielleicht. Und, geht's dir wieder besser, Kumpel? Ja, aber hier schlechtes Wetter. Tschüss, schönen Abend noch. Tschüssi. Dankeschön, Doktor. Ja, bitte, gerne. Ciao, ciao. Bye, have a great time. Die war im Nachbarzimmer. Ich dachte, die Mann, das Schweinekram nimmt dran. Warum? Die ist ja hören müssen. Ja. Ähm. Und? Hat er deine Brust repariert? Ja. Humpel zusammen, oder Idiot? Ne. Wie, ne? Wieso? Du musst an der Cover bleiben heute. Wir verpassen die ganze Bitch-Party. Okay. Brauchst du jetzt noch Schmerz-Kapette? Kaufe wir ganz gut. Der Pfund ist in der Apotheke. Kaufe einfach ganz stramm. Kaufe, komm, halt dich kurz in der Apotheke. Willst du meinen Finger nochmal sehen? Ist der immer nur geknickt oder wurde er repariert? Ich kann jetzt extra knicken, aber der wurde repariert. Du bist jetzt der Knicker. Oh Gott. Oh. Das sieht gut aus. Dann siehst du aus wie ein Taxiker. Ja. Mal gucken, ob die Dings noch da sind. Er hat mir so eine scheiß Creme gegeben. Eine Creme? Hm? Musst du deine Brust mit einreiben? Ja. Ich hab sie gefressen. Du glaubst jetzt nicht wirklich, dass ich da reingehe. Okay. Freund. Was ist denn das für ein Auto? Großer. Oh nö. Willst du noch auf die Party? Ich weiß nicht. Ja, sag. Wie du willst. Ich hab gar keinen Plan. Ich wollte nur dort bleiben. Was könnten wir machen? Ich hab übrigens halt ja vorhin gesagt, wie die Typen heißen, die dich verkloppt haben. Wollen wir die beobachten? Ich weiß nicht, wo die wohnen. Ja, dann haben wir jetzt eine Mission. Chips heißen die. Chips? Ich hab verstanden. Flips. Chips oder Flips? Ich ruf mal Willi ran. Ich ruf mal Willi ran. Aber ich weiß gar nicht, wer die sein sollen. Geht nicht dran. Ja, du hast irgendwas mit der Frau gemacht, hast du gestern erzählt. Welche Frau? Ja, mit dem Frau von dem Gangster. Die Frau von dem Gangster? Ach so, die haben gesagt, wenn da dieselben waren, die haben gesagt, ich hab die Frau zugepackt. Ja, aber warum sagen die erst, du hast die Frau zugepackt und dann kommen die wegen Pistolen? Ja, wahrscheinlich, weil die Polizei auf einmal da war. Ah. Die haben das erst gesagt, als der Sheriff aufgetaucht ist. Ja. Aber ja, hieß es nur, komm mal mit, wir wollen mit dir reden. Aber Pinse, wir können doch nichts machen. Willst du uns kehren? Hör auf, mein Gehirn ist offen. Nein, wir haben deine Platte wieder draufgesetzt. So. Die haben waren wohl auch auf der Insel, haben Taser gelootet. Wer hat denn Taser gelootet? Na, Taserfilm, Kiebstreifen. Ach, ich hab Taserfilm. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Jopp, mein Gehirn, das schwappelt da oben drin rum, hast du nicht erlebt. Bei den Rügen, ja? Einfach weg, die. Zum Glück bin ich ein guter Fahrer. Ja. Ja. Aber es ist, in dein Déjà-vu, es ist mein Déjà-vu ütend. Warum redest du so komisch? Bist du auf den Kopf gefallen? Nee, mein Gehirn haben die rausgeholt. Nein, haben die nicht rausgeholt. Doch, es ist nicht. Du hast den Schädeldecker aufgeflext. Jo. Ja, jo. Ja. Das ist jetzt so drin. Das ist wegen der Sprachmail. Wegen der Sprachmail? Jo, die hab ich doch. Wie heißt das? Die Memo an mich selbst. Nee, Quatsch. Die Sprachmail, die ich von Willi kriege. Das ist Willi. Vinci, ich versteh nicht ein Wort, was du von mir bist. Oh, ja, nusch mal mit dem Penner. Oh, mein, was denn? Hier, nusch mal ein Foto. Nö, mach ich nicht. Scheiß auf Dieter. Der drückt mir einfach falsch parken rein, obwohl wir richtig geparkt haben. Mach keine Fotos für die. Okay. Ist mir Geld egal. Wenn meine Geldnoten mich in die Kriminalität drückt, dann sind die da schuld. Na, noch kann ich ihr aushelfen, aber wenn ich für euch beide mitsorgen muss, dann wird's aber auch eng. Nein. Du, Inki, hat noch Geld. Okay, sie schulden mir 60.000. Na, wir schulden ihr jeweils 30.000. Alles gut. Kommst da immer ganz in den Schwamm in der Ruhe. Bevor ich was Kriminelles mach, mach ich das so wie du und klaue Autosachen. Kann ich anlernen. Ja? Ja. Okay. Mach mal. Aber ich guck nur zu, erst mal. Aber vielleicht nicht heute. Warum? Die haben mir übrigens meine Pysole geklaut, die Jüngste. Und mein Laseschwert. Mein Laseschwert hab ich noch eins. Ah. Kann mich jetzt nicht mehr verteidigen, wenn was passiert. Ich hab auch noch ne Pistole. Ich hab auch noch im Auto zwei. Drei hab ich noch. Wo gehst du denn immer klauen? Da? Wo? Einfach irgendwo, wo ich denke, hier passt. Und woran erkennst du, ob das dich lohnt? Also, letztens aus dem Gangster-Auto hab ich drei Pistole gezogen. Aber das Auto war lila. Und die hier waren braun. Das heißt, davon kann das nicht kommen. Und woher wissen die, dass du die rausgeklaut hast? Das weiß ich nicht. Komm, was ist mit dem Auto hier? Ja, zum Beispiel. Musst du vorher die Umgebung schicken? Ich seh nix. Guck mal. Okay. Aber dann lerne ich ja auch nicht aus. Ich will das nicht, Twinkie. Ja doch, ich guck jetzt zu. Okay. Okay, der geht da hin. Okay. Ist fest verschlossen. Meine Türen zu sind. Ist ja alles zu. Aber der Kofferraum kann doch auch auf sein. Ja, war aber nett. Was ist mit dem Auto? Da sitzt einer. Wie schlimm schlägt der? Das könnte sein. Aber das sollte man nicht riskieren. Du musst immer vorher die Umgebung abschicken. Bei der Beachparty gibt es bestimmt Autos, die man klauen kann. Zum Beispiel. Das wäre gut. Und du musst folgendes bedenken. Wenn jemand, wenn ein Auto auf der Straße steht, Ja. Dann setzt du dich im Busch und wartest. Mhm. 10 bis 15 Minuten. Wenn dann keiner auftaucht, dann ist es deins. Gib dir eine Chance. Bei manchen haben wir die Euro einen in den Schwitzkasten. Neue Welle ruftan. Ist noch was los auf Beachparty? Ja. Kommst du noch? Weiß ich nicht. Wir haben den aus dem Krankenhaus geschmuggelt. Ist das nicht dein Ernst? Ich kann ihm sagen. Der verblabbert sich. Ja, ich sag nix, aber musste das sein? Was ist denn, wenn dem was passiert mit seinem Kopf? Nein, wir waren oben im Krankenhaus. Wir haben den da reingeschmuggelt. Der wird behandelt. Ehrlich? Ja. Und wir haben den Topé gekauft, damit keiner sieht, dass dein Gehirn rausguckt. Siehst du, ist auch weg jetzt hier. Oh Mann, die machen Sachen. Läuft da Musik? Aber nur, wenn du an nah an die Bühne gehst. Wir sind auch ein bisschen weiter weg. Wir wollten auch ein bisschen unsere Ruhe haben. Der kann ja wieder das Funk-Dings. Und der ruft nicht an. Ja, ich glaube, ich hatte ihn mal angerufen, aber ich weiß nicht. Der will, ich glaube, der will irgendwas von mir. Ich glaube, der will irgendwas sexuelles. Was hast du jetzt bezahlt? 7000, ja? Okay, machen wir, ja. Nee, ist egal. Egal. Wo ist die Party hier? Äh, wo bist du denn? Dreck an der Tankstelle am Westheim. Äh, welcher Parkplatz? Über alle Parken. Ja, ja, kommt rüber. Ach, da hinten. Du siehst die Elkavista stehen auf dem... Ja, ja, genau. Okay, bis dann. Bis gleich, Spina. Bis dann. Bis dann. Hörst du? Ich bin mal so... Komisch. Wir pfeifen hier. Hinten die? Kannst du das hier versuchen? Pinsel. Das ist übrigens ein Jogelagier von uns. War das gerade ein Unfall mit dem Motorrad oder nicht? Nö, nö, das lag da schon. Okay. Ja, wir würfeln, okay? Wo ist denn diese Party? Drei ist die Mitte. Man kann höchstens bis sechs würfeln. Wenn über drei ist, war Unfall. Wenn unter drei ist, war keiner. War keiner. Musst du kurz deinen abschütteln. Okay. Oh, oh. Was denn? Wir lassen einfach das Schicksal entscheiden. Pass auf, hier ist wieder peruanische Gebüsch. Du bist halt nicht auf Höhe, Pinsel. Warum? Aua. Ich bin ein bisschen traurig. Kann doch gar nicht wirklich sein. Das Schicksal hat entschieden. Warum bist du traurig? Weiß nicht. Sag doch warum. Warum? Alltag. Ja. Glauben. Hey. Hey. Wie ist der Sprat? Der Sprat ist crap. 0. Sie haben einen censuję. Vielen Dank. Ich muss nur kurz in den SMS klicken. Die Musik ist ja nur da vorne. Ich habe auch Musik an der Kiege. Ich immer so. Ausschlag am Arsch. Ja, ich auch. Und dann wird mir im Gehirn geschraubt. Wo ist denn Willi? Oh Gott, ich laufe noch langsamer als du. Ja, mach mal. Warte, wer rufst du an? Das verstehe ich nicht. Hey, Peanut, was löw? Wo ist denn Badeboots? Ja, weißt du, wo die Strandparty ist? Habe ich doch an. Wo ist denn Badeboots? Was ist das denn? Hast du ja Jupp mitgebraten oder was? Ja, das ist Maximilian. Hallo Maximilian. Das ist mein Kumpel, der kann nur Jo sagen. Ne, im Parkhaus von 20. Jo. Jo. Jo, Jo. Ja, gegenüber der Tankstelle. Da ist die Party. Wenn ihr hinkommt, dann können wir kurz quatschen, weil ich bin nicht mobil. Ist das so wie dieser Groot? Ja, genau, Groot. Bis gleich. Äh, so langsam bräut ich mal was zum Würfeln. Wie zum Würfeln? Würfeln. Ja, süffeln. Geht da die Party ab, du? Ja. Wer will um Geld würfeln? Ich hab gewonnen. Haha. Was war das denn? Was willst denn du? Soll ich keinem machen, oder? Nein, ich will mal. Hallo, Peanut. Hallo, Chef. Wie findest du mein Outfit? Ähm, super doof. Wieso? Nein, geht schon. Sieht ihr auch noch Badeboots an? Nee, das ist doch nicht. Jo, er ohne. Aber ich dachte, das wäre eine Strandparty. Jo. Das ist ja hier Asphalt-Massaker 3. Ja, seitdem im Knast was schnorzst du immer noch, Alter. Eine Strandparty hab ich mir was anderes. Ja gut, das ist halt wohl eine Eröffnungsparty hier von Cube Dynamics, wenn ich das richtig verstanden habe. Ich muss gerade 7.000 Dollar zahlen. Warum? Ach, Dieter hat mich angehalten. Äh. Oh. Ich muss, äh. Ja, der hat den Zaun weggepearlt. Was ist denn mit Jo? Da hinten, das, der Surado. Was macht der da? Ja, das ist ein Daumen, der steht. Nee, dahinter, das Auto, das grüne. Hast du nicht gesehen? Der Zaun ist ja ein Stückchen auf seinem Rücken. Ich hab leider keinen Augenkopf. Äh, was wollte ich gerade sagen? Äh, 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 äh. Ja, sei froh. Ich hab mein Auto ja zu Schrott gefahren. Hat sie überschlagen. Ich hab jetzt 31.000 Dollar Schaden, muss ich jetzt sagen. Ach, scheiße. Das ist ein Kraderini wie im Gelbboldi. Jo, wie geht's? Jo. Ja, gut. Bei dir echt immer nur nach Fisch. Jo, Fisch was. Wisst ihr, wo Pinsel ist? Der muss zwölf Stunden im Krankenhaus bleiben. Wie, so zwölf Stunden? Die haben uns ja die Schädeldecke aufgeschlebt. Ja, eine Kopfverletzung. Der hatte Gehirnbluten. Scheiße. Der war eben ganz traurig. Der hat gesagt, er will jetzt schlafen und dann sollte ich gehen. War ich auch traurig. Aber hier... Ja, aber da können wir mal am besten Kabel mitverlegen. Hatten die weiße Autos, warst du das? Jo. Nee, das waren die Chips oder Flips oder so heißen die. Chips, Flips. Chips, irgendwie. Also ich hab gesehen, unten in der Southside ist irgendeine Hood entstanden. Die haben da mit weißen Autos stehen. Willi, weißt du, wie die heißen, Willi? Guck mal. Keine Ahnung. Ja, genau. Erst die rote, jetzt hat er die abgeschossen. Chips, irgendwie so flippt. Chips. Chips, genau. Voll der Player. Voll auf den Chips. Nee. Jo. Ja. Um in Paleto ist auch irgendeine neue Gang in der Ecke. Da stehen ganz viele Jugelas aus einem Haus. Paleto ist eine Gang? Ich dachte, da wohne nur... Man, die wohnen doch überall. Ja, aber ich dachte, in Paleto wohnen nur Cousins und Cousinen. Ich wollte gerade sagen. Okay, dann... Oder ist das die neue Gang? The Cousins. Weiß er nicht. Der passt ja. The CC. Baudi. Hat ja eine hässliche Lache. Was ist los mit dir heute, ey? Hier geht aber nix ab, ne? Nee, ja, nee. Warum? Das ist echt gut. Keine Ahnung. Das sind die ganzen Leute. Wir gehen gleich ins Unicorn. Es sollt auf? Ja. Und dann können wir... Ein, seit zwei Minuten ist auf. Also, und dann kann man singen. Und ne Suh jingen die Brüste, und die Brüste jingen ne Suh, und ne Suh jingen ne Suh. Kennst du das Lied? Nee, ich komm nicht aus California. Ja, ist schon schön da. Willi fragt doch mal, ob er das Lied kennt. Wer denn? Den Jo? Jo, kennst du das Lied? Wir sind durch die Straße raffiange. Kennst du das? Mit einem schönen Mädchen an der Hand rattert der Zong. Guck mal, da kommt der kackende Hund. Der Hund. Er macht immer so Geräusche, als wenn er ganz doll pressen muss. Warum? Was macht er mit dem Hund? Nee, der Hund macht so Geräusche. Nein, aber der Typ, der leint da. Das weiß ich auch nicht. Der versucht ja, den Hund zu begatten. Ich hab' ja schon alles gesehen. Oh Gott. Du hast alles schon gesehen. Also witzig wär's, wenn da vorne einfach welche stehen würden, die einfach direkt... Komm, Miro, wir haben einen ab. Wo wollt ihr hin? Hier geht nix ab, keine Ahnung, wir kommen gleich auch mal Unicorn. Aber die wollen wieder 20.000 Eintritt, ne? Ich glaub... Warte mal, ich ruf mal die Kühe an, Moment. Oder 1.000. Sag mal, wie heißt eigentlich der Typ in der dunklen Stimme bei den Lost? Äh, ne. So rötet. Ah, wie hieß der nochmal? Müsste ich den Pepp anrufen. Wir sehen uns zum Unicorn dann gleich. Ja, tschüss. Kommt der auch dahin? Kommt der auch dahin, hab ich gefragt. Ja, schreibst du denn da? Nee. Ich weiß nicht, ob ich mir einen Eintritt leisten kann. Komm, Jo. Das hat er nicht gemacht jetzt, oder? Ja. Oh, hast du nicht gemacht, oder? Ach. Ist doch doof, kannst du nicht reden, da. Ja, sind wir auch genau so richtig gelaufen. Ja. Jo. Jo. Willst du mal hören? Was denn? Was soll ich hören? Hm. Oder sollten wir... Sollten wir dem Chef ein Scheiß sagen? Was sollten wir was sagen? Sollen wir dem Chef ein Scheiß sagen? Soll ich ihn an, ich rufe den an. Wir sollen mal herkommen. Die anderen verplappern. Die verpetzen mich. Ja, bitte. Chef, komm mal hier vorne rüber, aber alleine, bitte. Ja. Guck mal, die Drecksau hier. Das ist gar nicht der Jo, das ist der Pinsel. Hallo. Ich hab den aus dem Krankenhaus geschmuggelt. Was? Ja. Was? Hallo, Chef. Was? Ich hab den aus dem Krankenhaus geschmuggelt. Warum? Ich hab den nicht erkannt, Ronny. Wir haben es hierhin. Jo. Jo. So, habt ihr leid. Auf jeden Fall sucht der Jo noch einen Job, Chef. Der Jo sucht noch einen Job? Ja, das ist kein Problem. Wir können Probe fahren. Ja. Wir können Probe arbeiten gerne. Was hältst du davon, Jo? Jo. Okay. Ja. Ich rufe die später mal an, Chef. Okay, mach das. Bis später. Bis später. Komm, Jo. Jo. Seine Schwester ist Jojo. Aber zum Glück habe ich diese Schwester. Wenn sein Cousin ging ging. Was machen die denn da unten? Mein Gott, Alter. Ja, die kommen vom Würfelpark. Ein neunig. Da kannst du mal sehen, wie gut man sich tagen kann, ne? Guck mal, das Lasertag-Schuhe. Was? Wo? Lasertag. Wo? Egal. Hast du nicht gesehen? Ja, die leuchtet. Nee. Nee? Ja gut. Mit den Klamotten hier. Dich erkennt halt keine so. Ja. Bist du schon akzeptiert. Alle haben Pinsel vergessen. Jo ist jetzt am Start. Wieso? Heute ist irgendwie ein sehr komischer Tag. Jo ist... Ja, das ist ja drin. Ja, vorher ist schon ein bisschen drin. Sollen wir die Gangster suchen? Boah, aber die können die beiden sein. Mal zu faul oder einzuspräuchern. Jo. 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 Bist du durch die Türsteher wieder? Nee, nee, ich arbeite nicht. Ich gehe tanzen da. Okay. Kommt ihr auch mit? Wir kommen bestimmt mal da rum. Jo. Jo. Achso, was ist... Motorrad umgeflogen? Äh... Wann schlaft ihr denn jetzt da oben? Sobald ich was zum Herrn Juri höre. Okay, aber ich kann... Apropos, ich kann den Mann rufen. Aber ich kann da mal jemandem zeigen, das Gelände heute. Okay. Kann ich auch so ein bisschen... Also ich will nicht sagen, dass das mir ist. Das ist ja euch. Ach, erzähl ruhig. Nein, ich will nur sagen, so ein bisschen... Nikasa zu Kasa. Gott. Ist das schön? Das hat noch nie jemand zu mir gesagt. Jo. 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 Hey, den kennst du doch noch gar nicht. Warum armst du den? Ja, weil ich... Weil der mir irgendwie sympathisch vorkommt. Jo. Jo. Weißt du... Weißt du, was das komische ist, Pinsel? Nee, das Problem ist... Deine Bettenfreunde kennen dich nicht, aber der Typ vom Krankenhaus hat direkt gerufen. Oh nie. Oh nie. Ne? Ja, wer hat schon eine andere Frisur? Aua. Was ist das denn? Ja, weißt du, der Typ, der hier bei Willi war, das ist der Arzt, der am Krankenhaus neben mir stand. Ja, der hat mich auch als einen Notfallkontakt eingetragen. Genau deswegen. Der darf das wohl als letztes erfahren. Ja, der weiß das doch gar nicht. Weil die hier wieder in Kreise stehen. Ja, ja. Und dann wieder plappern. Ja. Der Stadtparkgeflüster. Genau, das ist das Problem. Oh. Wo sollen wir denn nach... Aber lass nicht nach denen suchen. Was sollen wir machen? Wir können noch Bomben fragen. Und was ist, wenn die da vorne fahren, dann führen die uns. Wir wohnen hier. Oh, das sind Gangsters. Ach, guck mal da vorne. Schöner, runder Kreis. Ja, Team-Taktik-Geschwechung. Ich halte das für keine gute Idee. Lass einfach die Finger von deren Autos. Ja, aber ich... Was, dann bist du jetzt Jo oder Jo? Nenn mich Günther Jo. Du bist Günther Jo. Oh, das ist ein Jugular. Da darf man nicht mal rangehen. Nee. Ja, aber ich weiß halt auch nicht, wem ich was gemobst habe. Lass dich doch einfach demnächst nicht erwischen. Jo. Ach, Mann, nee. Ich weiß nicht. Jo. Ich weiß aber gar nicht, wo die mich gesehen haben sollen. Ja, das kann ich dir auch nicht sagen. Das ist ja das Problem. Gottes Wege sind unergründlich. Nee, hier auch nicht. Da stehen wir durch den Kreis. Das sind die Hunden. Oh, Fahrräder? Hallo. Wo? Jo. Kannst du uns was verraten? Was denn? Wir suchen die Chips oder so, heißt nicht. Die Chips? Ja, Flips, Drips, irgendwie so. Chips, das ist nicht... Weißt du, die Bohnen? Drips? Ja, irgendwie so was. Flips oder Drips. Die sind doch schon lange weg. Oder nicht? Wir suchen so Kriminelle, die fahren so beige Autos. Die Drips? Weiße Autos fährt BOM. Nein, nein, beige und nicht weiß. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Warte mal was. Ah, mein Kopf juckt. Oh, oh. Habt ihr so einen Kopfkratzer? Könnt ihr diese... Ey, Can, wer fährt beige Autos? Wo sind die? Diese bekannte Hut da. Das klingt nicht gut. Okay, dankeschön. Tschüssi. Weißt du, wo die Bohnen? Wir sind einen Block über LSC hier in der Stadt. LSC. Okay, dankeschön. Bitteschön. Schöne Weiterfahrt. Danke, schönen Abend noch. Einen angenehmen Abend noch. Danke. Ah, ich weiß noch. Das ist die Duna-Ferkstatt, Los Angeles Crescens. Am Flughafen, hm? Nee. Wo muss ich lang? Du musst... Du musst Maximus. Links. Links. Aber wir sollten... Nein, wir fahren mit Taxi. Boah, das sieht jetzt richtig gut aus. Das wäre so ein Taxikunde. Ich habe nur Rundtour gebucht, wenn einer fragt. Und links. Dann rechts. Okay. Wir müssen da echt vorsichtig sein, ne? Ich will nicht erschossen und gemuldet werden. Nee, wir fahren. Ich bin nur ein Kunde. Und da rechts jetzt. Dann immer geradeaus. Geradeaus. Da ist Los Angeles Crescens, wo die Autos rauskamen. Oh, wir hatten uns zahnen müssen in der Erdbeerfeldkarre. Nee, Taxi sieht besser aus. Okay. Okay, ein Block hier. Jetzt irgendwo hier dann wohl. Fahr mal links. Ich weiß nicht. Ein Block hier. Oberhalb. Ein Block über, hat er gesagt. Oberhalb. Wo ist Oberhalb? Da sind viele Autos. Da sind die. Oh. Ja. Da sind die. Da sind die. Die haben uns gar nicht bemerkt. Da sind zwei von denen. Sollen wir die brettern? Nein. Jetzt wissen wir wohl die Bohnen. Weißt du, was wir machen, Pinsel? Ja, was machen wir? Wir besorgen uns einen Abschlepper. Und dann? Wir beobachten hier. Ich kann da voll unterfallen. Mach Licht auf. Komm mal, ob hier man ist, sonst kann man hier nur die Autos abschicken. Einfach kackendreiß vor deren Nase. Jetzt keiner. Okay. Willst du durchsuchen? Willst du mir helfen? Ich weiß nicht. Ich will nicht kriminell sein. Oh. Können wir mal observieren. Okay. Das heißt, fangen wir mal ein bisschen an den Rand und dann stellen wir uns aufs Auto und kommen rüber oder so. Hier? Ob wir hier parken, oder? Und da, hier. Durch die Luke hier. Okay. Hoke Luke. Ja, Hoke Luke. Oh mein Gott, bin weggerutscht. Oh, duck dich, duck dich. Die sehen dich sonst. Das sind die, ne, oder? Das sind doch die Autos. Die Farbe auf jeden Fall. Das ist nicht viel lauter Cola, du sollst sie auf mich suchen. Ich weiß. Kau oder sind die? Und die heißen Chips. Flips? Chips oder Flips oder Drip. Chips oder Flip. Oder Chips mit Drip. Make Flurry Flip? Flips. Flips. Flups. Fluppe. Okay, ich verstehe. Aber was sollen sie machen mit denen? Ich hab Angst, dass die uns entdecken. Hm. Ja, ich weiß nicht. Könnten die observieren, aber ich glaub, die stehen da noch länger im Kreis. Oder im Duell. Ich hab ne Idee. Ja. Wir könnten eine Geschichte erfinden. Ja. Ich könnte Dieter anrufen und sagen, dass wir von einem Fahrgast mitbekommen haben, dass bald ein großer, großer Dienst stattfindet mit Waffen. Und wir sind am observieren. Und die Flips haben damit zu tun. Okay. Und dann krieg ich aber wieder auf die Fresse, weil alle sagen, das hat Ronny gesagt. Das kann doch keiner rausfinden. Oder? Wir sagen, da geht mächtig was ab. Oder? Und dass wir die beobachten. Oder wir rufen anonym bei der Polizei an, sodass die nicht wissen, wer das ist. Ja, aber das bringt uns doch nix. Ja, gut. Aber nicht, dass die Polizei, dass sich einer verblabbert und sagt, hier, er uns hat angerufen, hat uns das gesagt. Dann willst du auch noch auf den Sack kriegen von denen. Ich hab, ich weiß, wie wir denen das sein können. Wie? Warum die Sniper? Wir müssen denen Heschers geben. Nein, wir müssen irgendwie an was Verbotenes rankommen. Aber nicht, dass die Polizei uns erwischt. Und dann tun wir, stellen wir das dahin. Du weißt, wir kaufen uns ein Auto und deren Farbe. Ja. Und dann, dann tun wir da Sachen rein. Ja? Drogen. Ich hab noch ein paar in meinem... Wir tun Drogen rein, stellen das dahin. Und dann geben wir einen heißen Tipp. Aber wie kommt man an Drogen? Und wie geben wir dann den Schlüssel? Wir geben heißen Tipp und tun den Schlüssel, ähm, bringen den Taxifahrer zum Piddy. Der soll den da abgeben. Ah. Aber das ist illegal, wenn wir Drogen kaufen. Ich hab ja noch welche geklaut. Ich hab ja so Sachen. Wie viele hast du denn? Ja. Müsste ich nachgucken. Aber bestimmt 20 Joints oder 30. Boah. Aber meinst du, das reicht? Ich hab noch Kokain oder... Was ist das? Das sieht so aus wie Mehl. Das ist ein Badpulver, ne? Ja, sowas. Ich hab nicht so viel. Das meiste ich schon verkaufe. Aber wir können keine Drogen kaufen, weil sonst sind wir kriminell. Wir müssen Hase Petter involvieren. Meinst du, der macht mit? Müssen wir uns rausfinden. Eigentlich ist er... Ich glaube schon. Ich hab schon. Ich hab schon. Ich hab schon. Warte mal. Du musst mir gleich was zu essen und trinken gehen. Okay. Hallo, Hase Petter. Hallo. Hast du Zeit? Wir haben einen monströsen Plan und brauchen dich. Die den Oberteil an, eine Hose, weil die andere war echt eng und dann treffen wir uns. Dann das. Und das. Und das. Und das. Erstmal nochmal. Im Parkhaus. Wo sind wir? Nein, wir treffen uns woanders. Hier ist Swapfest. Treffen uns woanders. Treffen uns. Im Casinoparkplatz. Casinoparkplatz. Okay, bis dann. Wir zahlen es denen heim, aber ohne kriminell zu werden. Pinsel, es darf nicht ausrudern. Nee, nee. Aber Haspinel ist, der hat Kontakt zum Kies. Was ist das? Die Gangster ist unten, der uns gesagt hat, dass die hier sind. Was schiehst du? Der Mann gerade? Ja, das ist der Kies. Und Haspinel ist ein Freund vom Kies. Okay. Oh, ist der Park. Ah, ja, ist der vorbildlich. Wir machen die platt, aber auf legalem Weg. Aber ist das legal, wenn wir den Drogen untermjubeln? Wenn wir die nicht kaufen? Wir wissen ja nicht, wenn jemand bei uns was im Koffer rumtut. Kann ja auch die Tasche von einem Gast sein. Das ist eine Idee. Wenn wir einen Fahrgast haben und deine Tasche in den Taxi tut. Ja. Wir müssen was testen mit deinen Joints. Okay. Wir müssen was testen. Okay. Du musst mir diese Dings Sportzigaretten geben. So drei, vier, fünf Stück. Die tun wir in eine Tasche, die tun wir im Taxi. Okay. Und dann rufe ich die Polizei. Eichstache. Und dann sage ich, ein Fahrgast hat seine Tasche vergessen. Im Koffer rum. Eichstache. Und die stinkt. Und die stinkt. Und dann gucken die da rein und dann finden die Sachen. Und dann sagen wir... Das gehört dem Fahrgast. Und dann gucken wir, ob ich Ärger bekomme. Okay. Und wenn nicht, können wir Drogen rumfahren, ohne Ärger zu kriegen. Weil wir sagen einfach, das gehört dem Fahrgast. Okay. Und wir machen Täterbeschreibung. Okay. Rote Haare mit Zopf, blaue Jacke. Aber das sieht auch dann aus wie ich. Ja. Das war nur ein Witz. Das müssen wir testen. Alles klar. Aber ich habe nichts dabei. Die müssen wir erst... Nein, nein. Das machen wir nachher. Ja, ja. Die müssen wir erst da rüber. Ganz unfällig hier auf jeden Fall. Wo treffen wir uns hier? Die werden für deine Gehirnplatte zahlen, Pinsel. Die müssen uns leicht vortasten. Okay. Und wir müssen das Twinkie schonen beibringen, damit die mich nicht verkloppt. Aber die weiß... Die haupte ich nämlich oft. Naja, aber wenn die doch weiß, es geht darum, Rares zu nehmen, die dann dabei sind. Stell dir vor, wir nehmen so einen ganzen Lkw mit Drogen, die wir nicht kaufen und uns nicht gehören. Ja. Stellen die da hin und dann geben wir der Polizei einen heißen Tipp. Und dann kommen die und dann hört zack, zack, Handschellen an. Können wir versuchen. Das machen wir so lang, bis sie ausziehen. Wir stellen alles volle Lkws da hin. Aber ich habe keinen Lkw. Da müssen wir uns... Wir müssen mit Geld kaufen. Die kosten verdammt viel. Stecken die ganze Straße. Dann kaufen wir einen Rebel. Rebel. Und sagen der Polizei, die tarnen das mit dem Klümmelspitt. Okay. Die tarnen ihre Drogen, ihre Sportszigaretten mit Dings. Ähm, mit Schrott. Die verstecken das im Schrott drin. Das ist eine gute Idee. Warte mal, soll ich die noch anziehen, die Käppi? Ja, klar. Jetzt erkennt ich keine mehr. Okay. Und wir besorgen uns einen Abschlepper. Gut. Und weißt du, was wir damit machen? Was? Soll ich das sagen? Ja. Mit dem Abschlepper. Und klauen uns ein Auto von dem. Lassen sie es aufmachen? Nein. Wir stellen das in die verfeindeten, in die verfeindeten Gegenden von denen. Wir tun so ein Auto von denen einfach beim Kießeln. Und tun da bei dem anderen da ein. Und bei Bomben. Und alle hassen dann die... Oh, das ist eine super Idee. Und dann sagen die, her, was macht das Auto hier? Was soll das? Und dann werden die schon sterben. Aber wenn die sterben, sind wir kriminell. Dann sind wir Mörder. Warum raus? Was machst du? Was bringst du Patrick mit Dings? Mhm. Und kommt Hase Peter dann? Er hatte gesagt, er hat nur einen Kunden und dann kommt er sofort. Peter, wo kriegen wir... Meinst du, Hase Peter gibt uns einen Schlepper? Für so eine Aktion? Wenn wir denen sagen, dass wir den brauchen? Das wär's. Oh, hoffentlich ja. Meinst du? Nee. Warum? Ich bin gerade glücklich. Und ich bin verdammt stylisch. Wenigstens hast du mal vernünftige Schuhe. Ja. Danke, was hast du dann gekauft? Buffalos? Doggers? Nee, das sind Vans. Hm. Danke. Eigentlich bist du ja selber schuld, dass sie dich verprügelt haben. Warum? Was glaubst du? Aber ich war nie bei den Kakaofarbenen an den Autos. Ich glaube, der hat uns nicht gesehen. Wofür sind wir denn? Wie kann man uns übersehen? Wir sind voll hübsch. Ich glaube, damit hat sich unser Plan erledigt, Pinsel. Wir sind einfach nicht geboren für sowas. Alter, komm doch. Jo. Hase, Peter, wir haben die gerade beobachtet. Wir wissen jetzt, wo die wohnen. Wo wohnen? Über der Tuning-Werkstatt. Einen Block da drüber. Welche? Wie heißt die nochmal, Pinsel? Rennies? Äh, Lusk-Sanlus-Kreissturm. L.C. Der drüber? Im Herzen der Stadt. Jep. Was für Autos steht da? Braune. Hey, Braun. Hey, Braun. Wir haben die beobachtet. Sieht aus wie Bailey's. Ja, die stehen am Kreis. Hast du eine Panzerfausthase, Peter? Hm. Sniper? Schnappen. Nein. Handgranaten. Taktik-Rohrbomben. Irgendwas? Ein Furz in der Dose. Wir wollen uns rächen für Pinsel, seine Gehirnplatte. Hm. Und wir haben so... Flips heißen die. Flips heißen die. Trips heißen die. Flips oder Chips und Trips. Der Mann vom Kies hat gesagt, die Wunder. Die vom Kies haben gesagt... Trips? Trips. Nein. Trips. Trips oder so. Wenn ein Mann telefoniert, dann ist er ein Gespräch für ihn. Wir haben uns vielleicht überlegt, so einen Gebrauchtwagen zu kaufen und da Zeugs reinzutun, den da hinzustellen und dann die Polizei zu rufen. Dass wir den mal anhängen. Genau. Ja, das bringt nichts, wenn denen das Auto nicht gehört. Was, wenn dem Auto niemand gehört ohne ein Unmutschild? Ja, gut. Wenn man das mitten bei den Reihen fährt? Wie wollen die sich denn da rauslegen? Das ist keine schlechte Idee. Aber das kostet viel Geld, ne? Ja, das ist die eine Sache. Ich finde die andere Idee gut. Da brauchen wir nur... Wir brauchen einen Schlepper. Wir brauchen einen Abschlepper. Und dann? Klauen wir die Autos von denen. Und dann tun wir die Wunder sind bei ihren Feinden. In den Kies und bei Bomben in die Gangster-Hood. Und dann sind alle sauer auf die Baileys. Dann kriegen die einen auf den Deckel. Das kann ich aber nicht mit unseren Abschleppern machen. Und dann kriege ich auch einen Sack, wenn das rauskommt. Warum? Wenn dein Schlepper geklaut wird? Wenn du quasi überfallen wirst? Wenn der zufälligerweise geklaut wird. Nein, dann sind wir aber auch wieder kriminell, wenn wir jemanden überfallen. Ja, dann... Wird Hasenpeter zufälligerweise und geht kurz bullern. Hasenpeter tut zufälligerweise einen Schlüssel im Kofferraum. Zufälligerweise. Und dann machen wir was. Und dann ruft Hasenpeter Polizei und sagt, er wurde geklaut. Aber dann steht er irgendwo. Und wir sind schon lange über den Jodern. Zufälligerweise. Zufälligerweise. Und den Schlüssel bringen wir dir wieder. Nee, der muss erst mal verschwinden. Mhm. Aber wohl auch keine gute Idee, weil die Polizei befragt dann die Leute vom Dings. Also ideal wäre, wenn ihr einen von denen in den Schlüssel zusteckt. Von wen? Von denen. Ja, von denen in den Schlüssel zu stellen. Ja, aber wie sollen wir eigentlich drankommen, dass wir denen in den Hosentaschen Schlüssel zu finden? Das ist das Problem. Ja, die stehen doch immer im Kreis. Da muss jemanden am Weg fragen und steckst ihn einfach in den Sack. Das merkt man. Das merken die leider. Hm. Wenn du heimlich hinter dem stehst, neben dem, zack, in die Tasche. So, du hast ja kein Gefühl an der Tasche. Wenn die mir jetzt einfach unterhalten und du steckst mir was rein, die Leute merken das trotzdem. Nee, außerdem kannst du das da nicht hinstellen, weil... So, dann verbinden die das mit dem Taxi. Kannst du mir was... Ich stehe jetzt hier und du steckst mir was zu dringend in die Tasche. Ja, das merkst du. Willst du es mal rausfinden. Klar merkst du das. Ja, das merk ich, danke. Ich war verdammt durstig. Nee, kein Kratzer. Du Arschloch. Ich werde... Ich plan's so, aber ich werde das nicht durchziehen. Ich werde so verkacken. Was haben die denn... Warte mal, was haben die überhaupt mit dir gemacht, Ronny? Zieh mal deine Kapi ab. Zeig mal deinen Kopf. Den haben sie in die Schädeldecke eingetreten. Nein, aufgeschnitten im Krankenhaus. Ach du Scheiße. Du musst hingucken und mach mal die Perücke hoch. Der hat eine Blutung am Gehirn. Die haben mich da ganz kahl rasiert. Ich wurde aufgeschnitten. Ach du, was ist denn dein Frosch jetzt auf einmal versorgt? Nee, der hat Hunger. Ach so. Der meldet sich immer wie ein Tamagotchi. Ja, warte, wenn du Hunger hat, hier gib mir noch... Weißt du, wo ich aufgewacht wurde? Der Maknobloch. Wo, im Krankenhaus? Nee, am Wasser. Wie? Deshalb haben die Pinsel auch auf dem Krankenhaus geschnuggelt. Wir dachten, die machen noch einen Anschlag auf den. Nehmen Wasser in der Krankenhäuser zu tun. Ja, was wolltest du denn gemacht haben? Warum haben die das gemacht? Die haben nur gesagt, eine Lektion erteilen, weil ich immer an Autos gehe. Aber ich war noch nie an einem Gangster-Auto braune. Lüge. Nee, nicht an denen. Ja. Ja, weißt du das, Ronny? Wir können ja... Was? Immer reingeräten. Das ist das große Problem, Ronny. Ja, weil theoretisch... Just think. Angenommen, ich war das wirklich nett. Sondern irgendjemand anderes war im Auto, von denen hat was geklaut. Ja, aber das interessiert die nicht. Das interessiert die nicht. Ja, es kommen alle immer zu mir. Ja, richtig. Aber warum, Ronny? Wollen sie auch nicht. Aber vielleicht war ich es ja diesmal wirklich nett. Ich meine, ich war da im Urlaub. Ja, aber, Ronny, das ist halt schwierig. Du lernst halt daraus nie, das ist das Problem. Hm. Ich verstehe diese Begeisterung dafür. Fühl dich selber sehr. Ja. Was? Das ist so eine Sprachmähl. Wie, eine Sprachmähl? Ja, das ist Willis Stimme. Spiegel nochmal ab. Aber eigentlich hat der Chef recht, Pensel. Eigentlich können wir nichts machen. Uns sind die die Hände gebunden. Weil ich will nicht kriminell sein. Ich wüsste aber keine Möglichkeit. Ich hab halt... Das Problem ist, wenn die sagen, du warst an Autos dran, kann ich das nicht verneinen, Ronny. Da kann ich dich schlecht schützen, weil du bist statt bekannt dafür, dass du das machst. Selbst bei der Polizei ist die Polizei... Jeder weiß das. Hm. Sehr gut. Irrig. Was soll ich dann argumentieren? Soll ich sagen, lasst euch die Autos... äh, weiter in Leerräumen akzeptiert dann einfach, dass er so ist? Das ist eigentlich so doof, und schließt mal rot, sapi, Idioten. Das ist richtig. Aber trotzdem, nö. Aber ich weiß auch jedenfalls, dass ich nicht der Einzige bin, der das macht. Das ist auch richtig. Aber das ist halt... Aber du bist nur mal Uno. Das kann sein. Der Rest von allen da drin. Ja, ich hab mal nicht. Das hätte er ja Taser und noch andere Dinge. Naja, aber ich hab letztens drei Waffen aus einem Auto geschwungen. Ja, das ist nett. Es gibt aber Leute, die ziehen dann Schrotflinten und anderen Sachen aus dem Auto. Ja. Die mehrere Millionen Wert haben. Ja, da kommt alles noch. Kommt alles noch? Ne, jetzt nicht mehr. Jetzt haben die Koppers eigene Schließfächer, dann sind die Sachen nicht mehr in den Autos gelagert. Oh. Die Zeugen sind vorbei, Ronny. Scheiß-Update von der Polizei-Session. Oh, Herr Juri ruft an. Haben Sie die Base geupgradet? Hallo, Herr Juri. Hallo, wer hat Luka das angerufen? Ich weiß nur nicht mehr, warum. Ich glaub wegen... Man sagt das irgendwie jeder hörte zu mir. Ich glaub wegen dem Mietvertrag oder so, aber das wollten wir in den Tagen machen. Ja, dann müssen wir gucken. Deine Freundin, Frau, muss ja auch dabei sein. Die muss ja auch mit drin stehen, oder? Ja, dann müssen wir auf die warten. Wie geht's der? Hast du schon was gehört von der? Bisher nicht. Also, ich hab den Arzt vorbeigeschickt, aber, ja, nichts Neues. Das wird schon wieder. Ronny, was will sie schon machen? Ja, muss ja. Nun, falls kriegst du diese Anti-Idiotiker oder wie der Scheiß zu kreist. Wenn sie Bullshit wäre, dann würde ich dir helfen können, aber ich hab keine Möglichkeit gerade. Okay, wenn es mir einfällt, rufe ich nur mal, Herr Juri. Alles klar, mach das. Ich kann so später. Ja. Na, man kann nix machen. Aber wenn die dich erwischen, Ronny, dabei beim Halbzahlen und wissen, dass du das war, dann zahlen die das doch nur dreifach. Wir brauchen Auftragskiller. Der weiß, wie teuer sowas ist. Nein. Vielleicht einen schlechten, günstigen. Ja, der wird den Auftrag aber nicht ausführen. Zumindest nicht lehnt. Na, ich will damit nichts zu tun, mit dem Auftragskillerpinsel. Ja, aber dann kann man bei der Precise sagen, komm, man liegt eine Leiche im Viertel von den Chips. Auftragskiller, wir sind doch hier nicht ein Kinnifel. Ja. Auftragskiller. Ich hab gestern geguckt, war Spencer und Darren Schell. Das sind aber keine Auftragskiller. Aber da gab's einen Auftragskiller, der hat die gejagt. Im Theater. Im Prinzip können wir nix machen. Ohne selber nicht krippend zu werden. Und eigentlich hast du es auch verdient, wenn du geklaut hast bei denen. Vielleicht nicht so, dass die dir auf deinen Kopf treten. Aber ohrfeigen. Weißt du, was in Arizona passiert, wenn du auf das Land von einem Bauern gehst? Dann darfst du die abknallen. Ja, der knallt sich einfach ab. Du musst nicht mal die Kuh gestreichelt haben. Der knallt sich einfach ab. Weißt du, viele Fäule nicht verloren habt dadurch? Nee, wie viele? Weil die mal einen Flitzer gemacht haben übers Feld. Drei Stück. Die haben alle vor 600 Metern einen Kopfschuss bekommen. Mit einem M16-Sniper-Gewehr. Und der Kopf ist einfach geplatzt. Oh. Ja. Nur weil die nackig übers Feld gerannt sind. Okay. Ach Mann. Und der Weißen ein Eier geklatscht hat. Und Glück war ich schon immer und unsportlich. Ich konnte da nicht rüber hin. Dann wäre ich jetzt auch tot. Arizona ist auch ein Halbsflaster. Drei Kumpels habe ich verloren. Du kannst vor sein, dass sie dich nur voller Kloppt haben. Ja. Ja. Boom, Headshot voll ins Knie. Das war nicht lustig. Nein, das war nicht lustig. Ich hab die beerdigt. Weißt du, Scheiße, das ist, wenn du vor dem Sack stehst, wo eine Leiche drin ist. Ohne Kopf. Weißt du, die sieht man nicht, weil der Sack ist zu, oder? Ja, der ist auf bei uns. Oh, der ist schlecht. Die machen den nicht zu. Das ist die Knallhard Realität. Oh, Mann. Treffen sich zwei Hunter, einer kritisch. Ich kenn den so. Wir können da nichts machen. Treffen sich zwei Hunter, beide tot. Weil die sich totstellen. Ach, die Klappe. Okay. Außerdem sind wir keine Kriminellen. Aber wir können dem Chef unsere Dingssachen, ne? Unsere, wie heißt das? Unsere Geschäftsidee mit dem Koffer rumlassen. Das können wir versuchen. Weil da machen wir uns nicht Kriminell. Wir sind Taxifahrer. Nee, da macht es nur der Fahrgastkriminell. Genau. Der nicht existiert. Ja, der Chef ist dagegen. Gegen was? Der ist dagegen. Sobald es das Taxi betrifft, ist der Chef dagegen. Aber wir können, wir können nichts da machen. Ach, der läuft wieder in den wütenden Viereck. Guck dir dann. Weißt du unser Safe-Wort? Oklahoma. Oklahoma. Das darfst du nie vergessen. Warum? Das ist das Einzige, woran ich mich... Das vergesse ich nie. Oklahoma ist immer Hilfe. Okay. Oklahoma, Oklahoma, Oklahoma. Was ist? Nichts. Hunger? Nee. Ich habe noch genug Essen bei. Ja, von mir. Und bei Twinkie war der Ernst, hat Herr Juri gesagt. Oh, und wie geht es hier? Weiß der nicht. Komm, du denkst hier einen Moment, der kommt jetzt zu dir. Aber dann... Läuft er hier. Ist wie so ein HB-Männchen. Fußballtrainer am Rand. Also vergessen wir die Sache mit den Flips. Ja. Müssen wir. Müssen wir, ja. Aber wenn alle schlafen, gehe ich mich dunkel an und gehe wie so ein Super-Spider-Man durch die Autos. Schon wieder? Ja. Dann töten die dich nächstes Mal. Okay, dann lieber nicht. Brauche einen Auftrag. Willst du einen wie Philipp? Ja. Philipp. Wer ist Philipp? Das war einer meiner drei Freunde. Ach so. Philipp. Nein. Der hat nur ein Bein. Nein, als der es nicht über das Feld geschafft hat. Der ist weit gekommen. Hm. Bis zum ersten Hübschel. Der Hübschel, eigentlich? Grüße. Hallo. Wir haben... Wir vergessen das mit dem Flips besser. Wir müssten selber kriminell dafür werden und ich will nicht ins Gefängnis. Nicht? Ich war schon im Gefängnis. Und wie war's? Ich bin ein... ...harte Arbeiter in der Mensch. Da war niemand. Alle haben in den Schönen geschlafen. Aber der Punkt ist, Ronny, du hast jetzt... ...extrem... ...was ich nicht geil finde, aber du hast extrem aufs Maul für die angebliche Aktion, die du gebracht hast, bekommen. Das heißt, das Thema sollte für die durch sein. Wenn ihr dich nicht in Ruhe lassen, dann stimmt aber nicht. Wir halten doch die Lassen in Ruhe. Sollen die dich nicht in Ruhe lassen, rufst du mir an. Okay. Demonstriere ich da... Ach du Scheiße. Ich glaube, ich sehe einen Geist. Wo? Ist das mit Rungen? Wo? Kann man denn am Handy geist sehen? Wo bist du? Kein Sinn. Elvis Hacker. Ich stehe auf einem Casino-Power-Klotz mit Adela. Peanut und... Adela? Wo ist der Adela? Wie in der Wüste. Doch irre. Wir holen ihn ab für Kleingeld. Casino-Power. Okay, bis gleich. Ich glaube, wir haben eine Frage. Ja. Wenn wir einen Fahrgast abholen. Und der hat eine schwere Tausende. Was? Du Casino-Power-Klotz? Leck mich am Arsch! Leck mich doch am Psykali! Nee, ich höre dir zu, ich höre dir zu. Hat er gesagt? Sein Hand ist ein Telefonhörer. Wir haben ihn im Fahrgast abholen, der hat eine schwere Tasche bei. Ja. Und der tut die Tasche im Koffer rum. Ja. Und der vergisst, die aber rauszuholen. Ja. Und da sind Sachen drin, die da nicht reingehören. Also, böse Sachen. Weißt du, den da reingehören? Ey. Böse Sachen. Was denn? Nein, das ist jetzt nur eine Geschäftsidee. Für dich als Chef. Ja, aber warum sollte das ein Fahrgast tun, seine Tasche in den Koffer rumtun? Ja, vielleicht, weil er nervös ist, unter Zeitdruck. Also, ich bin jetzt seit einem Jahr hier im Staat und das hat noch nie jemand getan. Deshalb ist es ja so gut. Die Frage ist, wenn die Polizei ihn anhält, werden wir dafür verhaftet? Ja. Warum? Weil es euer Fahrzeug ist. Das mag keinen Sinn. Ihr müsst nochweisen können, dass es dem Kunden gehört. Also, je nachdem, was für einen Officer ihr habt, geht das fit. Wenn ihr aber da so ein Ding insitzen habt, dann ruft er mich an und sagt, ich mag das die Firma nicht. Was? Nee, eher so ein Klausbär. Wer ist ein Klausbär? Der schlimmste Kopf. Das ist ein bescheuertes Name. Heißt der Redneck oder so? Ich habe keine Ahnung, wie der heißt. Er hat rote Haare. Er hat immer so eine blaue Krawatte. Den kann ich auf den Tuck nicht leiden. Sollen wir den empführen? Nein, das ist auch wieder was. Nee, ich wollte ihn zusammenschlagen lassen, aber irgendwie habe ich das vergessen. Ich habe mir gedacht, das ist die Energie für so einen Idiot nicht wert. Jo. Du bist schon lange von der Beach Party weg. Zieh dir mal was an. Ach, ja, ich kam noch nicht dazu. Ui, Memo. Jo. Jo. Schon wieder? Ach dann. Du hast schon mal Fotos von mir gemacht, wo ich halbnackt war. Habe ich gar nicht. Doch. Die war für einen Bishop, der hat gut gezahlt. Meinst du, das ist... War es ein Twinkie davon? Ne, habe ich gar nicht. Jetzt schraube ich mir auf. Das stimmt nicht, das ist eine Lüge. Okay, ich fahre den Jodermat zum Flughafen, der muss nach Vegas. Jo. Jo. Tschüss, Jo. Und die Leitstelle gibt keine Jobs ab. Die Leitstelle bin ich. Und die Leitstelle kriegt kein... Ja. Ich glaube, es ist einfach nichts los. Kein Ago. Gerade ist nichts los, schreib mal. Ich brauche Geld, ich habe nichts mehr. Keine Bremse. Versuchst du mal im Unicorn, wir tanzen. Ne, darf ich nicht. Dann kriege ich Ago von Twinkie. Sag mal, was macht... Jo. Heute noch so? Was Jo heute noch macht? Ja, weißt du denn? Jo. Ja, also... Wird er jetzt weiterhin so weiter, oder? Hm. Der geht nachher wieder nach Hause. Ach so. In dem Aufzug? Ich verstehe diese Floskel nicht. Ähm. Ja, der geht wieder dahin, wo er hingehört eigentlich. Ja, wann denn? Ja, irgendwann nachher. Warum nicht jetzt? Ja, weil Jo will noch draußen sein. Ach so. Ach so. So, ich dachte Jo... Ich kann das nicht. Ich bin kein... Ich kann solche Codes nicht reden. Warte denn? Boah, jetzt zwingt er wieder an. Das ist ein Arschloch. Warte mal, warte mal. Wie hast du jetzt gerade geredet? Ja. Wer bist du? Jo. Jo. Ja, das war knapp. Ähm... Ist immer das gleiche mit dem. Ja, der ist immer am Telefon. Ich hab die Frage auch nicht verstanden, was er wissen will. Auf jeden Fall können wir den Plan vergessen. Ich darf nicht ins Gefängnis. Was ist denn da los? Oh, die sind schwer bewaffnet. Okay. Ja, Pinseln, ich hab keine Ahnung. Oh mein Gott. Oh nein, bitte nicht, bitte nicht. Nein. Oh nein. Das war aus Versehen. Mann, nicht schon wieder. Ich war so erschrocken von dem Elkerei dahinten. Fahr trotzdem mal rechts ran, bitte da. Oh Mann. Och nee. Ich mich wieder... Mann. Och nein. Heute ist ein Scheißtag. Ja, wieso das denn? Mann. Das ist mir vorhin schon passiert. Ja, warum machst du das denn nochmal? Das war aus Versehen. Können den sie runternehmen. Mann. Kommen Sie einmal hier nach vorne, bitte. Ja, Waschmaschine. Das war aus Versehen. Ja, aber wieso machen Sie das denn nochmal? Wenn das vorhin schon... Müssen Sie doch aufpassen. Ja, es ist so schwer zu nehmen. Waren Sie zu schnell unterwegs, oder was? Nee, da hinten steht ein großer Hackerwärmplzeit. Ja, und das hat jetzt bis die 100 Meter hier runter nachgezogen in Ihrer Fahrweise. So nervös war ich. So nervös? Ja, die haben nämlich ganz große, ganz große Knallen in der Hand. Hm, sehr schön, sehr. Ich dachte, passiert wieder was Schlimmes. Okay, haben Sie einmal einen Ausweis für mich? Ja. Ich muss mein Portemonnaie holen. Oh, ihr seid nett. Das ist doch mein Fusch. Ja, ich habe einen Fusch. Der heißt Hashish. Wie heißt der? Hashish. Latif Hashish. Wollen Sie den sehen? Ja. Okay. Komm mal raus. Gucken Sie mal. Oh, der ist ja niedlich. Ja. Ist ein ägyptischer Sonnenbrillen frisch. Nicht schlecht. Das ist doch wegen der... Weil er so... Ja. Weil der eine Sonnenbrille hat. Wie alt ist der? Das ist ein Mädchen. Wie alt ist sie? Noch nicht so alt. Hat sie einen Namen? Hashish. Ach ja. Latif Hashish. Entschuldigung. Ich habe nur gerade in die Reakte gelesen. Ich habe nicht zugehört. Okay. Ja, das ist schon der dritte TC. Obwohl ich für die ersten zwei nichts kann. Ach, wie immer. Das war jetzt ja auch... Da können Sie auch wieder nichts führen. Doch, doch. Das war meine Schuld. Und der von vorhin auch. Stimmt, am 28.2., 9.3. und 3.4. Jeden Monat einmal. Nee, gucken Sie. Ich habe Waschmaschine. Ja. Meine Frau Twinkie. Oh Gott, jetzt kommt es ja. Moment, ich muss mich wieder ins Käfig tun. So. Meine Frau Twinkie gibt sich immer super dolle Mühe beim Parken. Ja. Und wir haben im Hotel gewohnt und haben super dolle geparkt. Ja. Und das Auto stand aber komischerweise dann so ein bisschen auf der Straße. März auf dem Bürgersteig. Und da hat man auch, bis er dann gesagt, oh oh. Und dann hatten wir, ja genau, falsch parken. Okay. Und das Fahrzeug war auf Sie zugelassen, deswegen haben Sie das Ticket? Ja. Oder? Okay. Und dann waren wir mit Herrn Dieter bei der Polizeiverwahrstelle. Und ich habe dem das auch gesagt. Ja. Und dann mussten wir nichts zahlen und haben es so rausbekommen. Na, sehen Sie mal. Ja, aber dafür habe ich trotzdem Eintrag bekommen. Das ist ein Klassebucheintrag, ja. Sag mal, diesen Frosch, wo haben Sie den her? Haben Sie den irgendwie, also nicht, dass der irgendwelche... Irgendwelche, okay, also den haben Sie nicht irgendwie im Internet aus Ägypten bestellt oder so, nicht, dass der irgendwelche Pässe und Cholera hier in die Staaten kriegt? Nee, den habe ich nicht mit aus dem Urlaub gebracht, den habe ich hier gefunden. Achso, okay. War auch schon beim Tierarzt mit dem. Oh, also du schon mal durchgecheckt? Ja, der hatte nämlich ein blaues Auge. Oh, unter der Brille? Ja, genau. Uiuiuiui. Weil der Pinse, mein Freund, der gerade im Krankenhaus liegt, der hat den gefangen und der musste sich mit dem prügeln. Mit dem Frosch? Ja, weil der sich nicht einfach fangen lässt. Okay, gut, dann kriegen Sie ja Ihre Personalien wieder, dann können Sie Ihren Fahrgarten weiter transportieren. Entschuldigung. Ja, passt schon. Ich bin ein gesetzesttreuer Bürger. Das freut mich sehr zu hören, dann machen wir das ab jetzt auch mit bestem Wissen und Gewissen. Okay. Tschüss Latifa oder wie auch immer. Latif Haschisch. Ja, sag ich ja. Der hört dich nicht, der ist im Kiepig. Wird wieder schauen. Darf ich einsteigen? Ja, na sicher, schöne Weiterfahrt. Danke. Wiedersehen. Schönen Abend noch. Ebenso. Schöne Besten. So darf man aber auch nicht parken, ne? Herr Waschmaschine? So parkt man aber auch nicht. Nee, wir fahren auch gleich weg. Nein, die Klamp hat sich. So, der Herr, wo würden Sie noch mal hin? Boah, die haben noch Schwein gehabt. Gut. Das ist echt, echt pleite. Und ich steig aus und dachte so, vielleicht höre ich dann euch beide reden, was ihr sagt. Und der Typ kommt direkt zu mir. Ja, der Herr, was ist los? Einfach ohne was zu sagen, mich wieder hingesetzt. Hättest du gesagt, yo. Das geilste war, yo, weil der hat irgendwas gefragt und ich konnte zum Glück mit yo darauf antworten. Also geht euch weiter, yo. Wo wollten wir hin jetzt zum Titi Club? Ja. Ach man, ich hab heute so, heute ist so ein Pechtag, dass sie ganz da hat, dass mein geliebter Twinkie nicht da ist. Das stimmt. Guck mal, der knackt. Auto ist kein Jux. Das ist sein Auto. Oh. Boah, ich muss mal meine Finanzen checken, jetzt ist doch irgendwo ein Bankautomat. Hier halte ich nicht. Kommt der gleich wieder um die Ecke gedürftet. Ich geh kurz meinen Finanzen checken. Ich komm, ich auch. Ich muss auch. Heute ist echt ein Scheißtag. Ich hab 400 Schien. Ich hab 1300 Dollar noch. Ich bin so arm, ich kann nur noch einmal tanken. Das ist das Existenzminimum. Ich brauch Kohle. Wo krieg ich Geld her? Wieder Stohrheim. Komm. Hey. Ja. Pangen. Nein, ich will kein Geld von dir. Nicht noch mehr Schuld. Nein, Twinkie, hau mir den Kopf ab. Ich darf keine Schulden machen. Okay. Die wird so schön schimpfen mit mir. Die wird sagen, du hast wieder Glücksspiel gemacht. Boah, ich kann, ich kann mich... Wo ist das, die Nummer vom Fischkopf? Äh, ja. Gib mir die mal. Ich weiß, wie ich aus meiner Misere rauskomme. Bischop. Es gibt nur einen Weg, wie man das schafft. Fünf, fünf, fünf. Drei, zwei, eins. Drei, zwei. Nein, warte. Drei, zwei, eins. Neun, sechs, drei, neun. Neun, sechs. Drei, neun. Es gibt nur einen Weg aus den Schulden heraus. Geht's jetzt all in? Halt die Klappe. Grüßen Sie sich. Ja, Bischop. Ja? Hier ist Peanut. Ja, hey, Peanut. Ich mach dir jetzt ein Angebot, was du nicht ablehnen kannst. Oh Gott. Gehörst du jetzt zur Mafia? Was gibt's? Nein. Wir würfeln. Um 20.000 Dollar. 20.000 Dollar, ja? Ja. Ja. Wo bist du? Wo bist du? Im Casinoparkplatz gerade. Ich komm da hin. Ne, sag mal, wo du bist. Und ich bin da im Unicorn. Was machst du denn im Unicorn? Du hast auch ne Torde. Bist du mit Hans-Peter unterwegs? Ne, mit meinem Freund Jo. Okay, ja gut. Dann treffen wir uns am Casino. Bis gleich. Okay, bis gleich. Pinsel, ich darf nicht verlieren. Ich darf auf keinen Fall verlieren jetzt. Wenn ich jetzt verlieren, bin ich komplett am Arsch. Ich bin so gefickt an und Twinkie wird mich verlassen. Oh nein. Du, oh mein Gott. Du musst, wenn ich verliere, das Faul strecken. Ich, ich geh dann auf ein Erdbeerfeld, heute noch. Das ist kein Witz. Ich darf nicht verlieren. Warte, ich muss mein Würfel zinken. Wo ist der? So weit ist es schon gekommen. Ach, ich muss würfeln. Auf Mama Turnbrett. Sechs, okay. Fuck. 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 Oh nein. Würfeln. Würfel müssen eins ist. Ja, ja. Oh Gott. Würfel, komm. Willst du mich verarschen? Wenn jetzt ein Drei kommt, ne? Heizt's Maul. Wenn jetzt eine Zwei kommt. Oh mein Gott. Ich muss auf eine niedrige Zahl. Das ist gut, das ist gut, das ist gut. Ne, warte, ich hab Angst, dass die Eins kommt. Ja, genau. Oh, komm, ja. Ach, Gott sei Dank. Niemals kommt zweimal hintereinander eins. Ist das sicher so? Weiß ich nicht, keine Ahnung. Ich muss wirklich aufs Erdbeerfeld. Wenn Twinty das erfährt, ne? Dann darf die nie erfahren. Das darf die nicht wissen. Oder sagst einfach, war das nur ein Scherz? Nein, Schulden sind Ehrenschuld. Bitte, bitte, bringe ein bisschen Glück. Oh Mann, soll ich so lange am Goldfluss für dich? Ich muss heute noch was Erdbeerfeldern. Ich sag's ihm, du kommst mit. Alles außer das. Wo ist der? Das ist ja die Höchststrafe. Ich darf nicht arbeiten, ich hab kein Gehirn. Hab ich vergessen? Was macht mein Auto da? Bitte, bitte, bring mir Glück. Bitte. Ach, nein. Wo ist der? Der Pfollner. Schlimmfine. Ich bin komplett pleite. Ich würfel jetzt mit Bishop um 20.000 Dollar. Oh Gott, wenn das... Und ich darf nicht verlieren. Sonst muss ich aufs Erdbeerfeld. Und Twinkie verlässt mich. Oh nein. Das wär echt scheiße. Ich hab dich erwartet. Wir, eine Runde, nur eine einzige Runde. Eine, nee, komm. Zwei. Nee, eine Runde. Zwei, nee, eine Runde ist unfair. Pass auf, erst mal, Bishop. All in. Kennst du schon? Jo. Das ist mein Freund Jo. Jo. Ach, okay. Danke für das Gespräch, Jo. Eine Runde nur, Bishop. Jo. Warum nur eine Runde? Eine, all in. Nicht all in. Ja, für mich ist das all in. Hast du eine 20.000? Ja. Ja. Aber erst mal kriegst du den, ja. Was ist das? Danke. Eine Sportzigarette. Eine Runde. Eine Runde. Okay, aber du fängst an. Ich fang an. Ja. 20.000 Dollar, eine Runde. 20.000 Dollar. Oh mein Gott, bitte gib mir einmal Glück in meinem Leben. Komm schon, bitte. Oh, bitte. Nein. Das ist doch alles. Ich bin der Marsch. Ich bin der Marsch. Ich muss auf der Appelfeld. Oh Mann. Okay, ich geh Geld holen. Nein, musst du nicht. Komm, scheiß mal. Verdammt, Leute, das ist ein Scheißakt. Heute ist ein Scheißakt als Maul. Ich hab kein Glück. Ich hab einfach kein Glück. Lach nicht, du Arsch. Lach nicht. Also stimmt, ich muss dir was leihen. Bisch, hab noch eine Runde. Nein. Ja, hab noch eine Runde. Nein. Aber dann muss ich Schulden machen. Komm. Noch eine. Komm, 50.000 hast du. 50.000. Komm. Oh mein Gott. Aber dann muss ich das. Ich brauch zwei Tage, um das zurückzuzahlen. Außer du gewinnst. Dann kriegst du 30.000 von mir. Ja, und danach sagst du nur noch eine Runde. Ja. Ja, du wiffst aber wieder als erstes. Meine Frau wird mich verlassen. Ich werde auf der Straße enden. Jo. Ich weiß nicht. Ich bin umzittern. Komm. 50.000. 50.000. Also ich hab mich grad vor dem Casino von 5.000 auf 50 hochgespießt. 50.000. Alles nur um Johnlay abzuziehen. Eine Runde. Eine Runde. Und ich würfel. Du fällst dann. Eine Runde nur. Kein Wiederhol. Nichts. Ey, komm. Ich muss auch die Chance haben. Bitte. Komm schon. Papa braucht neue Schuhe. Komm. Ja. Okay. Oh mein Gott. Oh, bitte. Keine 6. Bitte nicht. Eine 5 oder eine 6. Eine 5 oder eine 6. Nein. Papa braucht neue Schuhe. Papa braucht neue Schuhe. Ich würd auch gerne mitmachen. Bitte nicht. Oh mein Gott. Oh fuck. Nein. Nein, du willst mich verarschen. Oh mein Gott. Mir ist schwindelig. Oh mein Gott. Kannst du wieder gehen mit deinen gezinkten Würfeln? Fuck. Ah, nicht. Du machst nicht mit, also Peter. Kann doch nicht sein. Oh mein Gott. Bitte. Komm schon. Oh mein Gott. Nein, ich bin am Arsch. Ich bin so am Arsch. Oh mein. Okay. Oh. Ich bin am Arsch. Ja, bis hier auf Erbefeld. 70.000, Piene. Ich bin am Arsch. Oh Gott. Ich bin am Arsch. Ich bin am Arsch. Ich habe alles verloren. Ich habe mein Geld verloren. Ich habe Schulden. Ich habe keine Frau mehr. Ich habe nichts mehr, Alter. Ich bin gefickt. Ich bin richtig gefickt, bin ich. Ich muss aus Erbefeld. Was verdient man auf dem Feld? Wo fahre ich hin? Was war das? Ich weiß es nicht. Das war meine Zukunft. Scheiße. Wir müssen zum Bauhaus einen Spaten kaufen oder eine Spitzhacke. Ehrlich jetzt? Ich habe kein Geld dafür. Ich muss kurz am Baumpinkel gehen und über meine Zukunft nachdenken. Ich bin sowas von gefickt, Alter. Ich muss das ganz schnell gerade befinden, bevor Twinkie wiederkommt. Warum habe ich das getan? Warum? Warum? Vielen Dank. Herr Bus, mein Kumpel. Peanut? Hallo, Chef. Hallo. Chef, ich bin gerade in einer echt miesen Situation, falls es mir bekommen wird. Ich habe, ich habe, du hast mir doch schon mal was abgekauft. Ja, was denn? Hast du da noch Interesse dran? Was, wie, was denn, was genau? Ich habe Pistolen. Brauchst du Pistolen? Ja, die Pistole halt. Äh, ja, wie viele? Ich glaube, zwei. Was willst du dafür haben? Weiß nicht. Wie viel? Ich weiß nicht. Mach mir guten Preis. 19 würde ich dir bieten. Für beide? Nee, pro Stück. Ja, mach mal. Okay. Wenn erst 38. Äh, ja, ich habe jetzt eine Fahrt und dann bin ich wieder am Taxi. Okay. Okay. Dann komme ich gleich zum Taxi. Okay, bis gleich. Bis gleich. Tschüss. Tschüss. Okay. Da haben wir schon ein bisschen Kohle reingeholt. Pinsel. Wo bist du, du Arsch? Jetzt hat er mich auch schon verlassen. Pinsel, du bist ein Arschloch. Warum Schwein? Ich weiß ja, dass der Waffen kauft. Ich bin am Arsch, Alter. Ich muss den Rest erarbeiten, irgendwie, bevor Twinkie kommt. Ich weiß, ich habe keine Ahnung, was man aus dem Erdbefeld verdient. Ach, da. Ach, der Pinkel dauer hat. Ich habe keine Ahnung, was man da verdient. Ja, das wird echt Zeit, rauszufinden. Warum mache ich das auch, Alter? Tut mir leid, Schalt, aber ich muss, ich muss da der Arbeiten. Twinkie hat gesagt, wenn ich das noch einmal mache, dann verlässt die mich. Ich dachte, jetzt kommt der erste Ladenraub. Ich werde halt wirklich dadurch so richtig in Bedrängnis, ne? Das ist schon sehr verlockend, kriminell zu werden. Aber das würde ich maximal machen, wenn ich wirklich keinen Ausweg mehr sehe. Wenn wir wirklich richtig Geldprobleme haben, um zu überleben. Überleg mal, ich habe 1.000 Euro und eine Dollar noch. Eine Tankfüllung kostet 1.000. Das Parktreffen, ich gebe dir 500k. Wenn ich auf Curtis Long würde, hätte ich 16 Millionen oder so, Alter. Geh nix, Junge. Das ist der Peanuts-Struggle hier. So ein Pinsel kommt mit, der muss mir helfen. Wenn man es zu zweit macht, glaube ich, wie Lüge. Codys gehört mir, auf Papier, immer noch. Und die Halle gehört mir. Und die ganzen, okay, was heißt Autos? Sterling eine halbe Million, der andere auch nochmal eine Million. Okay, ich schätze, 10 Millionen mit Curtis ungefähr. Nee, schon abgegeben. Nee. Ach, du hast ja auch Dings, ne? Mit deinen Haaren los. Ach, der hat im Instant Kopfschmerzen gekickt. Ich dachte schon, du hast mich jetzt auch verlassen. Nee. Hase Peter kauft zwei Waffen von mir ab. Ich muss. Pinsel, Pinky, verlässt mich, wenn ihr es rausbekommt. Ich darf sie nie erfahren. Ja, das wird sie aber erfahren. Ja, weil ich mich verblabber. Ja, eben. Ich kann dir nicht nochmal vertrauen. Ich muss jetzt gucken, was ich im Auto ab oben... Oh je. Ich muss aufs Erbefeld dafür. Ich muss... Lach nicht, du Schwanz. Was ist das denn? Hä? Warte mal, Pinsel. Hast du mir gerade einen Umschlag gegeben? Nö. Nö. Lüg nicht. Nö. Hast du mir beim Pinkeln einen Umschlag in die Hosentasche getaunt? Nö. Du sollst nicht lügen. Ja. Warum? Jetzt hab ich noch mehr Schulden. 69, die Zahl der Liebe. Mach's wieder gut. Mach's wieder gut. Wer hat deinen Arsch von der Straße geholt? Du blöder Penner. Spice, ich hör das schon mit Twinkys Stimme. Der Speckschnütchen, wirst du schon wieder Glücksspiel machen. Fuck, aber das ist geil. Lass da die Finger vom Glücksspiel. Nein, ich wüffel nicht nochmal. Ich muss jetzt erstmal den Wilde anrufen. Ja, Pina? Wilde. Ja? Du bist doch gut connected und kennst dich aus. Ja, warum? Ich stecke halt in einer ganz misslichen Lage. Ehrlich jetzt? Was ist denn passiert? Was verdient man auf dem Herberfeld? Was verdient man auf dem Herberfeld? Was ist das denn für eine Frage? Ja, es kann sein, dass ich ein kleines Glücksspielproblem hab. Und grad mehr gegambelt hab, als ich überhaupt besitze. Das ist schlecht. Ich geh ein bisschen abhalten. Äh, scheiße. Ist nicht euer Ernst, oder? Hilfe, ich bin gestecken geblieben. Seid ihr wirklich auf dem Herberfeld? Ich kann nichts machen heute. Um die Uhrzeit? Hallo. Ich stecke in der Tür fest. Was zum... Wie du steckst? Ah, boah. Oh Gott. Buckelo. Alles gut. Was war das denn? Du machst mich so fertig, ne? Ja, ich hab 70.000 Dollar Schulden. Was hast du? 70.000 Dollar Schulden? Ich hab mit dem Bischop gewürfelt. Weil ich hatte 100.000 Dollar... Doch, wie kannst du mit dem Bischop würfeln? Das ist ein Betrüger. Nee. Doch. Ja, du zahlst die 70.000 nicht an den. Dann hab ich mit dem Bischop um 20.000 gewürfelt. Hab verloren. Ja. Und dann hat er mich überredet, nochmal um 50.000. Ach, was? Und dann war drei Stand und dann hat er gewonnen. Oh Mann, Peanut. Was machst du für Sachen? Egal. Ich geh auf dem Herberfeld. Ja, ich glaub drei Dollar kriegst du pro Herdbeere. Kannst du ja mal... Ach du Scheiße. Kannst du ja mal hochrechnen, ne? Nimm dir ein großes Auto mit. Ja, ich hab ja mein SUV. Also ich hab sonst einen Schlüssel für den Rabbel. Kannst den Rabbel benutzen. Boah, ich hab jetzt mal... Ich hab kein Auto hier. Ich muss mal gucken, wie ich hier wegkomme. Sonst komm ich mal kurz zum Herdbeerfeld. Nee, wir sind noch im Taxi. Ich geb dem Hansel Pilger, dem Chef gibt, verkauf ich auch was. Ja, okay. Wolltest du nicht auch hier vorbeikommen grad? Ja, aber dann will ich Glücksspiel machen. Ach so, ja scheiße. Ich stell dich nicht aufs Herdbeerfeld. Wir sind auf jeden Fall beim Taxi. Okay. Wenn du herkommen willst. Ja, ich komm mal. Okay, bis gleich. Gleich, tschö. Will ich stehen? Ich hab Willi gefragt. Wie viel man beim Erdbeerfeld verkauft. Der sagt, man kriegt pro Erdbeere zwei Dollar. Das wird ein langer Abend, Pinsel. Ich darf mich nicht überanschränken. Nee, du musst ja auch nichts machen. Du dämliches Arschloch. Ich haufe mich auszulachen. Soll ich mich mit dir in den Kreis stellen? Du bist echt kein guter Freund. Warum hast du mich nicht auf dem Land gehalten? Weil ich es viel wichtiger finde. Ja. Wenn ich Ärger kriege, ne? Ich kriege auf jeden Fall Ärger. Nein, nein. Ich will das nie erfahren. Doch. Oh Mann, hast du mein Müll? Ja, ich hab die weggepuffen jetzt. Warum? Wenn ich Platz brauche für die Erdbeeren. Halt die Klappe. Da, nimm den. Was soll ich damit? Weiß ich auch nicht. Warte mal. Mann! Lach nicht, du Arsch. Egal, wo ich reingucke. Überall liegt Essen, Alter. Wegwerfen. Machst du. Ich bin am Arsch. Ja, und ich willst mir ne Mütze. Ich krieg 38.000 von Hase, Peter. Und wie viel brauchst du insgesamt? 70.000. Wir sind am Arsch. Wir sind am Arsch. 70.000 minus 38 sind, äh, nein, falsch. 70 minus 38 sind 32.000 Dollar. Oh oh. Und ne, warte, warte. Ich habe nur minus 8.000. Nein. Fuck. Okay, ich sag dir, wie es ist. Minus 38.000. Minus 8.000. 24.000 Dollar. Dann habe ich noch 1.000 Dollar übrig. Warte mal, hör zu. Okay. Ich kann dir das alles geben, damit du gar keinen Stress hast. Nein, ich will nicht noch mehr schulden. Ja, 69.000 oder 100.000. Ich komme nicht selber raus. Was hältst du davon, wenn ich das Auto verkaufe und zu Twinkie sage, das wird gestohlen? Oh nein, mach das nicht. Warum? Weil es ist so schön. Dann habe ich aber Geld, dann kann ich wieder, dann kann ich wieder ins Casino. Dann kriegst du Ärger, weil das Auto geklaut wurde. Ja, aber ich kann doch nichts dafür, wenn ihr das Auto klauen. Ist nicht dumm. Ich kann den Juri fragen, ob der einen Job hat. Meinst du, der hat was für uns? Ja, frag mal nach. Aber irgendwie habe ich, glaube ich, russische Mafia. Nee, ich kann, nein, ich kann den nicht fragen. Dann habe ich wieder da Schulden. Wir müssen es illegal werden. Wir müssen, was illegal ist, machen. Wir müssen Autos der Räumen und verkaufen. Ich könnte dem... Ich bring dir jetzt so bei, wie das funktioniert. Nein, ich will nicht ins Gefängnis. Du kommst ins Gefängnis, wenn du Schulden hast, die nicht bezahlen kannst. Echt? Wir kriegen noch von der Versicherung Geld. Wegen dem Mörder. 50.000. Ja, stimmt. Bring mir meine Tricks bei. Die funktionieren. Nur manchmal kriegst du Gehirn aufgeschraubt. Bullshit. Äh, Popo! Hallo! Ich bin arm und tief am Batman auch da rum. Im Schlüpper? Im Schlüpper. Ach, Mann. Wir können nur was Illegales machen. Na? Geht's euch gut? Nein, gar nicht. Warum hat das denn... Der Pinse will das nicht illegal zurückmachen. Warum willst du denn illegal... Nein, ich mach das nicht. Twinkie, die töte mich. Da geht's aus. Hast du ein LKW, Willi? Äh, aua. Ja, wie oft soll ich das sagen? Wirklich halt, du, glaube ich, schäu. Oh Gott, sei Dank hast du eine Kopfverletzung. Ja. Würde ich eine reinhauen. Also zwei Dollar kriegt man pro Erbärge? Drei. Drei Dollar? Ja. Okay, und die geht man pflücken und dann? Ja, und dann bringst du die zum Verkäufer. Da ist immer der frische Verkäufer. Der ist... Der ist momentan... Nee, der ist jetzt momentan da oben bei... Unter der Barbecue Lodge ist der... Hat der seinen Stand gerade. Der hat so ein gelbe... Ja, unter der Barbecue Lodge. Der hat immer so ein gelbes... Zum Früchte Verkäufer. Ja, genau, der hat so ein gelbes Schild da vor der Tür stehen. Also du gehst die nur pflücken und dann gehst du die direkt verkaufen? Ja. Und wenn man zu zweit ist und hat einen LKW, geht das relativ gut. Hast du einen? Äh... Ja, aber das Problem ist... Der Jürgen, der macht da, glaube ich... Komm mal mit, wir gehen auf den Casinoparkplatz. Wir gehen uns mal was anschauen. Ja, aber da fahren wir hin. Ja. Drei Dollar pro Jahr wäre... Das ist eigentlich richtig viel. Eigentlich ist das viel, drei Dollar. Und man muss eine Spitzhacke kaufen. Nee, eine Schaufel. Du musst die ausgraben. Ich bin mir nicht sicher, ob ich da hinfahren soll. Was ist denn der Nase? Ich hab meinen Würfel bei. Du brauchst Platz. Dann gib mir den Würfel oder schmeiß den weg. Nein, das ist mein Glückswürfel. Wortwörtlich. Oh. Halt die Klappe, Pinsel. Du Arsch. Willst du, dass meine Frau mich verlässt? Ich nie verlassen. Naus. Was? Maus. Maus? Was für eine Maus? Oh, ein LKW-Wirbel. Vielleicht ist ja eine Maus. Oh. Ja. Was ist denn das? Oh, ich hab den da gar nicht stehen sehen. Das ist doch kein LKW. Doch, das ist ja vom Erdbeerfeld in der LKW. Ach, nein. Wieso mach ich das? Du musst. Du bist mein allerbestes Freund. Ach, Mann. Das ist deiner? Ja, vom Jürgen. Ja, aber ich kann den nutzen. Wir haben ein Problem. Das Ding ist randvoll mit Öl. Perfekt. Mit Öl. Wann jetzt Öl? Wollt ihr Öl machen? Ich hab, wie? Ich weiß, keine Ahnung. Öl. Was macht man mit Öl? Äh, boah, das hab ich ganz am Anfang mit dem gemacht. Ähm. Nein, dann verkaufen wir den Öl. Du fährst. Guck mal, warte mal auf der Klappkarte. Hast du doch. Öl. Die verkaufen den Öl. Nein, das gehört dem Jürgen. Das gehörte dem Jürgen. Wenn er es nicht wegbringt, hat er es selbst schuld. Ähm, der Hawks, kann ich dem eigentlich in Ordnung. Ich kann nur den Chef fragen, ob der ein LKW hat. Ja, frag mal. Egal, wie du es drehst im Wendespinsel, ob ich es dort auf dem Erdbefeld landen. Wow. Ich helfe. Hast du einen LKW? Wie? Äh, 1375. Hast du keinen? Ach, Mann. Wofür brauchst du einen LKW? Ja, ich muss aufs Erdbefeld. Jetzt auf dem Erdbefeld. Ja, ich muss meine Schulden bezahlen, meine Frau verlässt mich. Du willst aufs Erdbefeld mit... Ja, dann geh doch. Hast du keinen Rushy Rebel? Nein, ich hab keinen Rebel. Hast du kein anderes Auto mit Kofferraum? Ja, doch. Bei einem Rushy Rebel voll, bist du schon mal 20k plus. Mit was? Ja, wenn du aufs Erdbefeld gehst, machst du mit einem Rushy Rebel, machst du so 20, 25.000 Umsatz. Echt jetzt? Ja. Deshalb fallen die mit Schottmöhre, Alter. Ja. Dann könnte ich auch mit meinem SUV fahren. LKW, da wirst du bekloppt worden. Also LKW, bist du dem voll, also 17.3 Stunden. 20.000 Liter Volumen hast du da. Das ist auch gut. Okay, dann fahr ich mit meinem Auto. Nimm doch schon eine große Tasche. Würde ich dir empfehlen. Das ist auf jeden Fall angenehmer. Sonst stehst du da wirklich ungelogen drei Stunden, um ein LKW voll zu machen, oder das Ding fährt so langsam. Okay, alles klar. Ich bin übrigens am Casinoparkplatz. Ja, okay. Du wolltest ja nur vorbeikommen. Ah ja, stimmt, Casinopark. Wir müssen kurz zum Casinoparkplatz. Bin, Leute. Okay, bis gleich. Bis gleich. Der Chef sagt, wir können nur mit dem normalen Auto. Wah! Was könnt ihr? Mit dem normalen Auto. Ja, nehmt euch aber hier eine große Tasche mit. Macht die auch noch voll. Aulo. Ja, das lohnt sich dann auf jeden Fall. Warte, ich trage mal kurz ein, dass ich auf Weltreise bin. Komm nachher mal hoch und ich nehme mein Handy mit und film das Ganze, wie ihr. euch bückt. Ne, pinsel nicht, der ist ja verletzt. Ja, wieso? Aber bücken kann der sich doch. Oder meinst du? Pinsel, stell dich schon mal rein. Auf ein. Du bist doch schuld. Du, Hen. Twinkie hat dir die Aufgabe gegeben, mich vom Glücksspiel fernzuhalten. Ähm. Ich? Wieso, Hen von Bückse war's? Nee, das können wir nicht noch machen. Den wollte ich eigentlich heute anrufen, hab vergessen schon wieder. Ja, Frau Buschkowski. Pinsel, hast du noch ein Auto? Ich hab noch ein paar. Ja, gut, und wie sind wir? Die müssen zwischengelagert werden. Ähm, ja. Äh, ich geh ins... Ich weiß noch nicht, welch... Ich im Unicorn geh ich jetzt noch ein bisschen... Wo von hier ist. Ähm, ich weiß noch nicht, welches Auto voll und welches leer ist. Bei mir ist überall was drin. Müssen wir gucken. Hast du Hunger? Ja, noch ein bisschen Hunger hab ich. Dann hast du mich vermessen. Dann hast du mich vermessen. Dann hast du mich vermessen. Ja. Oh, lass mir rein. Die ist schlecht. Oh, Tinkerbittchen. Wie darf man denn verschwenden? Wir gehen aufs Feld. Vielleicht lämmer in eine nette Dame, würde ich kennen. Oh. Da hast du Schiff, komm. So viel drin. Jeff. 40.000. Ja, ich bin schon auf dem Weg zum Erbefeld. Ach, deswegen holst du die jetzt echt ein LKW? Ja. Hallo Peanut, hallo uns Peter. Oh, hallo. Bitte befall uns nicht. Herr Bishop. Jeff, komm her. Hey, Willi. Eine? Ja. Ui Memo. Ui Memo. Wirst du eine Actionfigur kaufen für 100.000 Dollar? Nee, nicht 100.000. Ich weiß, dass die beim Kodis billiger ist. Scheiße. Er wollte würfeln. Ja, ich weiß. Er hat aber schon. Er hat verloren. Normalerweise sind Spielschulden Ehrenschulden, aber... Ja, ich mach die doch. Hast du gehört? Der hat gesagt, das wäre in Ordnung. Nee, nee. M-m-m. Ich will die 70.000. Komm, Pim. Weihrenschulden. Wir müssen arbeiten. Oh, danke. Danke, dass ich mit darf. Du hättest auch im Krankenhaus bleiben können zwölf Stunden. Na auch. Ja. Ich kann nicht jetzt zurückfahren. Nein. Ja. Später. Wenn mir das nicht auffällt. Mann. Du bist ja schuld. Meinst du, in zwölf Stunden ist mein Gehirn wieder zugenäht? Das ist jetzt schon zugenäht. Ach so. Aber er hat nur gesagt, wir stehen... Oh, oh, oh. Was denn? Ist sehr gut eingefahren. Ach du Scheiße. Was denn? Ich will kurz weit kommen. Was denn? Was denn? Wo ist das Problem? Nee, nee. Alles ist fein. Ist fein. Der Philipp soll das mal abschleppen hier. Geht doch. Geht doch. Oh. Was hast du davon, wenn du mich auslachst? Es tut mir leid. Warte, komm jetzt. Hast du eine Tasche dabei? Nee, ich klau die hier. Nee, du klaust sie um Spind. Jo. Wie plantest du denn so in der großen Tasche? Weiß nicht. Ich tue das auch nur um Spind. Was soll ich jetzt sagen? Sie soll ich eine Zahl sagen oder was willst du? Volumen, Bruder. Kannst du ausrechnen. Ich bin kein Mathematiker. Warte mal. Oh. Was? Auch nichts. Warte. Warte. Das eine ist voll mit Klamotten, die andere mit Telefon. Kannst verkaufen. Ich klau hier immer. Ich hätte auch eine genommen, danke. Was hast du genommen? Nimm. Na, guck. Das reicht. Ich brauche Platz für die Erdbeeren. Was? Ich brauche Platz für die Erdbeeren. Okay, wir brauchen eine Schaufel. Alter. Da hätte ich jemanden auf Fällen gehen. Das hätte ich nie gedacht. Das hier muss wahre Freundschaft sein, sage ich dir. Action, okay. Das hier ist wahre Freundschaft. Ja, danke. Ja. Ich habe dir das Zuhause besorgt. Was willst du eigentlich? Du wohnst in einer Villa. Wo kriegt man so einen Pickaxe? Wo kriegt man so einen Schaufel? Ich weiß es nicht. Nein. Die sind hier in den Spins. Wer weiß ich nicht. Verkauf die immer, wenn ich die in den Spins sehe. Aber ich glaube, die sind saunteuer. Ich glaube, du kannst dir keine leisten. Ein Zwei. Sorry. Also, ich habe hier noch ein... Ja, das ist das iPhone-Trinky, das ist mir runtergefallen. Fuck. Das ist ein Messer. Oh, oh. Ich brauche nicht mehr. Waren tue ich mit dem Dings? Oh, ich habe nur ein Dings. Mein Gott. Kommt Telefon leer. Hast du jetzt einen LKW? Hier ist eine Tasche noch. Liegt hier drin. Echt mal. Guck mal. Ach, Mann. Das sollte ich mit der Sportszigarette. Geh weg. Nein, die ist doch auch Geld wert. Aber sonst erträgst du dann nicht. Warte. Ich tue die im Spind. Warte kurz. Ich sehe... Tschöne, du rennst. Das ist doch mega anstrengend. Jetzt geht es um die Wurst, Kollege. Hast du die Tasche ausgerufen? Déjà-vu. Was habe ich? Hast du die Tasche ausgerufen? Oh mein Gott, wir haben halt zwölf. Bitte behalte dich. Ja, nüs. Warte. Wo sind die Hengis drin? Mit... Kleinen Taschen? Mit viel Molumen. Nein. Große. Mit... Nein. Mit... Die zweitvollste... Da, boah. Mann. Ich bin so ein Dummkopf, Alter. Welche ist jetzt meine? Die. Hast du eigentlich für eine Tasche einen Bauchgürtel? Ja. So, ich habe jetzt noch ein... Ich tue einfach den hier rein. Okay. Jetzt habe ich noch ein Messer und einen Baseballschläger. Die müssen wir verstecken. Okay. Mach dir denn mein Auto. Und wir müssen noch ein Schaufel holen. Komm, Pinsel. Déjà vu. Déjà vu. Ist der Koffer um leer? Ja, die hole ich doch jetzt. Ach so. Wo ist dein Auto? Ähm, beim Fahrlinks. Und hinterm PD ins Parkhaus. Da müsste es sein. Okay. Oh, Mann. Oh, mein Gott. So tief sind wir gesunken. Ey, du. Ach, fick dich doch. Oh, komm mal, ja. Ja, der kommt auch gerade von mir. Perfect. Wo ist es? Was dann? Ähm, wir müssen zum anderen Auto. Warum? Warum? Dann guck doch selber. Oh, mein Gott, Alter. Dann schmeiß doch den Alkohol. Was? Wo hast du das her, Alter? Ich habe Hase-Pedals-Foodtrop leergeräumt. Dann schmeiß doch was. Nein, oben. Auf dem Dach ist noch ein Auto. Warum? Du hast zwölf Flaschen Wodka hier drin, Alter. Hörst du mich wicken, Junge? Was willst du mit Tierfutter, Mann? Ich habe Hunden. Schmeiß Tierfutter weg. Ich habe dann Hunden. Du hast keinen Hund. Ich habe einen Hund. Du hast Glas Wurstwasser verheizt. Dann ist mein Auto schnurr für legale Sachen. Du bist ja die Dämonie. Los, oben auf dem Dach ist ein anderer. Du bist ein Rabe. Ja, wenn der den Foodtruck offen lässt. Du beklaust deinen eigenen Chef, Junge. Ja, aber das weiß er nicht. Das wird er nie erfahren. Aber er vermutet es. Da hinten. Ich bin davon. Ach, ach, ach. Ach, ach, ach. Wie ist das? Guck mal, man kann ins Büro reingucken hier. Weiß nicht. Ich mache nachher ein Brot oder so. Ja, da passt. Geht mir schon wieder ab. Buchen die uns? Ich hoffe nicht. Guck mal, der, der fahren Paychecks. Mach auf. Ich hör auf. Was ist denn hier alles zu tun? Ach, frag einfach, ey. Du, ich nehme alles, was ich kriegen kann. Du hast hier schon wieder... Du hast... Hier ist auch Tierfutter drinnen. Aber ich habe einen Hund. Du bist ein Trottel, bist du. Ich mache auch noch was herein, schnell. Okay. Warum hat dieses Auto ein Kofferraumvolumen von 12.000 und dieser hässliche Rusty Rebel hat 20.000? Hat der nicht 20.000? Oh, nur Schippe holen. Ja, Baumarkt. Ich denke, ne? Oh mein Gott. Oh Gott, toll. Baumarkt, oder? Ja, ich glaube schon. Am besten fährst du dann direkt dort hin. Oh Gott. Was soll ich machen? Nein, wir fahren. Nein, wir fahren. Willst du mein Geld? Oh mein Gott. Ja, ja, ja. Wir hinkern Pins, es kann sein, dass wir überfallen werden, ne? Wir wollen dein Geld. Fahr zurück, ich wollte was für schenken. Ach so, hast du was dabei? Eine Waffe oder so? Nee. Ich habe meine Waffen gerade verkauft, der Maße Beter. Mein Gott. Oh mein Gott, warte mal. Wenn wir jetzt mal fragen können. Ich habe einen ganzen Umschlag voll Geld dabei. Ich brauche jetzt einen Bankautomat. Nee, komm du nachwegs. Ja? Vielleicht? Ich weiß nicht. Ich glaube schon. Ich glaube schon. 9000 habe ich dir gegeben. Ich hätte nie gedacht, dass du, der, ich hätte nie gedacht, dass du, der, der mich da hinschleppt. Ja, aber ich hätte nie gerechnet. Jeder. Ich hoffe, dass Pinky noch ein paar Tage krank ist. Wieso, willst du morgen nochmal durch, Mann? Nee. Ich weiß halt nicht, wie viel man davon mitverdient. Wahrscheinlich bei diesen Arschen sind sie einfach nur traurig. Da kommt nicht viel raus. Nicht? Ich glaube nicht. Hier ist doch ein Bankautomat. Oh mein Gott. Den meint ich. Oh Gott. Das wäre der vierte TC heute. Das wäre der vierte TC. Auf geht's. Ich habe dich noch nie so rennen gesehen an einem Tag. An einem Tanzschiff. Nee, mit dem Taxi geht nicht mehr. Wir waren die ganze Zeit im Dienst und haben keinen Anruf bekommen. Oh, wir müssen Schaufel holen. Oh mein Gott. Das war halt das am Trend. Jupp, jupp. Oh mein Gott, bitte nicht. Das ist auch einer. Ich warte, bis kein Auto mehr da ist. Ach nö. Oh nö. Oh, bei Klebe fallen das Ding bestimmt jetzt. Ja, aber vorher brauchen wir noch Schaufeln. Oh, ist ein Sheriff. Oder? Bitte nicht. Bitte nicht. FIB. Oder was steht da drauf? Weiß ich nicht. Komm, wir gehen eine Schaufel kaufen. Brauche ich auch eine? Weiß ich nicht. Nein, ich mache das schon. Du Arsch. Okay. Jo. 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 Hallo. Hallo. Wir hätten gerne eine Schaufel nur. Oh. Schnäppchen. Wo? Wo? Da ist eine Schaufel. 160 Dollar, nur das ist ein Schnapper. Komm, ich kaufe beide, okay? Ich habe schon meine gekauft. Warum fallen die Polizei in den Jukula? Oh mein Gott, da kommt noch einer. Da schnell ab und bitte, Pinsler. Da kommen drei. Andere Kammer. Oh, oh. Das hier riesig schnell, weißt du, oder was? Was? Das riesig schnell. Wenn wir noch kurz gucken, ob das hier offen ist. Was denn? Da hinten ist. Ja, da hinten, ich hole dich ab. Nix drin? So. So, ab aufs Feld, Pinsl. Danke, vielen tollen Abend. Produktiv sein. Ja. Halt die Klappe, ich habe dich aus dem Krankenhaus geschmuggelt. Jo, damit ich dir helfen muss beim Chippen. Ja, da kann ich, du hättest doch sagen können, hey Peanut, mach bitte kein Glücksspiel. Ich leih dir 500 Dollar, dann musst du nicht gambeln. Ich wusste ja nicht, dass du mein ganzes Geld nicht besitzt. Ich habe mir mehr gespielt, als ich überhaupt besitze. Ja, das ist ja das Schlimme. Ja, aber nur wenn du groß reingest, gewinnst du auch big. Mit gehangen, mit gefangen. Du musst auf der Atmeer fällen. Oh Gott, bitte kein Unfall. Okay. Das können wir nie wieder gut machen, wenn jetzt das Auto kaputt geht. Dann hau ich ab nach Arizona. Ja, aber ich hau mich direkt, Mensch. Wo ist denn das Feld hier? Keine Ahnung, da wo sie alle stehen, wir müssen gleich sehen. Blinken. Da. Oh mein Gott, ich dachte. Ach guck mal, da rechts bei den 24 LKWs. Und jetzt geht man hin und dann holt die aus dem Dings, auf dem Boden. Keine Ahnung. Ja, dann fragen wir mal den Experten da gleich. Mach einfach so wie die. Keine Ahnung, habst du bis jetzt noch nicht gesehen. Hallo. Ach, schön. Hi, wir sind zum ersten Mal hier. Jo. Muss, jo. Okay. Muss ich einfach die HB-Nosenboden holen? Ja, aber du musst die Schaufel noch holen. Ja, ich hab eine Schaufel, eine Gartenschaufel. Dann ja, dann einfach da graben. Und dann vergisst du die einfach verkaufen. Richtig. Okay. Muss ich irgendwie drauf warten, dass die nicht kaputt gehen oder so? Ja, am besten die Matschigen beiseite. Also ich sammle die immer da, wenn ich schaust, da links ist mein Eimerchen. Da mach ich immer Erdbeerkuchen draus, allen Sonntag. Okay. Danke. Am Problem. Komm, wir gehen in den Polen auf die Dinge. Was darf er denn für Scheiße? Der ist, der ist. Nicht zu weit weg vom Auto. Hau ruck. Oh, hau ruck. Ja. Ich hab jetzt schon keinen Bock mehr. Oh, das sind zwei super gute Alpbären. Ja, ich helf dir. Ich helf dir sofort. Sechs Dollar hab ich Schulden. Das geht richtig in den Rücken. Ja, ich helf dir gleich. Ja, ich hab noch. Jay hab ich. Mann, zwölf Dollar hab ich schon verdient. Guck, wie ich abgebe mit meiner Schaufel. Ich bin ein richtiger Farmer, Junge. Der Centaune kommt bald. Nur noch drei Monate, jeden Tag. Ach, zehn Stunden auf Zeit. Jetzt kann ich dir helfen. Wenn ich die atme, ich bin schon drei Meter tief. Die werden immer dicker. Denk dran, morgen vier Uhr stehen wir wieder hier. Ich hab nur nicht eine Matschige Erdnachung gefunden. Was hat denn der Typ gerade gequatscht? Die sind alle perfekt. Nein, ich muss ein paar E drücken. Der fand von ganz alleine, Junge. Ich muss nichts machen. Aha. Wie tief sind wir gesunken? Ich hab... Ja. Mann. Das ist ja eine vollautomatische Gartenschau. Nicht, dass wir die noch tranken müssen. Ja. Junge, Junge. Wer macht das von ganz alleine? Guck dich das an. Du kannst hier quasi fahren gehen und auf Karte gehen, Alter. Du kommst wieder und hast volle Tasche aus. Du bist ja herrlich. Ich verrege. Was kriegt man pro Erdbeeren? Drei Dollar. Boah, ich hab schon fast 200 Dollar. Echt? Oh mein Gott. Warum geh ich überhaupt Essen kaufen, wenn ich hier einfach Herdbeeren füllen kann? Ach, Mann. Ich hab mir immer geschworen. Ich geh niemals. Hier siehst du mich niemals. Guck mal hinten. Der hat sogar keine Schuhe an. Der ist sogar schon Vollprofi. Stimmt. Warum stellen sie sich nicht zusammen? Da können sie wenigstens reden. Ja. Aber guck mal, hier ist nicht... Oh, da hinten ist noch ein Kröppchen. Da oben auf dem Bergstern kommt das Kröppchen. Oh. Da hinten. Sieht gerade aus. Stimmt. Die stehen am Kreis. Oh mein Gott. Wie tief bin ich gesunken, Binzer? Eigentlich würde ich gerne wissen, was die quatschen, werden sie pflücken. Oder ob das so Schweigekreis ist. Einen geht schon Kaffee holen. Die machen Wechselschicht hier. Jetzt sind zwei Schia... Hier gibt's bestimmt schon einen, der bis nach China durchgekramt hat. Jetzt sind zwei Schia... Der ist dann im In- und Export. Der tauscht dann Reis gegen Erdbeeren. Ich glaube, ich habe noch zwei, drei Tage, bis Twinkie wieder im Lande ist. Oh mein Gott. Damit wir jetzt nicht hier alles machen. Ja. Ich stelle mir schon mal den Wecker für drei Uhr morgens. Oh ja, sehe ich mich. Ich habe aber das ganz große Gefühl, dass wir gleich überfallen werden. Ja, ich sehe nur jubelos. Ja. Ach du Scheiße. Letztes Mal war ich hier und habe einen Taxi-Gast gesucht. Da stand so ein Typ mit einer Frau. Da habe ich den Typ gefragt. Da habe ich den Typ gefragt, bist du mein Kunde? Und die Frau antwortet für den und sagt, die ist gerade intensiv am Graben. Na, intensiv am Graben. Ja, ja. Dann bin ich sofort los. Alter, verdammt. Ich habe auch schon allerlei Zeugs gehört. Oh mein Gott. Vor allem gibt es hier richtig viele Schlangenmenschen. Ja, und hier gibt es sogar Berglöwen. Wo, hier? Ja. Das kriegen die doch eh nicht mit, wenn die angefangen werden von eben. Ja, das ist ja nicht schlimm. Guck mich, wie nicht so. Ich glaube, die Taschen sind voll. Ja. Ach, was soll's? Nach einer bestimmten Zeit stehe ich hier wieder auf. Oh mein Gott. Was? Ja. Aber hier kannst du nicht verhungern. Du kannst dir einfach ein paar Erdbeeren in den Rachen schenken. Ein bisschen klar, aber genau an dieser Stelle habe ich jetzt schon an die 100 gesammelt. Eigentlich müsstest du mit dem Bagger hier hinkommen. Und dann mit einer Schippe so, zack, 5000 Erdbeeren. Guck mal, die haben ganze LKWs hier. Das ist so eine Mafia. Das ist traurig. Das ist traurig. Das ist einfach nur traurig. Wie willst du denn so ein LKW verbringen? Oh, guck mal. Ich sammle. Sammle mal hier rüber. Hör auf. Das haben die noch nie gesehen hier. Dass man sich bewegt? Ja. Oh mein Gott. Und schon wieder zwei. Ich bin doch immer Parel, ne? Ich bin nicht nur einzeln. Ich bin immer zwei. Zwei glänzend rot Perfekte. Die ungefähr drei Donner wert sind. Ah, legt mich am Arsch. Hast du nicht erlebt? Das darfst du keinem erzählen. Aber die Gespräche, was die so sprechen, dabei würde ich gerne mitkriegen. Wir könnten uns da oben hinstellen. Nee, besser nicht. Ach Gott. Nee, wie tief wollen wir noch sehen? Ja. Dann tauschen wir noch Nummern auf. Treffen wir uns hier. Zehn Uhr morgens, erbter Glück. Und die kriegen alle noch Dings, ne? Obdachdingsgeld hier. Ja, ja. Die können noch Stütze alle. Wo würde ich hier arbeiten? Ach, Mann. Hängt mir am Arsch. Boah, machen wir das Auto voll? Oh ja, unbedingt. Ach, Mann. Ich hab immer geschworen. Hier wirst du mich nie finden. Wie tief bin ich gefallen? Ja, zum Glück bist du verkleidet. Kann keiner mit dem Finger auf dich zeigen und sagen. Pinsel auf dem Herbe fällt. Was ist denn das eigentlich auf deinem Rücken? Das ist ein BH? Was? Was ist auf meinem Rücken? Nein, das muss ja. Sieht aus, das ist halt offen mit einem weißen BH. Was? Ach so. Sieht aus wie ein BH. Ist das doof? Was ist das? Ich klatsch dich die eine. Bitte nicht? Ich hab zu schmerzt. Du verrätst das Twinkie, ne? Geht wir um Feld fahren? Nee, dass ich ein Glücksspiel gemacht hab. Keine Sorge. Ich glaub, du musst mir doch zeigen, wie man auch das aufbricht. Ja. Ich glaub, ich zeig dir das auch. Vielleicht haben wir da irgendwann mal Glück. Na ja, die Tage, was hältst du? Also ich hab letztens aus seinem Auto drei bis zu hingezogen. Ja, oder? Hasepeter, bin neuesten 1.000 Dollar gegeben, Po. Richtig, ich krieg 20 bei Hasepeter. Warum kriegst du mehr? Weil ich immer wieder welche finde. Oh, mein Rucksack wird immer schwerer. Ja. Meiner fühlt sich eigentlich an, wie immer. Ach, nee. Wie ist denn das dann mit Öl? Hängst du denn da mit dem Garnschlauch und saugst das ab? Nee, nee. Ähm, ich weiß nicht. Wahrscheinlich auch so. Christian, was ist denn? Ich geh mal kurz zum Auto. Bei Öltropfen? Meine 17, 17, äh... Meine 17 Dings da hinbringen. Hi. 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 Ach, Mann. Nein, da wünsch ich. Ja. Ja. Nicht, dass wir beklaut werden, ne? Ja. Ich geb dir Rückendeckung. Push mal vor rechts. Gibt's ja aber nicht. Okay. Auto passt voll. Und, wann ist das ungefähr? Jetzt mal. Was? Auto ist voll. Das sind... Komplett? Ja. 433 Erdbeeren. Mal drei. Oh Gott. Oh Gott, mein Leben. Oh, ich kann auch hier... ...hier den Ben finden. Ach so, ja, dann machen wir hier. Hier sind auch welche, verstehe. Das sieht krass sehr komisch aus, Pinsel. Egal. Wir sammeln die... ...die Perfekten hier, ...was die anderen fallen lassen. Wenn sie einladen. Da hast du kein Marcel. Nee. Oh mein Gott. Ja. Marcel ist wieder von. Ich bringe morgen mal, wie man... ...ähm... ...autos kann. Dann müssen wir einfach besser werden. Du musst besser werden. Ja. Ich bring dir alle Dectics bei, okay? Oh. Oh Gott, ich hab ne schlechte gefunden. Der war grad, glaub ich, da wütend da hinten. Der hat in die Luft geschlagen. Der hat bestimmt ne faule Erdbeeren gefunden. Mann, ey! Wie, wie, wie sollte man noch ne Kostprobe machen von dir? Kannst du dich bitte wegdrehen? Das sieht sehr komisch aus. Na gut. Danke. Na, herrufen die noch den Sheriff hier. Jupp. Riech Zwangsurlaub. Oh mein Gott. Ich glaub, warum bleib ich im Hotel? Was ist morgen? Sonntag, ne? Jupp. Äh. Ach. Äh. Ja. Und sonst so? Dann... Ich wollte schon sagen. Oh Mann. Sag doch den Typ mal, was die sonst für Gesprächsthemen haben. Was meinst du, was reden die? Die haben doch schon alles durchgekaut. Ja, wahrscheinlich sowas wie... Oh, guck mal. Schon wieder zwei Beeren. Oh, die ist besonders rot. Dafür gibt's vielleicht 3,50 Dollar. Dann kommt der andere. Was ist das denn hier? Das sieht ja aus wie Gold. Egal, braucht man nicht. Erdbeeren sind wichtiger. Nee, nee, nee. Magst du keinen? Also, ein Kilo Gold weg. Oh. Eieieiei. Halt mal mal den Klappstuhl. Also, ja. Ich verstehe, warum die sich alle hier treffen. Tschüss, Ronny. Tschüss, Erfbeeren. Schlaf gut. Guck mal, hat er in einer Sekunde alle eingeladen. Hab ich so gehört. Ist doch nicht schwer, wenn man 5000 Erben in der Hand hat. Einfach reinschmeißen. Oh Gott, das ist nie wieder, bitte. Was hältst du davon? Was hältst du davon? Wieso bin ich nicht mit dem eigenen Auto hergekommen? Achso, die sind alle voll. Weißt du, wie lange das dauert? Mach jetzt nur den Rucksack hier voll und dann schloss mich für heute. Ja, okay, danke. Meinst du, hast du jetzt gedacht, ich mach jetzt 20.000 Dollar Erdbeeren? Nee, oh Gott, was... Hogwarts! Oh Gott, ich werde angerufen. Harry Potter! Hallo? Ja, warte, ich telefoniere mit dem Headset, weil ich grabe Erdbeeren. Nein, mach ich nicht. Mich siehst du niemals auf dem Feld. Ich bin im Krankenhaus. Weil ich bin verletzt. Ich bin... Ich wurde verboxt. Und Lukas Kay, danke für den Wies am 8. Und Calvin, danke für den 2.7. Und Alfax, danke für den Wies am 11. Na, so verboxt, dass ich jetzt im Krankenhaus liege. Ich mach ihr Bumum, ich schlafe. Und Holzer, danke für den Wies am 8. Hab ich irgendjemand vergessen? Du hast mich geweckt. Alles gut. Wenigstens ruft ich einen an. Ihr wolltet heute ein privates Aspo-Dingens machen? Oh, Deldos. Das sagst du mir jetzt. Keine Ahnung. Okay, warte, mach dir Preisgeld. Für den Gewinner. Ich heiße irgendwie... Was hältst du von 5.000 Preisgeld für den Gewinner? Was? 50. Was denn? Oh. So, dann. Na gut. Ich drehe mich jetzt auf die rechte Seite. Ich muss schon ein bisschen ausruhen. Sorry, bye. Aus Block. Dankeschön für den Wies am 9. Okay. Wir wollten... Oh, nee. Jetzt ruft der Chef an. Ich kann das nicht. Ich weiß nicht. Der Deldos. Keine Ahnung. Hallo? Hallo? Ehrlich nicht. Hallo, heiße Peter. Ja? Ein Charakter von mir heißt Pips. Der ist ein kleiner Asuna. Was? Das ist zu viel Text. Ich rufe Juhu. Ja? Ja? Oh, ich kann sogar telefonieren. Hallo, Herr Juri. Hallo? Ich konnte leider nicht anrufen. Ich bin auf dem Erdbeerfeld am Arbeiten. Weiß ich nicht. Warum arbeitest du auf dem Erdbeerfeld? Ich habe Spielschulden gemacht. 70.000 Dollar. Oh, okay. Ja, warte. Warst du im Casino? Ja, war im Casino. Ähm, was hätte ich dir von uns treffen? Ja, der Pinsel verpackt mich eh. Dann gib ihm Erdbeeren, dass er sich nicht verpäst kann. Vielleicht wieder das war er. Wenn es jetzt zufälligerweise im Erdbeerfeld. Wollten wir heute irgendwas machen mit Papieren rein, oder? Ich weiß nicht. Ich muss gucken, ob ich das Treffen gleich so überstehe. Frau Pin, sag doch mal die Klappe. Ja, ich war mit dem von. Ja, dann schweb mal weg ein Stück. Was haben Sie gesagt, Herr Juri? Ich habe gesagt, das kommt drauf an, wie ich das Treffen jetzt gleich überleben werde. Was soll ein Treffen überleben? Brauchen Sie Security? Ah, ich glaube, da bringt Security nicht viel. Das sind Leute, die sind der Meinung, sie können nur kommunizieren, wenn sie mindestens mit 20 Mann anrücken. Oh, Herr Juri, haben Sie Probleme? Oh, weiß ich noch nicht. Das wird sich gleich schon ausstellen. Hallo? Ich kann Security machen. Ich weiß nicht, ob das eine Person gegen 20, weiß ich nicht, ob das so gut gekommt. Ich habe den Pinsel dabei. Ich weiß auch nicht, ob es das besser macht. Ich kann aber in der Nähe sein und gegebenenfalls den Sheriff anrufen. Was macht der Frau? Sie ist denn noch giftig? Hast du dich schon dressiert? Er ist giftig. Hast du dich dressiert? Ich glaube, hier gibt es keine Erdbeeren mehr. Hallo? Ich weiß nicht, ich habe keine Ahnung, ob es noch Erdbeeren gibt. Ich glaube, die sind leer. Ja, dann musst du neue Frauen ziehen. Bin sie, ich glaube, mein Schaufel ist kaputt. Musst du dir eine neue kaufen? Was? Also brauchen Sie keine Security-Juri? Oh, das wird schon so irgendwie gehen. Ich kann auch den Sheriff rufen, wenn es irgendwas Probleme gibt. Ah, den kann ich nur was auch selber rufen. Ja, und was ist, wenn Sie bedroht werden? Ah, dann kann ich ihn nicht rufen. Ach, das wird schon irgendwie gut gehen. Okay, dann toi, toi, toi. Ja, vielleicht telefonieren wir nachher nochmal. Okay, bis später dann und viel Glück. Ja, bis später. Tschüss. Okay, zwei Dinge. Es gibt keine Erdbeeren hier mehr. Nee, die ist abgenutzt. Du brauchst eine neue, die Haltbarkeit ist runter. Was? Als ob? Doch, ist kaputt. Nein. Ist nicht kaputt, die ist noch grün. Ach so eine Scheiße. Mach mal den Auto auf. Mann! Warum? Warum? Oh Gott, oh mein Gott. Die ist doch nicht kaputt, die Schaufel. Hier muss es doch nur irgendwo abangeben. Es gibt keine mehr. Oh Gott, das ist... Ja, die wachsen nach. In drei Stunden können wir wieder kommen. Egal, komm. Wir gehen einfach. Okay. Wir fragen den Freund da mal. Vielleicht hat die Ahnung. Nee, guck mal, der wartet auch schon auf die Abgelenksfeinde. Guten Abend. Hallo? Ja, hallo. Ist das Feld jetzt abgeerntet? Das Feld ist abgeerntet. Wie lange dauert das, bis die Nachwachstum gefällt? Ähm, keine Ahnung. Jo. Ich weiß nicht, wie gut der Dünger wirkt. Okay, dankeschön. Es kann eine Stunde dauern, aber es kann auch zehn Minuten dauern. Boi. Okay, dankeschön. Kein Problem. Schönen Abend noch. Danke, Löffel. Anscheinend haben die hier super Dünger. Meinst du, der wartet jetzt eine Stunde hier im Auto? Ach, bitte. Wie ist denn jetzt? Wie haben wir gerade noch alles vollgekriegt? Du brauchst gar nicht da hingehen, das fällst leer. Hör zu hoch. Du brauchst auch nicht da hingehen. Der Herr Juri, ne? Ja. Er trifft sich gleich mit Leuten, die böse sind. Die wollen eben irgendwas. Okay. Ich weiß immer nicht mehr, wo du bist. Ähm, ich hab auch noch was. Wie gut bist du in Crash Derby? Preisgeld? 50.000. Fahren die heute wieder? Ja, aber nur so Just-for-Fun-mäßig. 50.000 gibt es. Ich bin nicht gut da drüben. Ah, ich, ich hab bis jetzt schon immer, also ich hab einmal Swamman-Folge gewonnen. Wann fangen die denn? Aber ich kann nicht fahren. Na klar, ich muss dann anrufen. Willst du es versuchen? Nee. Warum? Da muss man wieder Eintritt bezahlen. Ja, ich frag mal. Locker. Und wenn's... Ach du Scheiße. Nein. Kauf gleich an. Hier darf man jetzt da vorbei oder nicht? Moin. Darf man dran vorbei? Wir können mir einmal rechts und lang folgen, dann können sie durchfahren. Okay, danke. Tööö. Bestimmt einer vom Erbefeld umgekippt. Danke. Tööö. Danke. Danke. Mann. Hallo. Kostet ihr denn als Eintritt was? Also, umsonst darf man mitfahren und 50.000 für den Gewinner? Und wann und wo? Ja. Nein. Nee, aber ich kann nicht fahren. Ich liege ja im Krankenhaus, aber ich würde einen Freund fahren lassen. Nein, ich fahre nicht. Ich bin nicht so gut. Vielleicht, wenn er möchte. Erdnuss. Mh-hmm. Ja. Anstatt ich dann. Ja. Nein, sag deinem Kumpel, Jo fährt. Okay. Du musst vorm Pinseln. Bis dann. Oh, oh. Nein, die kommen auch gerade von Früchte. Ich weiß nicht. Wir gucken. Frag mal. Okay, bis später. Ich melde mich nochmal. Nee, du denkst dich im Krankenhaus. Und ich kann einfach. Aber du bist jo und ich bin sie. Ja, aber wenn ich jetzt wieder hingehe, muss man hier machen. Ja, wollen Sie Erdbeeren kaufen? Ja, bitteschön. Bitteschön. Ich möchte hier einfach die Tonne. Ich schmeiß sie in die Tonne, Sir, ja? Gut. Einfach in die Tonne werfen? Einfach in die Tonne werfen. Bitteschön. Danke. Steh sie auf den Äpfel. Es ist nicht schlimm, bring dem Neue. Danke. Ja. Wow. Wow. Ja. Da war drin. Nee. Erstmal nachziehen, was wir bekommen haben. Was hast du gekriegt? 1.900 Dollar fast. Und du? 2.200, aber ich, also 2.000, ich hatte schon ein bisschen was dabei. Also 2.000 und du? 1.100. Ja. Ja, ähm, gut, komm, wir gehen zum Goldfluss, wir müssen mehr werden. Nee, pass auf, du fährst einfach. Nein. Wieso? Es kostet keinen Eintritt. Nee, wir machen wieder 16 Runden, da habe ich keinen Bock drauf. So. Und wenn die nur eine Runde machen? Sag mal, viele Runden die machen. Okay. Ähm, wie viele Runden wollt ihr machen? Ein oder zwei? Hm. Ähm, okay, pass auf, was hältst du von, wenn? Mein Freund Erdnuss könnte vielleicht für eine Runde, wenn wir direkt dann anfangen auch. Ohne Preisgeld? Ach, Mist, jetzt erreiche ich den ja gar nicht. Wie, kein Preisgeld. Okay. Also ich kann auf jeden Fall nicht. Ich kann auf jeden Fall nicht. Oh Gott, ich dachte auch. Ich dachte schon, die waren jetzt in der Hälfte. Äh, ja, ja, ich bin gerade raus. Aber ich. Okay, ich frage ihn nochmal. Okay, ich bin schon. Aber, ja. Die Mann ist ohne Preisgeld. Also wir sind raus. Kein Preisgeld machen die. Ja, die haben sich umschiedet. Ja, die sollen sich ficken. Kein Preisgeld. Oh mein Gott. Ich ruf mal hier Juri an. Geht nicht dran. Vielleicht können wir dir noch so ein Schmarmasel helfen. Winsel? Winsel? Hallo, hallo. Hallo. Ich will nicht gierig klingen, aber gibst du mir dein Geld noch, was du verdient hast? Ja, klar. Danke. Warte, du kriegst alles. Hier. Danke. Gott segne dich. Aber dafür stehe ich für immer in deinem Geschichtsbuch. Wenn du Kinder hast, wirst du erzählen, denn wir um Feld fahren. Ja. Auf jeden Fall. Halt die Klappe, Gisch. Oh mein Gott. 18.000 Dollar noch. Vielen? Ja, komm, wir fahren zum Feld noch mal. Echt? Ist doch leer. Bist du besoffen? Ich hoffe, ich noch mal zum Feld fahr. Aber wieso 18.000? Wir fehlen noch. Hast du fast 70? Ja. Ich habe doch zwei Waffen verkauft. Ach ja. Was für ein Scheiß-Ting. Geh raus. Ansonsten kann ich dir noch... Ich kann auch nur eine Waffen verkaufen. Ach, dann schützt. Dann haben wir keinen Schütz mehr. Nee, ich habe vier Stück oder so. Nee, nee, lass mal. Ich komme schon in die Kohle. Ich bin ein gewiefter Hund. Ja. Man hältst du davon, wenn ich dir einfach morgen meinen Tricks beibringe. Ich will nicht ins Gefängnis. Das muss ich erst mit Twinkie abklappen. Oh, du bist doch bestimmt doof hier. Echt? Die werden niemals offen sein. Meinst du? Nee, ich habe nicht. Aber ich kann gucken. Du guckst, ich stehe wache. Ja. Ich bin der Jo. Jo. Oh Mann, ey, was für ein Struggle. Brunsel, danke für die Wiese. Ich liebe euch. Oh, oh. Oh, oh. Hilfe. Hilfe. Rinko ist sauer. Hilfe. Was denn? Hilfen Sie mich, ich bin Gefahr. Hast du eine Mausefälle reingepackt? Oh. Klau, 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 Klau alles, was du findest. Nimm das Radio, alles. Schnell. Da ist schon eins weg. Da waren schon andere drin. Bin sie kriegt bald Bann, Bann, Bann für Heck ins Auto porten. Nix. Nix. Hab geschwächt, komm ich nicht ran. Dann hat sie wieder zugenäht. Dann ist Maggie hier wieder zugenäht. Ja, oder was auch immer die gemacht haben. Aber weißt du, hier ist was vor. Nee, nee. Immer noch Party. Alter, jetzt hau. Alter. Wir sind hier hart am Strugglen und die machen Party. Und sammeln Paychecks. Boah, Hase, ich glaube, Hase Peter muss mich feuern. Ich muss ein bisschen Stütze kassieren. Hat der dir schon Gehalt ausgeschaltet? Heute ist doch Gehalt, ne? Gestern. Nee, aber ich hab letztes Wochen nichts verdient. Twinkie hat alles verdient. Ich hab heute aber was verdient. Auch ein paar tausend Dollar. Frache, ob man es dir vorschießen kann, irgendwie das heißt. Ja, ich hab halt noch ein bisschen Zeit. Okay. Es gibt nur die Option. Man weiß ja nie, wann Pinkie wieder rauskommt aus dem Urlaub. Aus dem komischen Lager. Musst dir beibringen, wie man Sachen klaut. Und dann hilfst du mir, dass ich das besser mache, als ich es bis jetzt mache, okay? Dann musst du gute Autos finden, hast du gehört, was Hase Peter gesagt hat. Ja. Weißt du aber, wo gute Autos stehen? Nee. Wo ich letztens war. Jetzt keiner. Hm. Ja, bei den Reichen hier, oder? Eigentlich bei den Gangsters. Bei den Gangsters? Die könnten dorthin, wo ich letztens Glück hatte und gucken. Oder was? Na, wo ich letztens die drei Waffen geschungen hab. Wo war das denn? Wie sind wir sie? Im Ghetto? Mhm. Nur vielleicht sollte man uns dann... Wenn man von den Gangsters klaut, das ist ja nicht kriminell, oder? Weil die sind ja kriminell. Ja, so kann man das sehen. Aber wenn wir von den Gangsters klauen und denen was fehlt... Stimmt, dann wollen die's mördern. Nee, dann wollen die mich mördern, weil Ronny klaut ja immer. Oh Gott. Aber willst du lieber von dem Mörder abgeknallt werden, oder von deiner Frau? Von Mörder, von Mörder, von Mörder. Antwort A, oder Antwort Worm? Was denn? Deja Vu! Oh mein Gott. Alles klar, Flugzeug. Juri, willkommen. Ja, den Flying Falcon Punch. Ich kann doch mal da rumfahren. Weiß schon, dass ich ne Kopfbeinigung hab, wo du fährst. Zieh'n Helm auf. Dreier Helm. Oh mein Gott, bitte kein Sheriff. Puh. Oh, hase Penner. Sag, wir sind am strugglen. Yo. Yo. Nee, wir schaffen's in den schliegenden Krankenhaus, Zwinker. Ja, ich kann den, du weißt ja. Ja, aber Erdnuss will nicht fahren ohne Preisgeld. Der versucht, das Geld aufzutreiben. Ja, aber Erdnuss muss gerade die Sicherung kümmern, Geld zu kriegen. Bishop hat gesagt, er will das Geld von Erdnuss haben. Doch er will's haben, hat er uns gesagt. Wir waren sogar im Erdbeinfeld gerade vorhin. Hier sind viele, ja. Erdnuss? Hier sind viele Autos. Erdnuss? Ja. Also, Pelle hat gerade gesagt, er fischkopp will das Geld nicht. Wenn du's ihm bringst, will er's nicht haben. Bettschulden sind Ehrenschulden, das muss man zahlen. Bettschulden sind Ehrenschulden, das muss man zahlen, sagt er. Du willst ihn. Hans-Pelle wird gerne, dass du mitmachst beim Crash-Turby eine Runde. Nee, man kann nix gewinnen. Ja, er will just for fun. Sag ihm, dass wir am Haseln sind. Wir sind am Haseln. Wir beklauen jetzt die Gangster. Wir beklauen jetzt die Gangster, Hans-Pelle. Scheiß-Schild. Und wir hassen Schilder. Da sind zwei Autos. Ja, nee, das ist super geil. Ja, wir hassen Schilder. Hier. Ah, hier, ja. Guck mal, ob hier jemand ist. Oh Gott, das ist... Ich seh Krallen. Wie? Wir fahren aber erstmal hier ein bisschen rum. Was denn? Oh, oh. Wir fahren einfach, wir sind Touristen. Warte, jetzt sind wir da. Wir sind... Oh, scheiße, das ist ein Gangster. Da steht eine Kralle. Wie? Siehst du da rechts der Parkplatz? Rechts von uns? Rechts wo? Da? Da waren die Waffen in den Autos. Hier rechts. Da ist ein Helikopter. Hier rechts, klar. Ja, oh, oh, wir werden... Die pushen, die pushen! Oh mein Gott, die pushen! Wir werden... Das ist ein Gangster. Oh Gott, hier ist gleich ein Mannenkrieg. Was ist denn hier los? Ja, bei den Gangstern. In der Nähe von der Grove. Park aus sieben? Ja, aber... Rufen... Oh nein, da fahren unsere drei Waffen. Ähm... Ruf, frag, erdnuss. Weil ich kann eh nicht mitmachen. Nein, ich fahre nicht. Kein Pressgeld. Wir haben müssen jetzt... Zu spät. Bimmelt schon. Ja, haben wir da. Also Bock auf Crash, Dürmer. Intern ist mündlichs Crash. Nee, wir sind gerade die Gangster anbeobachten. Wir klauen jetzt Waffen. Welche? Irgendwelche hier. Die braunen? Nee, andere. Wir wollten uns doch treffen und quatschen. Oh, lila. Die Projects. Oder die... Die rechts oder an der linken vor oben drauf. Blau-weiß, blau-lila. 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 Wo sind die Nivelle? Cool. Seid vorsichtig. Ja, aber wir müssen. Warum? Doch, Geld. Haben wir recht. Wir stehen da im Kreis. Park mal hier in den Handstellen. Okay. Warum? Wollt ihr jetzt überfallen? Nee, wir überfallen können. Wir sind wie Robin Hood. Wir nehmen von den Armen und geben es den noch ärmeren. Da. Machst du gut, Edi. Okay, warte. Okay. Scheiße, die durchsuchen Audi-Autos schon. Oh, scheiße. Oh, nee, das ist sein Auto. Boah, hat mir Glück. Nee, Crash Derby ist doch kacke. Okay, komm. Nee, ich bleib hier sitzen. Okay, ich geh mein Wäsche. Okay. Nee, wir müssen telefonieren. Lass den Motor laufen. Wir müssen telefonieren für Oklahoma. Ich muss telefonieren, Hans-Peter. Wer machst du? Mit Pinse telefonieren. Okay. Ich will nicht fahren. Okay, call me. Okay, los geht's. Jetzt wird's spannend. Dum, 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 dum. Tu's als willst du eine Bockwurst kaufen gehen. Ja. Ich will Bockwurst, eine Bockwurst, einfach haben. Wie die Raben. Möchte ich Bockwurst, weil die schmeckt. Und, oh, was ist denn hier? Und, oh, was ist denn hier im Weg? Ein gefährlicher Atem- Oh, oh. Und? Da sind nur Klamotten drin. Egal. Kann ich's nehmen? Nein. Guck, ich guck, ich guck mal an. Ach so. Wo hab ich nur meine Schlüssel? Wo sind sie? Nein, ist denn keine da? Da kommen welche, da kommen welche, da kommen welche, da kommen welche, komm, 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 komm. Komm, Glauben, Glauben, ich kaufe, ich kaufe, ich kaufe. Lalalalalala. Machen du Spaß, du wolltest nur deine Reaktion testen. Und die ist sechs. Oh. Ich dachte, ich muss mich jetzt natürlich verhalten. Das ist natürlich verhalten, ne? Ja, ich bin dann einkaufen. Dann sieht dein Tupin und klebt das mal wieder fest. Das wackelt hinterher. Oh. So, so müsste. Ah, das ist an. An? Dann klauen wir das. Wenn's an ist, fahr weg. Ah, hier ist auch was drin. Was denn? Benzin. Benzin? Wie, Ben? Jetzt sag nicht, da sitzt einer drin. Wenn's alles klau ist. Mist. Nix drin, ne? Nix drin, ne? Wir lassen die Autos auf hier. So, aber warte, ich zieh mich um. Gucken, warte. Sieh dich im Auto oben. Okay. Aber dann muss ich dir auch noch was mitnehmen. Doch meins, weißt du doch. Irgendwie das dumme Gefühl, dass sie beobachtet werden. Komm, schnell. Komm. Wohin? Steig rein. Fahr nicht weg. Wir haben eine krasse Rolle gesehen. Gut. Okay. Okay. Am. Achso. Wollen wir hier gucken? Ja. Ist doch keiner. Ja, wir können aber durch den Hinter... Okay, pass auf. Für den Hintereingang. Haken wir hier rechts oder so? Ja. Wow. Guck mal, ja. Können hier alles abschenken. Du checkst ab, ich warum. Ja, aber ich muss vorher noch gucken, wie ich mich anziehe. Damit ich nicht zu auffällig bin. Dann zieh dich wie ein Gangster an. Oh, guck mal. Oh nein, mach das nicht. Mach ich nicht. Call me. Call me. Call me. Call me. Bist du taub? Das... Das ist gut, oder? Ja. Okay. Aber das hast du mir eigentlich gekauft. Ich weiß nicht mehr. Jetzt höre ich nur noch den. Wie? Call me. Call me. Ja. Okay. Call me. Call me. Ich zieh mich rum. Ja. So? Weiß nicht. Seh nicht. Weiß. Die Tür sind weg. Ja. Jetzt ruf an. Ach so. Ach, muss ich das machen? Ich bin verletzt, du Arsch. Und ich bin dick. Los, ran, Speck. Okay. Kappa, brauch ein bisschen knete. Verletzt mich mein Frau. Los. Ja, dann gehst du. Dann gehst du. Jetzt fahren bitte. Erklär mir genau, wo du bist. Dann bist du nicht so nervös. Pinsel, bist du schon tot? Nein. Hier ist alles sauber. Hier ist keiner in den Hut. Da vorne wird einer wach und ich stehe bei denen in eine Hand. Da musst du leise sein. Gott, was ich hier wirklich mache. Mit meiner Verletzung. Pass auf, da ist nicht. Nee. Alles ist sauber. Tin, 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 tin. Hinten sitzt doch keiner. Ich sprech mal durch. Oh. Irgendwas. Oh, ich schmeiß sie mal mit Flaschen. Die haben hier ungefähr... Die haben hier ungefähr 15 Kilo Rauschgift, glaube ich. Aber damit können wir nichts anfangen. Zusammengeklebt. Hier brennt doch irgendwas. Ich fahre hier rum. Bist du in den beiden Gangstern? Ja, ich bin am Hof gefahren. Gott, wo bin ich denn hingeladen? Oh, da kommt ein Auto. Ach, mach kein Quatsch. Oh. Oh, ein schwarzes. Hallo, Sir. Ist da jemand? Nein. Ich wollte nur deine Reaktion testen. Da habe ich, glaube ich, verirrt. Auto, hau ab. Wo bin ich denn hier? Ich bin vorne an der Straße. Ich bin auch auf einmal an der Straße. Ich spreche, als würde ich hier wohnen. Ja. Wie ging es da, Phil? Ich suche doch nur Autos. Was passiert? Ich kletter. Bist du noch hier im Viertel oder bist du schon woanders? Nee, ich bin hier irgendwo. Ah, hier ist ein Muppet. Ich schmeiß das um. Weil wir unser Geld mit haben. Nein, nicht umschmeißen. Du spät, es liegt. Oh mein Gott, ist das hoch. Oh. Scheiße, das ist hier nicht gut für meinen Kopf. Oh, ich bin im Hinterhof bei den Autos. Weißt du mich? Ja, ich höre dich lauten deutlich. Okay. Over. Oh. Wie der kleinste Zaun schon zum Hindernis. Ja, ich sehe dich, glaube ich. Ah. Warte. Du. Okay. Und. Ah. So. Du Arsch. Komm, die sind abgeschlossen. Hier vorne? Weiß ich nicht. Guck mal. Oh nein. Ach du Scheiße. Ich werde mich jetzt in irgendein Auto setzen, aber ich sage dir denn, welches. Also. Okay, ich werde mich jetzt in. Okay, ich werde mich jetzt in. Ja. Sieht man. Komm. Schnell. Ja. Nichts und viertel. Ich glaube, man. Die wissen wie man die Autos abschließt. Oh, was ist da vorne? Scheiße. Warte. Es ist so ein bisschen hier rumfahren. Hm? Ach du Scheiße, da ist aber offen. Oh Gott, das sieht gut aus hier. Wir versuchen. Ja klar. Ach, haben die keine App auf dem Handy. Los, los, los. Oh. Guck mal, du suchest. Schlaf gut, Mila. Ich fahr grad hinten rum. Was soll ich machen, wenn die mich erwischen? Hm. Sag, du kommst von den Drips. Wir haben gesagt, du sollst herkommen oder die knallen ich ab. Okay. Ich check die Autos hier hinten schnell. Kann ja nicht meinen besten Freunde Line arbeiten lassen. Oh, okay. Ich lauf in den Hof. Oh Gott, was ist hier los? Is ever take nobody? Abgeschlossen. Abgeschlossen. Man, warum schließen die Raul deshalb? Abgeschlossen. Abgeschlossen. Ich warte vorne. Genau, du. Ach so. Lass mich nicht kommen. Da links? Ja, das kannst du nur gucken. Ich bin erst Kriminein, wenn ich was klar. Abgeschlossen. Komm. Guck, guck, guck. Sie sind einfach zu schlau hier. Inze? Ja. Ich will eigentlich mein Glück haben. Ich will eigentlich mein Glück haben. Hm. Die haben auch kein Geld in die Kasse, ne? Auch nicht. Vielleicht beim Büchse. Was hältst du davon, wenn wir bei den Dingern, bei den, bei den, bei den, braunen gucken? Na, willst du wieder abgeknallt werden? Nur gucken. Vielleicht ist ja niemand los oder wigs. Okay. Ah, warte. Warte, guck, fahr mal hier rein. Da soll ein grünes Auto drin sein, hat Hase-Peter gesagt. Dann ist sie offen. Ja, aber dann ist doch schon alles geklaut. Da reicht das. Das grün? Ja. Warte. Hase-Peter ist ein Lügner. Hase-Peter hat gesagt, er hat gesagt, er ist offen. Er hat alles leergeräumt, aber ein paar Sachen dringelassen, die mich interessieren können. Aber ich hatte gestern keine Zeit. Wir mussten einen Flug kriegen vom Urlaub. Ne, vorgestern war das sogar. Vorgestern. Nein, das ist schon... Ich denke, dass die ungezogen sind. Fuck. Der steht immer nur unten bei den Zellen. Und wartet. Sei mir nur ganz rein. Morgen. Ja, super. Du bist gar pinseln. Morgen. Morgen? Morgen machen wir weiter. Okay. Achso, du musst mich... Oh, scheiße. Ich muss ja ins Krankenhaus. Aber ich muss die Barucke absetzen. Oder? Quatsch, hier sind Haare gewachsen. Schaffst du das, dich da rein zu schmuggeln? Ja, theoretisch schon, aber ich habe meine Klamotten. Und? Ich habe Wechselsachen bekommen. Wechselsachen? Ja. Die gucken direkt auf uns zu. Kannst du die ablenken? Was soll ich machen? Na, dass sie sich wegdrehen. So, geh rein und sag, der Automat, sie braucht Hilfe beim Automat. Weißt du, wie ich meine? Jetzt sind es drei. Ja, mach irgendwas in Aufstand oder so, dass die alle rüberkommen. Oder sag, du hast einen Kartenträger. Die müssen alle kommen. Nur Kurs. Und dann, wie viel verlieren? Das habe ich nicht. Ach, du bist ja bester. Du hast es geschafft, dass ich auf dem Erdbeerfeld bin. Das heißt, du schaffst alles. Dann beobachte mich. Ja, ich rufe dich an. Ich sag, ich habe Schmerzen. Ja. Und ich sag, Oklahoma, wenn du kommen kannst. Das heißt, du musst an der Tür stehen. Ja, ich komme. Du musst da durchrehen. Sag dann Oklahoma. Ja. Soll ich noch die Tasche in dein Auto reiben? Egal. Mach, mach egal. Egal. Wir haben nur ein kurzes Hangfenster jetzt. Ja, alles gut. Ich bin im Gang sind Leute. Gut. Hallo, Pilat. Hallo. Na? Wie geht's dir? Wie geht's euch? Ja, gut und selbst. Auch nicht so gut. Was ist denn los? Auch nicht so gut. Ich suche meinen Kumpel. Wie denn? Raphael. Und weiter? De Niro. Ich suche den schon seit einer Stunde. Ist der vielleicht hier? Ich gucke gerade. Lass mich mal kurz gucken. Okay. Raphael, De Niro. Hier nicht. Ich gucke mal kurz beim BCMS. Warte. Der wollte mit mir arbeiten. Ja, aber beim BCMS ist es er tatsächlich auch nicht. Ist das ein Chagel? Das ist ein Sheriff, ja. Uh. Das ist auch ein Fonny. Ist das ein ganz besonderer Sheriff? Warum? Weil der auch behandeln kann. Das ist ein Dr. Sheriff. Das ist ein Dr. Sheriff, ja. Richtig, das ist ein Dr. Sheriff. Uh. Kriegst du halt hin? Deswegen hat er auch die grüne Tasche dabei. Da ist nicht mein Kumpel dabei. Nee, der ist leider nicht hier. Und oben im Palett ist er auch nicht. Das sieht schlecht aus gerade dann. Ein bisschen, ja. Oh. Hast du mal angerufen? Dann geh ich mal vor die Tür gucken. Da geht nicht dran. Ich glaube, ich habe den gerade in den Gang gesehen. Ja, da bin ich sicher. Geh einfach mal gucken. Okay, danke. Ja, tschüss. Ich bin drin. Oh Gott. Oh mein Gott. Warte, ich habe die Lobnis, hier reinzukommen. Kein Problem. Guck mal an die Ecken. Guck mal an die Ecke. Alles gut. Komm. Raff, der liegt ja auch nicht. Das interessiert mich. Weißt du, was machen wir uns für den Stress? Was machen wir uns für den Stress? Leg dich heuer. Oh. Leg dich einfach heuer. Ja. Gut. Danke für den Wechselklammern. Ja. Danke für den schönen Tag. Ja. Dann. Ich sage dem Max jetzt vorhin Bescheid, dass du nicht Raphael bist, sondern eigentlich ohne Hopps und dass ich dir nur ein paar Wechselklamotten gebracht habe. Perfekt. Dann wissen die, du bist aufgestanden und vielleicht schneiden die heute noch deinen Kopf auf. Dann musst du nur drei Stunden hier warten. Hau rein bis morgen, Pinsel. Nacht. Jetzt nach unten verlegen alles, finde ich. Das war gar nicht Raphael. War es doch nicht Raphael? Doch, der ist immer noch da, ne? Der muss ja operiert werden noch. Tag, Tag, die Kollegen. Schönen Abend noch. Tschüss. Für heute Abend noch. Nee, das juckt die halt überhaupt nicht, Alter. Deshalb sind doch so, oder können so viele mal abhauen hier. Ich hoffe jetzt gleich nochmal Juri an. Vielleicht braucht ihr eine Abholung. Ich glaube, da hat es nicht mal aufgefallen, dass ihr überhaupt abgehauen ist. Tag. Assalamualaikum. Alaikum salam. Was geht, Bruder? Willst du eine Hausparty besuchen? Nee, ich will schlafen. Warum? Weil ich bin müde. Bin den ganzen Tag schon unterwegs. Wo ist denn ne Party? Äh, wo ist am Haus? Was? Äh. Ich glaube, da waren wir uns gerade nicht einig, wo die Party ist. Gibt's da Kabas? Ich glaube, wir sind aufgeflogen. Was? Gibt's da Kabas? Ja, ja. Nesquik. Nesquik. Geil. Wollt ihr mich bestimmt überfallen, aber ich hab nix. Ich hab 70.000 Dollar Spielschulden. Oh nein. Soll ich den 70.000 Dollar geben? Muss da der Peter Zweger mit dem Flipchart kommen schon, weil die ist schon so weit. Was schon auf dem Erbefeld. Ich war tatsächlich da. Und wie war's? Scheiße. Hast du nur Zombies getroffen? Ich hab noch nie so viele Airparen gefunden auf einem Fleck. Und immer zwei. Anstatt einem mal. Und gar nicht mehr viele Zombies sind da auch, ne? Ja. Keiner redet. Ja, aber das klingt immer nicht so gut da oben. Da muss man am Betriebsrat weitergeleitet werden. Muss man mal im Meeting einberufen, Alter. Ich glaub, die würden das nicht mal merken, wenn du hingehst und den in die Taschen greifst. Da müssen wir mal ausprobieren. Seid ihr gefährlich? Nee. Seid ihr von den Chips? Von was? Nee, wir sind von den Doritos. Von den Gangster Chips. Die haben nämlich meinen Kumpel zusammengetreten. Nein. Doch, und der muss zwölf Stunden im Krankenhaus bleiben. Echt? Arme. Wo wohnen die? Die wohnen über dieser Tuning-Werkstatt. Okay, okay. Ja, dann gehen wir mal hier. Dann geht der Schaden. Mein Gott. Kenn dich nicht. Wache scheiß Musik aus, du Mistfee. Genau. Schon was von DMCL gehört? Mein Ruf geht kaputt, nicht deiner. Ja, ja, er ist ein guter Rapper, der DMCL. Seid ihr so Kriminelle? Nee. Nee, nee, nee. Doch, bestimmt, ne? Nee, nee. Verdunkelte Scheiben. Oh, 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 oh. Wir sind die Heiligen für Samariter. Fette Glocke. Oh, für links, knie, bestimmt. Wir sind das neue Department von PD. Ja, ja. Immer Gambo, immer von rechts. Nee, nee, wir sind das Jardi-Department. Jardi-Department? Ja. Oh. Wir sind die Untergruppierung von O'Brien. Wer ist das? Der Thomas Jammes. Ja, kennst du nicht, den Thomas Jammes? Der mit den schiefen Zehen. Ja, genau der. Nee, kenn ich nicht. Fahr weiter! Cooles Auto, woher? Der Antwort ist einfach. Heute ist ein scheiß Tag, sag ich euch. Glaub, der kommt gerade vom Erdbeerfeld. Nee, dann wird der in Rusty Rebel fahren. Nee, der wär jetzt im Unicorn. Oder ein Supersportler. Oder ein Sintono. Ich fahr jetzt nach Hause, wollt ihr einen Schokoriegel? Da ich schon... Wollt ihr ihn haben? Immer. Ich glaub, der muss selber nicht. Hahaha. Bye, have a good time. Boah, diese Drecklinge sollen sich verpissen, alter. Scheiß Jardis. Hi. Mal live. Hm, Mensch. Also, ich hab mich gerade nicht mehr. Ich hab mich gerade nicht mehr. Und ich habe mich in den Schokoriegel. Ich hab mich in den Lippen. Ja, ich hab mich gerade nicht mehr. Aua! Hey, dann aufhören! Mann, ich will nur einfach nur ins Bett, Alter, verpisst euch! Das Ding ist halt, du kannst dir mit dem SUV nicht abhängen! Oh mein Gott! Da wird ein Schokoriegel! Das ist meiner! Nein! Sterbe dafür! Nein! Geht weg, ihr seid Kriminelle! Das wird ein Blood-Out! Deja vu! Oh mein Gott! Ich will nicht sterben! Oh mein Gott! Ich bin so schnell! Hilfe! Hilfe! Oh mein Gott! Wo bin ich Nieren gerade? Oh mein Gott! Das ist nicht so schön! Ui! Mumu! Nein! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Das ist auch schon! Ah! Ha ha! Hey! Kannste nicht abhängen. Ich habe keinen Sprit mehr. Ja, ja, mit dem Schokoriegel. Aber das ist meiner. Okay, warum? Immer muss ich abdrücken, Alter. Immer grüben ich meine eigene Gang. Da. Wir haben nichts im Koffer vor, Alter. Da, dafür kannst du selber was. Da war es die voll auch traumatische drin. Das war, glaube ich, ein grüner Tausch. Danke für die Knarre. Aber da ist wirklich die Knarre drin. Ja. Bitte. Nein. Danke. Hier wohne ich gar nicht. Hier wohne ich nicht. Ja, ich... Ein weiter. Hier auch nicht. Doch, hier wohne ich. Jetzt klauen die schon mal einen Schokoriegel. Die Penner. Ah, da wohne ich. Erkennt man sofort an meinen Autos. Ich glaube, per Junge ist tot. Da müssen wir die Polizei verständigen. Ich habe ja nur ein paar Tage Zeit zum Fahren. Oh, ma. Morgen, morgen ist verhassend. Morgen brauche ich die Restkohle. Dann war wieder was morgens zu tun. Nicht wollen. Nicht traurig sein. Scheiße. Mopel. Arschloch. Nicht traurig sein. Ich mache auch ein bisschen Musik. Nicht traurig sein. Nein. So, gute Nacht. Hau rein. Nee. Reese, danke schön für den Reese Up im Zweiten. Und Hukulu. Und Funky, danke für den Prime im Vierten. Prinzler hat man. Alle hatten man. Wenn ich jemanden vergessen haben sollte, tut es mir leid. Trotzdem vielen lieben Dank. Morgen drei Stunden Erdbeer fällt. Nee, ich guck mal. Ich werde auf jeden Fall keine kriminellen Sachen machen, bevor das nicht mit Twinkie irgendwie abgesegnet ist. Oder Diego dafür gibt oder so. Ich will auf keinen Fall, naja, eigentlich gar nicht. Wir kriegen das schon auf andere Art und Weise hin, unsere Spielschulen zu zahlen. Oleg, danke schön für den Prime im Vierzehntel noch. Play with life. Ach ja. War trotzdem lustig heute. Dexas ist da. Der liegt bestimmt im Krankenhaus. Was sind die denn? Ich, ähm, pumpe euch zunächst das rüber. Gute Nacht, Schottie. Ich wünsche euch allen eine wunderschöne gute Nacht und vielen lieben Dank für heute. Ich hoffe, hat euch Spaß gemacht. Und CSGO LKS Dankeschön für den Prime im Zwölfdeln. Danke. Bis nachher. 19 Uhr, okay? Ja? Wir sehen uns nachher wieder. Tschüss! Ich hoffe, dass es lustig war. Tschüss! Gute Nacht! Und lieb sein! Tschüss! Bye! Have a great time! Tschüss! 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 Vielen Dank.